Gutsche zu den Kaiser! Es ist Weihnachten, Leute! Past Cure! Hat jemand von euch was von Past Cure jemals gehört, Chad? Hat jemand von euch mal mitbekommen, dass dieses Spiel existiert? Noch nie, ne? Nee, das war 2018 ein Spiel und es wurde damals von den Medien komplett zerrissen und als eines der schlechtesten Spiele des Jahres betitelt. Ich kann mich null daran erinnern, dass es existierte. Bei uns in Deutschland kannst du das auch irgendwie nicht bei Steam kaufen, sondern nur auf Konsole. Super wild, keine Ahnung, was da passiert ist. Obwohl vielleicht die neuen Steam-Regelungen und die haben da noch nicht irgendwie dieses Formular ausgefüllt. Ich sterbe auf einmal, lol! Dass die vielleicht nicht das Formular ausgefüllt haben und ihr Spiel ist irgendwie ab 16 oder so und deshalb ist das jetzt von Steam Deutschland weg, I guess. Aber auf Konsolen kann man es doch ganz normal kaufen. Ich habe es mir gekauft und wir gehen da rein und gucken uns dieses Meisterwerk an. Es ist so ein Action-Adventure-Gedöns mit einem Typen, der irgendwelche komischen Träume hat oder sowas. Und das ist wohl alles so ein bisschen filmerisch inszeniert und erzählt, so inspiriert von David Käfig, ja, David Cage mäßig. Und wir schauen uns das einfach mal an. Vielleicht ist das so unterhaltsam und cool, dass wir einfach das ganze Game heute durchzocken. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ja. So. Ich komme perfekt zum Anfang, genau. Pause Cure! Kannst du bitte nicht sterben, ich gebe mir Mühe. Okay? So. Und Kapronik, sag ich schon bei deinem Primes ab. Jetzt habt ihr ein Problem, Mann. Jetzt fangen wir schon an. Jetzt habt ihr gar nicht die Zeit gehabt, das neue Video von heute anzuschauen, Leute. Jetzt müsst ihr auf YouTube gehen, kurz das Video liken und dann auf diese drei Punkte drücken und dann zu später anschauen hinzufügen. Dann könnt ihr nach dem Stream weiterschauen, okay? Weil jetzt müssen wir Pieck spielen. Deutsche Pieck. Nö, doch. Mach es. So. Lauter, I guess? Oder ist das Spiel so leise? Deutsche Connor. Wie hieß nochmal der Protagonist von... Heavy Rain. Warum nicht Heavy Rain im Trash Cutter? Wir haben Heavy Rain das vor kurzem hier im Stream am Stück durchgespielt. Hieß der nicht auch Ian? Weil der Charakter heißt hier Ian. Und der sieht so ein bisschen aus wie der von Heavy Rain. Hier, Languagier. Deutsch natürlich. Ah, stimmt. Der hieß Ethan. Nicht Ian. Ethan Mars. Nee, der hieß nicht Jürgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, I guess. Sonst gibt es ja nichts Großes. Ah, hier. Es ist alles super leise. Okay, kann es irgendwie schneller gehen? Oh mein Gott. Okay. Ähm. Wurde gespeichert, ne? Okay. Okay, let's go. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es heute erst entdeckt. Ich wusste nicht, dass es was existiert. Aber es war wohl damals irgendwie, ähm... Wurde damals wohl ziemlich auseinandergenommen, das Spiel. Äh, international. Äh, in den Medien. Ähm. Und, äh, daraufhin haben die sich sogar damals entschuldigt. Haben sich entschuldigt, dass das Spiel so doof ist. Äh, und ich habe nichts davon mitbekommen. Keine Ahnung. 2018 war ich doch schon voll in Gaming drin eigentlich. Glaube ich. Naja. Egal. Fangen wir an. Ähm. Ja, automatisch speichern. Let's go. Hard. Es gibt Albtraum-Modus. Alter. Let's go. Nochmal. Äh, Helligkeit. I guess ist in Ordnung. Ansonsten erinnern wir gleich, wenn es zu dunkel das Game ist. Entschuldigt? Ja, die haben so ein Statement rausgehauen. Von wegen, tut mir leid. Tut uns leid, dass das Spiel nicht so geworden ist, äh, wie ihr es euch gewünscht habt oder so. Mein Vater hat immer gesagt, dass es unsere Träume, die unsere tiefste Natur zeigen. Wenn das wahr ist, dann bin ich verloren. Der sieht doch schon geil aus, oder? Der sieht doch schon geil aus, oder? Da hast du ja Geld weggeworfen, I guess. Aber das Ding ist, niemand kannte sich vorher. Das war ja so ein Indie-Titel quasi. Ist nur von acht Leuten entwickelt. Keine Ahnung, was die Leute damals erwartet haben bei dem Spiel. Ist das Horror? Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt man so ein bisschen Traumsequenzen und reale Welt. Und Traumsequenzen sind, glaube ich, so ein bisschen Horror-Themed. Nicht unbedingt ein Horrorspiel, aber ein bisschen haben so eine Horror-Thematik, glaube ich. Ähm, und außerhalb ist es halt irgendwie so ein Action-Adventure. Film. Es ist ein Film. Okay, ist schon sehr dunkel, oder? Mein persönliches Schlachtfeld! Jetzt seht ihr was? Soll ich heller machen? Warte, ich mach mal für mich eine Lampe aus. Ist okay, ich sehe alles. Wenn Ace alles sieht, dann ist alles gut. Bisschen heller geht... Okay, dann mach ich ein bisschen heller. Vielleicht muss das ja hier so dunkel sein. Ach, da ist ein Symbol gewesen. Lol, ich hab das gar nicht gesehen, dass das ein Symbol ist. Lol. Jetzt seh ich das Symbol. Oh ne, parasitäre Fäule, was geht ab? Und Misas, Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Danke für die tollen Piraten-Fakten, Kegi. Kein Problem. Okay. Mir gefallen schon diese dicken, schwarzen Balken. Oben und unten. Du weißt sofort, das ist kein Videospiel. Das ist ein verdammter Film. Achso, Rubrik, stimmt. Sorry. Äh, wie heißt das Spiel nochmal? Past Cure. Ein verfickter Film. Sorry, genau. Geiler Stock-Sound. Stock-Stock-Geräusch. Die schwarze Fäule. Die schwarze Fäule. Bleib zurück. Oh, dein Gesicht ist da. Bleib weg von mir. Oh, er platzt. Mit einem Schuss. Ich muss einen Weg von hier raus finden. Alles ist nach unten. Was ist hier jetzt passiert? Das hier so zersplittern, ist geil. No way, das Spiel, das läuft. Halt deinen Maul. Junge, ich sehe gar nichts mehr. Okay, rot ist gefährlich bestimmt, ne? Digga, was ist das für eine Ansicht? Ich habe gerade geäumt und... Oh. Und ich habe nur meinen eigenen Kopf... Ich sterbe, lol! Ich bin tot? Ich bin doch auf normal. Ich bin einfach instant gestorben. Vor allem, da war noch irgendwie ein Meter zwischen uns. Und dann triggert einfach eine Cutscene. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Okay, ich hoffe, das ist nur in dieser Traumwelt so, dass die Gegner so krass sind. Und in der normalen Welt, wenn wir dann dort spielen, dass die Gegner dort nicht irgendwie mich alle one-hitten. So schnell weg. Ist das gescriptet? Nice. Musst du den in den Kopf schießen? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt einfach, weil ich ein... Einfach ein Gamer bin, schieße ich immer automatisch auf den Kopf. Deshalb ist es halt so immer ein bisschen doof, wenn du Spiele spielst, wo Kopf nicht die Schwäche ist. Dann sind das so Instinkte in meinen Fingern so verankert, dass ich automatisch immer perfekt auf den Kopf aimer. Da muss ich mir das manchmal abgewöhnen. Das ist schon so Resident Evil oder so. Da muss ich mir das immer abgewöhnen, dass ich in die Beine schießen muss. Oder Dead Space oder so. Deshalb bin ich da meistens so schlecht in diesen Spielen. Weil ich automatisch immer auf den Kopf ziele. Gegner kommt, ich sehe nur Kopf. Kannst du uns nochmal eine Finals auf der PS5 zeigen? Ähm... Leck Eier. Ja, auch immer, wenn ich was Ja so zuwerfe. Die sagt, yo, kannst du mal kurz die Schlüssel rüberwerfen? Kopf. Kopfschuss. Als ob das eben ein One-Hit ist. Kannst du mal anfangen jetzt? Okay, doch nicht. Wie sprinte ich denn? Ich weiß noch nicht, wie ich sprinte. Okay, ich weiß, wie ich sitze. Okay, warte. Ich schieße mal gleich, ähm... Wie ein Casual auf die Brust. Okay. Okay, es ist scheißegal, wo man hinschießt. Hauptsache, man trifft. Okay, Viereck Reload. Sehr gut. Okay. Begrabt werden und instant tot sein fühle ich. Hast du Angst vor Menschen? Nicht alle wollen dir was Böses. Ja, das ist ja easy, wenn ich einfach nur drauf schießen muss. Zwei, das ist ja unfair. There must be a way out. Ich denke, ist das dunkel. Das ist der von Elden Ring. Der sich immer einkotet oder so. Der sitzt immer auch auf so einem Stuhl. Das Gefühl, das Spiel wird immer dunkler und dunkler. Vielleicht drehen wir Gamma noch mal höher. Hey, da bin ich. Und ich kann mich währenddessen bewegen. Ich bin weg. Der Dummfresser, genau. Okay. Skill-Issue. Schnauze-Issue. Okay, ganz in die Ecke. Fair, okay. Hi. Hi, Ian. Ich habe doch getroffen. Der hat sogar gewackelt. Die halten auf einmal zwei Schüsse aus. Die werden stärker. Die lernen dazu. Okay, vielleicht muss ich jetzt doch in den Kopf schießen. Oh no, ich sehe es schon kommen, Leute. Im Finale kommt dann so, ähm, so eine Panik, äh, Verteidigungs-Situations-Gedöns, wie es bei Resident Evil immer gibt. Wo dann so in Wellen von allen Richtungen Gegner kommen und du musst dich verteidigen. Hier wird keine Musik gespielt. Ich bin ja wieder am Anfang. Ich habe auch gleich keine Munition mehr, by the way, ne? Und jetzt alle vier. Ich muss nachladen, wie doch jetzt. Oh mein Gott. Ich habe keinen Schuss mehr. Fertig, vorbei. Das war schon ziemlich krass, Chad, oder? Müsste ich schon zugeben, oder? Wie ich das noch so in der letzten Sekunde geschafft habe. Mit dem letzten Schuss. Was? Nichts, na ja. Okay, wildes Intro auf jeden Fall. Und es wird nichts gesagt. Wir sind einfach hier und müssen schießen. Und jetzt erwacht er wieder in der echten Welt. Oh, der ist eben so im schwarzen Nichts. Das ist das Kingdom Hearts-Moment. Was? Warte. Was ist das? Wo bin ich? Bin ich... bin ich tot? Und gleich stellt sich beim Spielen heraus, das ist einfach Hidden Gem. Einfach mega, das geile Game. Ich habe nie etwas wie das gesehen, ich würde am Ende weinen. Es ist so lecker in hier. Ja, ist schon ziemlich leer, das stimmt, hast recht. Grut hier einfach. Das Problem bei solchen Games, die halt meistens in ihrem Jahr irgendwie ziemlich beschissene Wertungen bekommen haben, die dann irgendwie ein paar Jahre später zu spielen und irgendwie dieses Erlebnis von damals nachzuspielen, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil oft solche Spiele ja dann nachträglich gepatcht werden. Und dann viele Probleme, die vielleicht damals zu schlechten Wertungen beigetragen haben, über die Jahre dann wechseln. Ian, Ian, are you there? Love Interest. Who is that? It's okay, Ian. Come over here. She knows my name. Hello. Ian, hurry up. There is not much time. It must be a way out. Please, wait there. I'm coming. Bitte bleib hier. Lass mich frei. Jason. Okay, wenn ich mich ducke, sieht's nämlich nicht. Boxen. Please, Ian. You have to hurry. Kämpferherz. Come on, Ian. Ian, du musst springen. Spring, Ian. Quickly. Spring. Ian, spring. Ich bin sorry, Ian. No, prank. No, no! Wie sie einfach kurz davor wegzieht. This is how the nightmares end. Overpowered. Okay, it's very night, Tom. A sacrifice to violent gods. Krause of the good, though. I'm sorry. Also, ich sag's, wie es ist. No! No! Ich sag's, wie es ist. Äh. So, auf einer Albtraum-Skala ist das ein voll okay Albtraum, oder? Also, ich glaub, da gibt's schon schlimmere Albträume. 18 Monate. Seitdem ich aus dem Hell. 18 Monate. Relentlos. Unchangend. Und plötzlich sie. Genau, Loki. Dein Leben zum Beispiel. Was hat sie so weggebracht? Junge, was ist das für eine Hütte? Junge, er lebt einfach im Glashaus. Hä, was arbeitet der? Ich will das auch. Ja, mit gemeint. Er ist mit gemeint. Quadratische Waschbecken. Die oben draufstehen. Auf so einem Holzbrett. Das ist auch immer ein Zeichen von... Von, hey, ich bin reich. Ja, ja, ein begehbares. Ein Kleidezimmer. Ein Kleidezimmer, okay. Ist der Mann zufällig Single? Ja, safe Schriftsteller. Safe Bestseller-Autor, der Albträume hat. Junge, eine freistehende Badewanne. Wie viel Geld muss man haben, Chat, damit man das haben kann, was er hat? Mehr als ich. Wie viel hast du? Mindestens drei. Oh, scheiße. So viel habe ich nicht. Du hast vier. Dann kannst du dir das ja leisten. Junge, ist der cool, Mann. Der hängt nicht mal seine Bilder auf. Weil stehen sind die cooler. Boah. Das ist ein Giga-Fernseher. Und seine Buchsammlung. Es sieht irgendwie ziemlich traurig aus. Er sammelt, äh, kauft und liest Bücher nur, die schwarz-weiß sind. Digga, der wohnt ja sogar am Meer. Tja, ich sag's mal so, ne? In ein paar Jahren ist das hier alles, alles unter Wasser, ne? Wird mir stinken, hier zu leben. Ihm gehört das Haus nicht wirklich, deshalb darf er keinen Nagel in die Wand hauen. Ah. Junge, was ist das für eine riesige Küche hier? Das P ist runtergefallen. Ist dann eine P-E-P-E-K? P-E-K? P-P-P-P-K? Okay, es fallen alle runter. Wake up. Hey, war das nicht er selbst, nur mit Glatze? Was ist passiert? Warte. Das ist nur eine Halluzination. Das war ein Traum im Traum. Das war ein Traum. Ich wollte schon sagen, als ob er so eine krasse Bude hat. Das ist auch ein Traum. Okay. Abseits, Banthro. Wieso träumt er eigentlich von nackten, muskulösen, weißen Männern? Nein, ich tue das nicht. Keep it together, Ian. Concentrate. Ich tue das nicht. Ich tue das nicht. Ich tue das nicht. Matrix-Blaue Pille. Vielleicht brechen wir jetzt aus der Matrix aus. Wo sind meine Pillen? Nach der hinten. Ich bin wach. Das ist besser. Okay, I guess, das ist dann unsere Heilung, ne? Okay, die Taste funktioniert nicht stark. Ich muss Touchpad drücken, aber die funktioniert nicht. Okay, cool. Dann halt nicht. Brauchen wir kein Inventar, ne? Ah, hier, okay. Die Blauen. Die Blauen, so nennen wir sie. Markus bezieht sie aus dem Darknet. Aber selbst da sind sie schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, was sie mit meinem Hirn machen. Aber die sind das Einzige, was mich bei Verstand hält. Okay, Information. Achso, okay. Sogar Illegaltabletten. Okay, dann war es doch kein Traum, sondern... Ja. Er hat wohl liegende Krankheit. Stimmt, das sind blaue Pillen. Matrix, verdammt. Markus? Wer denn sonst? Sorry, dass du dich so lebt hast, aber ich hatte eine schlechte Gefühl. Wer denn sonst? Was ist das für eine scheiß Frage, ey? Nicht gut. Nachtmärchen? Hallucinations? Beide. Aber diese Zeit war es anders. Mein Freund, da war eine Frau, Markus. Kennst du sie? Nein. Aber sie sah... ...familier. Wie ich sie weiß. Können die Pillen noch arbeiten? Ja, danke. Das sind die blauen nicht, Hockey Subs. Ja, dann jedes Mal, wenn ich jetzt im Spiel eine Pille fresse, musst du bei Hockey ein Sub dalassen. Ah, das Haus gehört nicht ihm. Das ist nicht seiner. Er ist einer von uns. Denkst du mir später. Ich habe ein Päsent für dich. Ich habe einen Tränen. Der Mann, der mich nahe? Es ist ein Traitor, der versucht, eine wunderschöne Drücke zu verkaufen. Es ist nexus. Und er sollte den User bestimmte Möglichkeiten geben. Er verkauft für eine ziemlich schade Organisation morgen Morgen. Gib mir seine Anrufe. Wie? Sie rinderten zwei Flüge der Crowley-Arms, im Hintergrund. Das Ort wird mit mercenaries gebringend sein, Ian. Ich bin nicht egal. Wenn er der Lied ist, werde ich da sein. Bist du sicher, dass du ihn kontrollierst? Ja. Gut. Ich werde weiterentwickeln und schreibe dir die Informationen morgen morgen. Rest jetzt. Geh die Blues, wenn du sie brauchst, und gehst deine Kraft. Wir bringen sie runter, Markus. Wir werden sie auf den Boden verbraten. Good night, Ian. Good night. Okay. Gegen Wien kämpfen die. Out of the rooms of World War II, arose another battle. An arms race began, with each side employing the brightest and most ruthless scientists to develop a new weapon, the human mind. Right, huh? With government backing, projects like MK-Ultra gave birth to a dark age of science. Inhumane experiments were conducted on prisoners, students, and even children. Their goal, unlocking the hidden power and potential of the mind. Most were shut down from their dangerous methods and lack of success. But there are many who believe that they were continued in secret, financed by private organizations, hungry for the promised powers. Power is attained through pain and suffering, turning men into monsters. Past cure. Past cure. Ach du Scheiße. Tidal draw. Okay, also, I guess, es wird hier oben auch so superkräftemäßige Sachen gehen. Wenn die dann irgendwie die Menschen so, die Menschen so buffen mit irgendwelchen Gehirnscheiß. Die haben ihn gefangen genommen und der an ihm rumgespielt. In Syrien oder so. I have somehow gained the power that I can barely control. A power that's turning me insane. Whatever has been done to me, I'm still a soldier. Aha, er war ein Soldat. Okay, also, er war irgendwie ein Soldat und in Syrien wurde irgendwie wohl gefangen genommen. Und dann ist er plötzlich in England aufgewacht. Also, I guess, die haben dann diese geheimen, verbotenen Experimente an ihm gemacht. Und seitdem hat er jetzt Kräfte. Okay, ich sag's, wie es ist. Ist irgendwie gar nicht geil, hier zu wohnen, oder? Er sieht schon irgendwie echt scheiße aus. Vorhin dachte ich mir, Alter, hat er ein geiles Haus. Aber jetzt? Seitdem ist er die ultimative Lebensform, ja. Diese schwarzen Balken machen mich fertig. Wieso sind die so breit? Oh, keine Kekse. Fünf Jahre keine Kekse gaben. Fünf Jahre auf Kekse gespielt. Er soll dich immersiv denken, sei es, es sei ein Film. Mich facken die gerade nur ab. Die Schraubung ist lockt. Okay, der hat hier so einen geheimen Bunker unter dem Haus. So, wo so super viele Waffen versteckt sind, so auf Dingens angelehnt. John Wick. Das Regal fährt jetzt so weg und dann, buh, 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 so ein ganz Arsenal an Waffen. Außerkörperliche Fragen. Außerkörperliche Fragen. Oh, okay. Hey. Markus ist ein gut verbundenes Mann. Astralreisen. Schott dummes Kind. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt dann irgendwann, also, ich hätte wahrscheinlich als Kind irgendwann aufgegeben. Ich müsste fünf Jahre lang gegen meinen Vater Schach spielen, damit ich Kekse essen darf. Dann würde ich mir auch irgendwann denken, ja, schieb dir deine Kekse sonst wo hin. Äh, okay, für den Schießraum. Schießanlage. Hey, Bro. Don't forget the check you can before tomorrow. I wanted some more rounds, but you should double check. They should be in the shooting range. Since my abduction, I see the world in a different way. Or should I say, I see it in a different rate. Anderem Tempo. Okay. It's beautiful to watch, but leaves a splitting headache. Er kann halt jetzt in Slow-Mo sehen. Max Payne einfach. Bullet Time. Ui. Ui. Digga, gegen die Welt will er hier kämpfen. Blocky. Blocky Palor. Einer meiner Lieblingsfilme. Der Kampf des Jahrhunderts. Okay. Ja, ich finde auch, er hört sich deutsch an. Okay, ich kann eine Kombo beenden. Bam, Junge. So. Na, das war's. Kontern. Ich kann parieren. Achso, okay. Ist ein Quicktime-Event. Er nimmt Schattenboxen viel zu ernst. Ja, das ist eine seiner Halluzinationen. Und wir aufhören. Okay, Nahkampf ist ein bisschen OP mit dem Dreieck drücken. Das ist so ein bisschen wie damals Assassin's Creed. Wo man mit dem Dolch die ganze Zeit nur steht und eine Taste drückt und alle wegkontert. Und dann stehen da so 50 Wachen um dich herum und du musst nur eine Taste drücken. Und bist quasi unsterblich. Das war noch, das war noch Gaming, ja. Das war Peak. Und Chef, dankeschön für 43 Minuten. Okay, wenn er aus der Kontrolle gerät, dann hat er Dinge kaputt gemacht und Leute getötet aus Versehen? Oder was? Ich weiß, was du denkst. Welcher normaler Person hat eine Schuss-Range in ihrem Basement? Na klar, ich bin kein normaler Person. Besonders, es war Markus' Idee. Ich dachte, ich würde mit meiner Rehabilitation helfen. Die Routine ist gut für einen Soldaten. Aber er weiß nicht, was es ist. Die sehr Sanität, die sich in meinem Gehirn fühlt. Das ist, warum ich versucht, Dinge die古ischem Art zu machen. Das ist, warum ich versucht, Dinge die古ischem Art zu machen. Schade. Er ist anders als die anderen, ja. Aber Moment, er hat gerade mit uns gesprochen, ne? Nein, wirklich. Bruder wohnt in einer Strandvilla. Und dann sagt er, du wunderst dich, wieso ich einen Skistand habe, ne? Du denkst, ich bin eine normale Person, ne? Aber da irrst du dich. Ich bin alles andere als normal. Danke. Danke, dass du das erwähnst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist ein ganz normaler Typ, der in der Vorstadt wohnt. Ja, I guess, ich bin hier fertig. Hey, ich habe mich verlaufen. Ach, hier. Oh, Halluzination gehen wieder los. Wake up. Ian, wake up. Wake up, Ian. Scheiße. Nicht schon wieder die nackten weißen Männer. Ich glaube, das war ein Jumpscare. Ich glaube, das war ein Jumpscare. Hey, Rave Yard. Oh, der Origami-Killer. Heavy Rain. Der Kreis schließt sich. David Käfig hat wieder gezaubert. Reiche Leute, die relatable sein wollen. Ja. Junge, es gibt einen Charakter bei Metapher. Ja, und ich spiele in der Metapher momentan. Da gibt es einen Charakter, die auch so recht, recht, sage ich mal, privilegiert ist, aber immer sich so tut und so redet, als wäre sie halt, als hätte sie voll die Probleme so, während andere drumherum so irgendwelche Rassen sind, die so voll versklavt werden und voll die wirklichen Probleme in der Gesellschaft haben und die so, Entschuldigung, aber mir geht's auch schlecht. Meinst du Best Girl? Ich will halt nicht spoilern, wie sie heißt. Aber sie hat blonde Haare auf jeden Fall. DK8200. Ein halbautomatischer 9mm bis 0 mit 8 Kugeln pro Magazin, mittlere Schaden, geringe Genauigkeit. Also sie ist nicht mein Best Girl. Ja, sie geht mir voll auf den Sack. Jas und ich machen uns doch die ganze Zeit über Sino lustig, weil die halt wirklich so, immer wenn irgendwie Leute im Spiel so Leute darüber reden, dass die irgendwelche Probleme haben, weil es geht ja halt in dem Spiel viel darum, dass halt so viele verschiedene Rassen sind und dann gibt's halt Rassen, die sind halt privilegierter. Es gibt welche, die sind halt weniger privilegiert und die gehört eine Rasse an, die halt so ein bisschen, so ein paar Problemchen hat, aber sich dann immer so ein bisschen gleichstellt mit den anderen, während die anderen so, ja hier und ich wurde als Kind versklavt und an mir wurden Experimente durchgeführt und dann kommt die immer so, Entschuldigung, aber ich, ähm, damals in der Schule, die haben gesagt, ich bin doof. Alter, die Spiegel funktionieren, sind aber nicht Hi-Res. 2018 gab's noch keine Hi-Res Spiegel. Hey Jules, was geht ab? Äh, was war jetzt mein Plan? Ich war irgendwie gerade bei Metapher. Äh, geh ins Bett. Ah, okay. Ja, I guess wir gehen jetzt in den nächsten Traum, ne? Wir ziehen noch nicht los und kämpfen gegen diese Organisation oder so, wo wir irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Es gibt, ich glaube, du brauchst ne Brille. All right. Concentrate. No nightmares. The woman from my dream last night. She has to mean something. Stell dir einfach vor, du bist ein Super Saiyan. Und wenn alle Träume kommen, dann kannst du dir einfach alle verprügeln. Du musst schreien. Oh, er kriegt gleich einen feuchten Traum. Seine Konzentration, wie er versucht, keine Albträume zu haben, er denkt an der Geile. Konzentriere dich, Ian. Da ist so diese Frau und die sieht ultra geil aus. Denk an sie. Das ist mal ein Strat, ja? Fuck, jetzt kann ich nicht schlafen, jetzt bin ich horny. Mann! Auf einmal hat er ein Tattoo im Gesicht. Oder hat er das vorhin auch schon gehabt? Oh, Schachminispiel! Was für Frau er denkt an die nackten weißen Männer? Ja, das ist das Ding. Seine Albträume sind nackte weiße Männer. Und er will sich einreden, dass er eigentlich hetero ist. Deshalb versucht er die ganze Zeit an die Frau zu denken. Ja, ich sollte meine Fresse halten. Wir spielen einfach Schach. Aber wo ist der King? Du bist der King. Ja, ich werde gleich für euch alle Kekse verdienen. Ich werde so lange spielen, bis jeder von euch einen verdammten Keks bekommen hat. Was geht? Das ist irgendwie noch nicht so richtig klar. Wir sind in einer Welt, wo irgendwie Experimente an Menschen geführt werden, damit sie irgendwelche Superkräfte bekommen. Und an dem wurden wohl solche Experimente durchgeführt. Und seitdem hat er Halluzinationen und komische Träume. Geheimnisse der Vergangenheit. Ich habe den King gefunden. Ich habe den King gefunden. All hail the Kings! The King! Ich hoffe, du musst richtig Schach spielen. Ja, ich kann ja Schach. Ich habe ja schon mal gegen euch gespielt, gegen Chat gespielt. Hab gewonnen. Also wird das wohl easy sein. Nö, ich hatte meine Klappe. Das ist eines meiner größten Erfolge im Stream, okay? Einer meiner größten Erfolge meines Lebens. Schach nennt man das. Ich muss wirklich Schach spielen. Ich muss wirklich Schach spielen. Autsch! Außerhalb der Queen, die Paun oder Rook. Aber wenn ich sie so einander bewege, werden die anderen entgebrochen. Hat er da so ein anderes Auge? Der hat tatsächlich die Augen hier. Tränen, Metro, Chemie. Wie Juno aus Final Fantasy X. Als ob ich nicht Schach spielen darf. Als ob das jetzt einfach nur ein Film ist. Warum kann ich nicht schreien? Wenn die Bühne ein Kranker ist, bin ich. Männer, Verlierer, Junge. Heterochromie, okay, sorry. Digga, was jäbt er da? Da gab es so eine Folge, wo es darum ging, dass der Arthur, also der Vater von Carrie, mit ihr immer früher Brettspiele gespielt hat, aber diese Brettspiele so immer so richtig ernst genommen hatte und jedes Mal, wenn sie dann verloren hat, was sie halt immer hatte, hat er die dann immer so richtig fertig gemacht und ausgelacht und sie hat davon so ein Trauma und das ist gerade bei ihm passiert, weil er mit seinem Vater ja mal als Kind immer Brettspiele gespielt hat oder Schacht gespielt hat und der Vater hat es schon auch immer mies ernst genommen. Das, was Mung jetzt gerade sagt, wollte ich noch ansprechen im Stream, habe ich ja vergessen. Chat, wir haben diese Woche das Freitagstürchen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wir haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Game Awards diese Woche, sprich, ihr müsst euch jetzt alle Urlaub nehmen. Schnell für Freitag, weil wir werden irgendwie bis 5 Uhr, 4 Uhr morgens rein streamen und ich bin dann auch über das Wochenende leider weg. Das ist das, was ich ja schon am Anfang des Kalenders mit euch darüber gesprochen hatte, dass wenn wir in der Trendskalender machen, dann wird es leider eine Lücke geben im Trendskalender und zwar der 14. und der 15. Ich fahre halt Freitag weg mit meiner Familie, so kleinen Winterurlaub mäßig und bin halt erst Sonntags wieder da. Ich weiß aber nicht, wann ich Sonntag wieder da bin, deshalb habe ich für Sonntag jetzt auch kein Türchen geplant, aber kann sein, dass wir irgendwie früh nach Hause kommen oder so und dann kommt spontan noch ein Türchen, aber das weiß ich noch nicht. Deshalb, Freitagstürchen gibt es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und Samstag und Sonntag gibt es keine Türchen. Höchstens vielleicht spontan am Sonntag gibt es ein Türchen. Ja, das wollte ich noch sagen. Und Donnerstags gibt es dann quasi zwei Streams, nicht quasi, sondern es gibt Donnerstag zwei Streams, einer ist um 16 Uhr, da machen wir ein Türchen für Donnerstag, dann geht das Stream wieder aus, dann bin ich auf einem Konzert und komme nachts nach Hause und dann starten wir wieder gegen 23 Uhr circa einen Stream oder irgendwie so 23 Uhr, halb zwölf oder so. Starten wir in den Stream, machen dann das Freitagstürchen und sliden dann in die Game Awards rein, die dann irgendwie um 1 Uhr, halb zwei glaube ich kommen. Und schauen die dann, bis die dann, keine Ahnung, die laufen dann irgendwie bis 4, 5 Uhr morgens oder so. Snoop Dogg Performance bei den VOD, einfach Spoiler. Äh, das ist keine Band, das ist ein Alexander-Marcus-Konzert. So. Ja, wollte ich nur nochmal Bescheid geben hier im Stream. Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet, aber jetzt nochmal. Hier. Ja. Origami-Killer. Jo, das sieht hier aus wie ein Control. Das Büro. Büro. Du kannst es herausschaffen, Ian. Du musst nur kurz deine Kräfte einsetzen. Geh weiter, du hast es fast geschafft für den Weg aus dem Irrgarten. Boah, das wird doch safe darauf hinauslaufen, Chad, dass, auch wenn er da in dieser Strandvilla sitzt, dass das auch eigentlich alles nur ein Traum ist. Astralreise. Astralreise. Jetzt fliege ich zu euch nach Hause und werde euch bespannen. Guck mal, da ist jetzt der Draghi. Der ist nackt, lol. Bin ich jetzt drüben? Nee. Wie lande ich jetzt hier? Ich denke mal, ich muss hier landen. Oder wohin soll ich fliegen? Dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass alles hier nur ein Traum ist, auch die Villa und so. Und der ist halt so eine doppelt, dreifach Traumebene. Und am Ende war alles nur ein Traum. Er wacht auf und ist eigentlich im Koma. Lieblingsplot-Device. Digga, ich kann da nicht landen. So, ich kann es nach unten fliegen. Drücke L2, um nach oben zu fliegen. Vielleicht muss ich raus einfach. Ja, er ist einfach in Syrien. Er wurde gar nicht in Syrien gekippt, sondern der hatte da irgendwie so einen Unfall oder so. Wurde irgendwie angeschossen oder so am Kopf oder so. Oder irgendeine Splittergranate, bam, bam. Und er liegt seitdem im Koma oder so. Digger, wohin mit mir? Am Freitag den 13. Alexander Markus schauen. Nee, nee, am 12. Der Bro ist Assad kurz vor der Revolution. Hä, wo muss ich hin? Zum Aufladen der Fähigkeit halte er zwei und lasse dann... Ich habe keine Fähigkeiten. Ja, schon jetzt ein Problem. Nach unten? Nach unten geht nicht, oder? Doch. Nee, hier ist unsichtbare Wand. Und Sabaton-Fan, Dankeschön. Für sechs Monate. Willkommen im Silversquad. Nach oben? Ja, nach oben kann ich auch nicht raus. Das ist auch eine unsichtbare Wand. So weiter geht nicht. Und ansonsten ist hier oben halt nichts. Oh, okay. Ja, ich musste einfach das machen, was da steht. L2, R2 und so. Okay, ich habe das Ding getroffen, oder so. Und jetzt habe ich eine Tür aufgemacht. Ich weiß nicht, wie lange wir heute streamen. Wenn das Spiel unterhaltsam genug ist, ballern wir heute durch das Spiel. Dann kann es ein bisschen länger noch gehen. Wenn es hängen bleibt und abstürzt. Oh, okay. Wenn es nicht so unterhaltsam ist, dann er geht es nicht so lange. Muss ich jetzt immerhin die so reinrasen, oder was? Oh mein Gott. Freut mich, Stift, dass es dir gefallen hat. Gegeneinander bouncen, oder so. Okay, die mussten wohl alle einfach die Wand berühren, oder so. Ich check noch nicht genau, was die von mir wollen. Apropos neues Video, ich hasse dich für den letzten Moment in dem Video. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Fan bin von dieser Mechanik. Das war eine geile Astralreise. Ja, ich muss irgendwie Billard spielen, oder so. Nur, es gibt keine Löcher. Ich glaube, der ist so eine komische Aura, oder so. Und ich glaube, ich muss hier hinter die Aura schießen, oder so. Wie ist das, Kacke, ey. Ich krieg die Kugel da nicht raus. Na jetzt. Hä? Hä, wieso ist da wieder eine Kugel? Wo kommt die denn jetzt her? Oh Gott, ist das Kacke. Die rollen hier einfach wieder runter. Alter, bitte. Das geht nicht. Wieso rollt die andere nicht raus? Ja, jetzt sind doch alle drin. Okay, ist das doch jetzt nicht die Aufgabe, die ich machen muss? sch zöner dir sie aber jetzt. 20, 20, 20, 21. Ja, du bist das, Jetzt ist hier nicht mehr so eine komische Wand. Ich check gar nichts mehr. Tutorial bitte. Hä? Jetzt ist diese komische Aura auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist ja keine Aura, Chat. Ähm. Das ist, ähm. Ähm. Äh, die Reichweite, wo ich rumfliegen kann. Astralreise und so. Irgendwas muss ich wahrscheinlich da mitmachen, I guess. Aber I don't know. Oh, ich kann die hochheaten. Ähm. 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 Gibt's denn leider nichts anderes. Ich glaube, du wirst dann nicht mehr auf den Geschmack kommen. Ja? 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 So, Chat, wieso leuchtet der und die anderen nicht? Wieso leuchtet der und die anderen nicht? Jetzt leuchten die anderen. Nee. Hä? Du hast den einen elektrisiert quasi. Meinst du, das ist... ...der Plan? Die schwebt halt auch so. Die ist jetzt irgendwie so... ...Gravity-free. Oh mein Gott, ich hausse das. Äh, Boxen geht nicht, nee. Die fliegen auch nicht so hoch wie die andere Kugel. Nur die, die so komisch aufgeladen ist, die ist irgendwie so... Hä? Du lädst dich da oben an dem Strom auf in der Astralreise, Gäste. Nee, wenn ich da reinfliege, dann fliege ich... Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich bin vorhin... ...in die Blitze reingeflogen... ...und ich hab mir die Astralreise beendet. Aber ich denke, es lag nicht daran, dass ich die... ...Blitze berührt habe, sondern es lag, glaube ich, daran, dass ich zu weit vor meinem Körper war. Und dann dachte ich... ...dass es daran liegt, dass... ...ja, ich darf die Blitze nicht berühren. Ja, das ist ein Gamer-Game. Da wird dir nichts erklärt. Das ist wie Dark Souls. Da musst du alles selbst verstehen. Boah, Labyrinth. Das wird geil. Ich liebe Labyrinthe. Dinge, die noch nie jemand gesagt hat in einem Videospiel. Ich bin so glücklich, dass ich dich sehen kann. Ich bin so glücklich, dass ich dich zu sehen konnte. Aber du warst noch krank. Aber ich wusste, dass sie schlafen waren. Kannst du mich hören? Ich glaube, in ihren rastlosen Träumen sieht sie immer Silent Hill. Oh, Chad, es wird darauf hinauslaufen, dass die, ähm, als der da in diesem, in Syrien da diesen Unfall hatte und dann irgendwie alles vergessen hatte, was passiert ist. Die haben irgendwie die Erinnerung an seine Frau gelöscht. Ich weiß nicht, wieso sie das hätten tun sollen, aber darauf läuft es doch bestimmt hinaus. Ich glaube, die ganze Zeit im Kreis. Aber ich habe oft, wenn ich so, so krank bin und dann, äh, so einen typischen Fiebertraum habe, dann sind es bei mir auch oft, ähm, Labyrinthe. Labyrinthe, aus dem ich dich entkomme und ich laufe die ganze Zeit nur durch ein Labyrinth. Ich hasse solche Fieberträume. Und das ist quasi sein Fiebertraum gerade. Bisschen boxen. Tja, was ist denn, scheiß Labyrinth. Ich bin wieder am Eingang. Was hast du für Träume? Kennst du nicht so, so, so Fieberträume? So, wenn man irgendwie so erkältet ist? Und dann hat man immer so komische Träume, die irgendwie so endlos sind, aber irgendwie auch mega auslaugend und anstrengend. Es ist dann nichts irgendwie so, nichts irgendwie Verstörendes, sondern sowas, also bei mir ist es jedenfalls immer so, dass es dann immer so sich lupt. Irgendwas lupendes. Dass ich entweder die ganze Zeit irgendwo hingehe und es wiederholt sich dann immer wieder und immer wieder. Oder wie gesagt, so ein Labyrinth. Du gehst in einem Labyrinth, aber es gibt irgendwie kein richtiges Entkommen und du bist die ganze Zeit nur im, läufst die ganze Zeit im Kreis. Und das lupt sich dann, ja. Schrecklich. Ich hätte gerne mal einen Fiebertraum, nur um zu wissen, was das ist. Ich glaube, Fieberträume will man nicht haben. Ich wette, er liegt im Koma. Ja, safe. Kriegs- und, äh, der war ja im Krieg. Safe ist irgendwas passiert. Das habe ich oft, wenn ich, äh, schlecht schlafe und um Halbschlaf bin. Boah, ich hatte heute, ähm, morgens, einen richtig anstrengenden Traumschlaf-Halbschlaf-Gedöns gehabt. Und zwar hat mein Wecker halt die ganze Zeit geklingelt. Ich bin wieder am Anfang. Mein Wecker hat die ganze Zeit geklingelt. So halt, ne, äh, ähm. Achso, ja, er hat geklingelt. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Mein Wecker hat die ganze Zeit geklingelt. Und ich habe halt die ganze Zeit einen Traum gehabt. Äh, dass ich versuche, den Wecker auszumachen. Aber er geht nicht aus. Und es ging so eine Stunde. Weil ich hatte den Wecker ja auf zehn gehabt. Ne, halb zehn. Und bin erst so richtig, erst richtig wach geworden. So gegen halb elf, kurz vor elf. Und davor habe ich die ganze Zeit diesen Scheiß-Traum gehabt, dass ich mein Handy suche, dass ich versuche, dieses Handy irgendwie auszumachen. Und, äh, boah, ich weiß nicht, ob ihr relaten könnt, aber Handy-Weg-Ton mit Vibration. Und dieses Vibrationsgeräusch. Ist das für euch auch so massiv triggernd? Dieses, die ganze... Egal, was das für ein Ton ist. Egal, ob das irgendwie ein lupender Ton ist, der die ganze Zeit... ...macht oder so. Scheißegal. Aber dieses Vibrieren. Boah. Das Vibriergeräusch von einem Handy. Das ist so triggernd. Aber ich kann das nicht... Wenn ich das ausmache, werde ich nicht wach. Ich brauche das. Aber ich hasse es. Aber wenn es halt nicht vibriert, werde ich nicht wach. Digga, was ist das für ein Labyrinth? Was ist irgendwie hochschauen oder so? Okay, ich gehe jetzt die linke Wand entlang, okay? Ich bekomme einen halben Herzinfarkt, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme. Okay, nee, so schlimm ist das bei mir nicht. Das ist nur beim Schlafen schlimm. Mich stören sogar Vibrationsgeräusche in Filmen und Serien. Crazy. Also so außerhalb von Schlafen stört mich das nicht. Aber im Schlaf, boah. Wenn man dann morgens noch irgendwie am Dösen ist oder so und dann dieses scheißnervige Geräusch von Vibrieren. Könnt ausrasten. Könnt das Handy einfach in zwei Teile brechen. Macht mich richtig wütend. Junge, es gibt keinen Ausgang hier. Es ist gerade wirklich einfach ein Fiebertraum. Ich hasse so Träume, bei denen man im Traum versucht, die Augen so aufzumachen, aber es geht nicht. Dann kommt so langsam der Wechsel zwischen Traum und Wirklichkeit und man versucht dann in echt die Augen zu öffnen, während man auch am Träumen ist. Bruder, ich finde das so abnormal heftig. Klingt gruselig, Mann. Stimmt, ich kann ja fliegen, ne? Aber was bringt mir das? Also ja, ich kann jetzt drüber schauen, weil dieser Effekt nervt mich auch, ey. I guess da lang. Guck mal hier, die Tür ist irgendwie fake. Hab mir einen Pager für meinen Server eingerichtet und vergessen, dass ich einen hatte. Hab mich ja dann auf der Arbeit erschrocken. Was für ein Pager für deinen Server, Junge, du klingst. Als wärst du aus irgendeinem Early-2000er-Film, der gerade irgendwie versucht, was zu sagen, was der Zuschauer nicht checkt, weil du irgendwie so ein IT-Nerd bist. Ja, guck mal, die Wand ist fake. Das beschreibst du ganz gut, denke ich. Kennt ihr das, wenn man träumt, man wacht gerade auf und man macht die ganze Zeit hektisch seinen Tagesablauf und wenn man aufwacht, man isst richtig auf und dann nochmal alles? Nee, das kenne ich nicht. Also du wachst quasi auf, also du denkst, du bist aufgewacht, machst so deine Morgenroutine und dabei bist du gar nicht wach und dann wachst du das richtig auf und musst das nochmal alles von vorne machen. Ich hatte als Kind sehr oft Träume, wo ich nicht reden konnte, aber Hilfe brauchte. Oh, das klingt fürchterlich. Es ist obvious, dass das hier irgendwie kaputt ist, äh, irgendwie was nicht stimmt. Oder? Vielleicht muss ich weggehen. Und dann öffnet sich das und dann fliege ich da hin oder so. Immer wenn ich einen stressigen Tag habe und Zeit knapp ist, passiert das. Okay. Nee, bleibt alles. Okay, versuchen wir einen anderen Weg zu finden. Da ist Sackgasse. Dann gehen wir hier rein. Da geht's zurück. Hä, und da geht's auch eine Sackgasse. Es gibt kein Entkommen. Und das Einzige, was halt hier so auffällig ist, ist das Ding hier. Kann ich die Kugel rammen? Nee. Kurz vorm Aufwachen dann träumen, dass man den, äh, gewohnten Morgen abläuft und dann erwacht. Kenn ich gar nicht. Hat ich noch nie gehabt. Da kann ich nicht relaten. Ja, ich hab versucht, die Wand zu rammen. Geht auch nicht. Wo war nochmal die Fake-Wand? Ich hab versucht, die zu schlagen. Ich hab versucht, die astral mäßig zu rammen. Hier. Aber dann passiert halt nichts. Von der anderen Seite? Vielleicht, maybe? Auch nicht von der anderen Seite. Kann ich zu den Knöpfen vielleicht fliegen, wenn ich in der Nähe bin? Ich geh mal hier so. Dann müsste ich, glaub ich, hier so am nächsten sein. Oder? Nee, die sind da hinten. Boah, ist der Effekt ätzend. Von oben? Stimmt, es gibt so eine Ikea-Lampe. Die sieht so aus wie die Kugel. True. True. Hier. Ich dachte vielleicht, irgendwie zu diesen Knöpfen. Aber ich komm da nicht hin. Ansonsten so in der Nähe, da wo ich nicht hin kann, gibt's auch nicht irgendwelche Kugeln, die ich wieder stoßen kann. Was ist dieser dumme Traumsequenz-Scheiße? Komm, gibt's der Wand? Das Game ist doch tot, ne? Zu den Muttern da oben in der Luft. Welche Muttern? Das da hinten, meinst du? Oh mein Gott, da ist was drin. Wieso war da was drin? Öffnet sich trotzdem nicht? Hat sich trotzdem nicht geöffnet. Die Kugel ist weg. Ich hab jetzt irgendwas aktiviert, was Grünes. Glaub ich. Ne. Ich hab, äh, den Orangenen ausgemacht. Boah, ich seh gar nix. Hier ist noch einer. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach nur alle ausmachen. Okay, das ist also die Lösung. Ey, Junge. Ey, Junge, was ein Rätsel, Mann. Apropos Träumer, habt ihr euch schon mal gefragt, was wohl eure persönliche Höllenschleife ist? Was für eine Höllenschleife? Was ist eine Höllenschleife? Ist das so Informatik-Quatsche jetzt? Ich hab Angst vor, äh, HTML-Strings. Okay, ich muss irgendwie dahin. Da muss ich hin. Äh, aber da geht's, gibt's keinen Weg? Oder geht, das reicht nicht. Äh, vom Eingang aus vielleicht. Hey, Klobby, was geht ab? Denke mal, das unendliche Leben in der Hölle, wo man geplagt wird von seinen Ängsten. Okay. Mal vor allem, wie ist es jetzt biblisch? Das ist doch zu weit weg. Ah, ich bin noch gar nicht am Eingang. Ähm, das ist auch gar nicht der Eingang hier. Ich muss da rein. Boah, ist das ein scheiß Effekt. Ich muss immer meine Augen so zusammenkneifen. und es tut dann irgendwann weh im Kopf. Ja, quasi, wenn man das Ausmachen, was? Das Ausmachen Serien kennt. Böse Menschen kommen in die Hölle und dort wird deren Seele für immer bestraft, indem sie immer wieder ähnliche oder gleiche Szenarien durchlebt. Aber die Person checkt nicht, dass es sich immer wiederholt. Ja, das Fegefeuer. Du brennst die ganze Zeit und hast die ganze Zeit brennende Schmerzen. Aber du stirbst nicht daran. Das ist die Hölle. Boah, imagine, du wirst einfach, du wirst gewaterboardet. Du wirst gewaterboardet? Ja, stell dir vor. Du wirst gewaterboardet, aber du kannst nicht daran sterben. Die, das wäre auch eine crazy Hölle, oder? Du bist quasi die ganze Zeit am Ertrinken, aber du ertrinkst nicht. Und das in alle Ewigkeit. Hey, Lava, Herzens, geht ab. So. Ich glaube, das ist das Nächste, was ich machen kann. Weiter komme ich nicht ran. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh, es hat gereicht. Okay, lol. Aber kann man dann nicht einfach das Wasser einatmen? Ja, das wäre ja dann das eigentlich, wo du ja sterben würdest. Ich glaube, man sagt ja, wenn du unter Wasser bist und du versuchst einzuatmen und dann dadurch Wasser in die Lunge bekommst, dann stirbst du ja davon. Aber das kannst du dann nicht machen in deiner ewigen Hölle. Was ein fürchterliches Labyrinth. Ich hoffe, diese Mechanik wird nicht nochmal kommen. Und was, wenn ich ein Fisch bin? Boah, bist du so ein Dingens? Es gibt ja so Leute, die haben so das so gemacht, dass ihr Fisch-Videospiele spielen kann. Und wenn ein Fisch dann irgendwo hinfliegt, äh, hinschwimmt, dann kommt so ein Input. Bist du so ein Fisch im Glas, der gerade mit uns hier schreibt? Das ist ja voll cool. Ähm, was würde ich einen Fisch fragen? Wenn ich mit einem Fisch reden könnte, was würde ich einen Fisch fragen? Ähm, wie ist das Wasser? Ich denke erst sowas Persönliches. Also Kegi macht den Stream an, aber die Frame-Drops gehen nicht weg. Und es ist egal, was er macht, aber die Zeit schreitet einfach nicht voran und die Uhrzeit zeigt immer dieselbe Uhrzeit oder so. Deswegen beendet er auch den Stream nicht oder so. Das wäre meine Hölle. Ich bin wieder da, hast du mich vermisst? Bonfire. Bonfire. Was geht ab, Spiral-Maus? Willkommen zurück in der Community. Und wie es aussieht, bin ich eine Marionette. Ich streame nicht nur, ich mache sogar wieder Videos. Heute ist quasi dein Geburtstag, denn genau heute habe ich sogar ein neues Video gemacht. nur für dich, Spiral-Maus. Nur für dich. Hör auf mit dem scheiß Kegi-Arm, ihr Freaks. Erinnerst du dich an gar nichts mehr? Ist das ein Grab? Digga, wieso ist das Spiel wieder so dunkel? Ich sehe gar nichts. Ich sehe immer noch nichts mehr. Ach, soll das die Stelle sein, wo die Schach gespielt haben? Jetzt schied hier ein Grab. Da liegt jemand. Wir dürfen keine Coyote teilen, wir dürfen keine Kegi haben. Was dürfen wir denn? Ihr dürft mir euer Geld geben. Also, ich sehe gerade wirklich gar nichts. Also, ich kann mich irgendwie bewegen, aber ich sehe hier gar nichts. Ich habe auch keine Taschenlampe. Ich kann aber buh, 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 buh machen. Ist das schrecklich. Also, wenn wirklich jetzt das Großteil des Spiels diese Mechanik ist, ne? Ey, die Trailer, die ich gesehen habe, da ist viel buh, 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 schießen und so. Wenn das jetzt der größte Teil des Spiels ist, dass ich die ganze so diese Astralreisen machen muss. Tote Nummer an der Stelle. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich fühle nichts. Ich kann hier durch die Wand fliegen. Da verläuft irgendwie ein Kabel oder so. Ein Tentakel. So, I guess ich drehe mich jetzt um und gehe und dann komme ich da durch die Wand durch? Nein? Nein? nicht so, ich werde ich werde dich 아니, ist. Ja, ich werde đi gender und nicht so. Diese gelö�end Was genau haben wir denn hier in einer Astralreise? Ich versuche gerade die ganze Zeit zu dir nach Hause zu fliegen, Sadie, damit wir hier im Stream sehen können, was du gerade machst. Aber ich komme hier nicht aus meinem Raum raus. Ich kann in meinen eigenen Körper reinschauen, voll ekelhaft. Von der Seite? Kannst du an den Sarg rammen, habe ich auch gerade schon versucht, aber es ist auch nichts passiert. Ich kann es nochmal versuchen. Der Sarg ist weg, das ist ein Tisch, das war die ganze Zeit ein Tisch. Die Puppen, Baby. Vielleicht muss ich die richtige Puppe finden? Ich meine, diese Puppe ist so beleuchtet. Baby ist es die? Oha, Goaty ist einfach hier. Wieder mal ein deutsches Meisterwerk der Gamingindustrie. Ja, wie sollen die Deutschen auch vernünftig Videospiele machen? Wenn der Staat die nicht mal unterstützt? Wenn die lieber in die zwanzigste scheiß deutsche Kribiserie rein investieren, die auf ARD läuft. Anstatt das Geld mal in andere Unterhaltungsmedien reinzuballern. Wie sollen die auch vernünftig Videospiele machen? Also wirklich, in Deutschland, Videospieleentwickler bist halt komplett gearscht. Und dann entsteht halt sowas hier. Also es ist sehr obvious, dass hier irgendwie ein Hinweis. Oder? Aber ich kann dagegen rammen. Ich kann da machen, was ich will. Es passiert halt nichts. Lass meinen ARD-Krimiserien. Da steht auch irgendwas von Sun oder so. Also astralmäßig kann ich hier durchfliegen. Das bringt mir aber absolut nichts. Ich kann ungefähr bis zum Stuhltisch fliegen und das war's. Hier fliegen Puppen in der Luft. Keine Kugeln, die man bisher immer so in Astralreise anbouncen musste. Egal wo ich hingucke. Normalerweise sieht man diese Kugeln ja schon so durch die Wände. Jetzt sehe ich hier gar nichts. Ich kann auch durch die Wände nicht fliegen. Nur an dieser einen Stelle kann ich durch. Ist das Spiel scheiße? Ist das eine Kugel da drin oder so? Kannst du die wieder boxen? Die Wand niederboxen? Okay, ich sitze jetzt genau davor. Ich glaube, ich kann die gar nicht boxen. Ich drücke gerade. Kreis fürs Boxen. Es passiert nichts. Ich fand Desperados 3 von Mimimi Games überragend. Ja, aber da ist wahrscheinlich ein größerer Publisher hinter, der nicht deutsch ist, oder? Das ist es ja. Das ist ja genauso wie bei Ubisoft. Sowas wie mit Bluebyte und Arno. Die machen ja auch immer gute Spiele. Oder Deck 13. Okay, Deck 13 ist schwierig. Ist auch nicht immer geil. Aber ja, wir haben halt keine richtige Subvention in Deutschland für Videogames. Wenn du als deutscher Videospieler machen willst, dann musst du ins Ausland. Dann musst du mit Leuten außerhalb arbeiten. Ansonsten bist du in Deutschland komplett gearscht. Und machst dann solche Spiele. Ich glaube, wir werden das Spiel heute nicht durchspielen. Oh, ich bin aus dem Chat rausgeflogen. Cool. In die Tür reindaschen? Welche Tür? Hier gibt es keine Türen. Du meinst da rein? Publisher war THQ Nordic, ja. Jetzt bin ich weitergelaufen. Ist hier ein Labyrinth? Kann es sein, dass hier ein Labyrinth ist? Da ist bestimmt ein Labyrinth oder so. Okay, der sitzt jetzt hier an der Wand. Das heißt, er muss sich jetzt umdrehen. Ich gehe rückwärts. Also wenn das wirklich die Lösung ist, was ist das für ein fürchterliches Spiel? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Niemand sieht hier was. Ich bin gefühlt wieder näher gekommen. Ich bin wieder zurückgekommen. Da sind so Kabel auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ich diesen Kabeln folgen muss. Jetzt bin ich irgendwie so und jetzt muss ich hier um die Ecke laufen. So, jetzt habe ich mich wieder gedreht und jetzt geht es da weiter. Das ist doch nicht wirklich die Lösung hier, oder? Okay, jetzt stehe ich vor einer Wand und diese Kabel gehen in die Wand rein. Jetzt habe ich versucht die Wand gegenüber. Also, entweder ich verstehe etwas extrem gewaltig an diesem verdammten Spiel nicht. Oder ist es einfach komplett Garbage? Ja, ich weiß ja nicht mal, ob das ein Labyrinth hier ist. Vielleicht ist hier gar kein Labyrinth. Vielleicht muss ich was anderes machen. Aber ich weiß es ja nicht. Das Spiel redet nicht mit mir. Okay. Okay, hier scheint rechts und links eine Wand zu sein. Wenn ich hier durchgehe geradeaus, da ist auch eine Wand. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Das heißt, ich bin weg. Das heißt, ich kann ja nur nach hier hin. Und hier sind auch zwei Wände. Also, es sieht so aus. Es sieht so aus, als wäre halt... Also, jetzt von oben gesehen. Das so aussehen. Und hier ist dieses grüne Zeug. So. Und ich laufe die ganze Zeit hier durch diese Gänge. Hin und her. Und da gibt es irgendwie gar nichts. Und das einzige, was irgendwie nach was Besonderem aussieht, ist diese grüne Scheiße. Also, wie abstrakt ist das hier? Also, wie abstrakt ist dieses Rätsel, dass ich es nicht checke? Oder ist es irgendwie ultra-obvious? Und ich denke zu abstrakt. Ich finde nicht mehr zurück zum Grün. Herr Atres, es geht ab. Dankeschön. Kuss. Ich bin irgendwie voll weit weg. Ich glaube, ich bin in diese Sackgasse reingelaufen. Ich glaube, ich bin jetzt hier irgendwie reingelaufen oder so. Hier drin. Und ich komme da nicht raus. Stand an dem grünen Fleck nicht ein Text? Ja, aber ich kann auch nicht richtig lesen. Ist das ein Mobile-Game oder warum sieht das HUD so aus? Äh, nee, ist ein Playstation-4-Spiel. Da oben war was. Da war eine Lampe oder so. Okay, ich bin wieder beim grünen. So. So. Diese eine Puppe ist halt hier so besonders markiert. Also mit Licht. Aber ich kann halt nicht die anvisieren. Ich flieg durch. Brightness ist schon ziemlich weit oben. Ich kann doch weitermachen. Aber es bringt halt nichts. Weil wir scheinen ja irgendwas hier zu übersehen. So. Boah, ich gucke jetzt in die Lösung rein. Ich kann es nicht mehr. Ich gucke jetzt in die Lösung rein. Ähm. Ich will wissen, was das ist. Jetzt wird es peinlich, ja? Okay, der ist da irgendwie... Hat er das alles geskippt? Der hat ein ganz anderes Game als VRChat. Der hat ein ganz anderes Game. Wieso hat er ein anderes Spiel? Hier, also... Hier ist die Schachscheiße. Hier waren wir. Und nach der Schachscheiße... ...kommt bei ihm hier so ein komisches Podest. Wo ein Buch mit einem Textmarker liegt. Das hatten wir nicht mal. Und danach hat mich hier nach... ...ein Labyrinth gehabt. Da, da... Das war hier diese komischen Symbole da. Bei uns war hier ein Labyrinth. Bei ihm kommt hier kein Labyrinth. Bei ihm kommt auch nicht dieser riesige fliegende Kopf. Da sind diese fliegenden Dinger. Er fliegt ja überall rein. Er fliegt ja überall rein. Ohne Labyrinth. Aktiviert alle Kugeln. Der hat ein ganz anderes Spiel. Vielleicht spielt er auch leicht. Ja, vielleicht ändert sich da was bei den Rätseln. So, das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Okay, er hat wieder ein Labyrinth. So wie wir. Er scheint dieselbe Version zu spielen. So, und hier wacht er jetzt auf. Every copy is personalized. Ich kann mir vorstellen, weil das Spiel wahrscheinlich über die Jahre ein bisschen gepatcht wurde. Weil es jetzt ziemlich verhasst war. Dass die vielleicht da was geändert haben. Okay, der Käfig mit dem Fahrstuhl. Da ist der Tisch, der aussah wie im Grab. Sarg. Da geht die Wand auf. Das war die Leiche genau, die auf dem Tisch. Die hat sich gedreht. Oh mein Gott, Chad. Ich weiß, was passiert ist. Habt ihr gerade die Animation gesehen, wie die Wand sich wieder zusammenbaut? Als diese Animation bei mir kam, stand ich in der Wand drin. Ja, ich hab'n Bug. Ich wurde hinter die Wand gedrückt. Ich bin out of fucking bounds. Ich bin out of bounds. Ich konnte das Spiel nicht mal durchspielen. Fick mich. Und ich sitz hier seit einer halben Stunde und versuche ein Rätsel zu lösen. Ja, das Rätsel, was ich mir selbst gestellt habe. Junge. Weiß ich, ob das... Und, wisst ihr, ich hab' das nicht mal in Frage gestellt, dass es ein Bug ist. Ich hab's wirklich... Angenommen als Rätsel. Ich dachte wirklich, das ist hier ein Rätsel. Da die Wand zerfällt. Und ich bin dann da drin gelaufen. Irgendwo da hinten. In diesem Loch bin ich die ganze Zeit hin und her gelaufen. Oh Mann, ist das dumm. Oh Mann, ist das dumm. Ja, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ja, die Tür geht jetzt auf und ich kann jetzt einfach gehen. Ist das alles dumm. Ist das kacke. Was? Ian bewegt sich schneller als seine Umgebung, wenn er die Zeit manipuliert. Mit dieser Fähigkeit können patrouillierende Feinde umgangen oder erreicht werden, bevor sie schießen können. Ja, wie? Mach ich? Zeit-Loop, Mann. Ich glaub, das war grad Zeit-Loop. Ja. Okay. Boah. Was machst du da? Wieso klettert der an? Also, die Schatten in dem Spiel sind echt wild, ne? Hey, Arin. Also, dass die Schatten halt so dunkel sind. Also, nicht mal Schatten, das ist einfach wirklich einfach nur schwarz. Krass, Stealth. Das ist Stealth-Tutorial. Okay. Gleich geht der richtige Stealth los. Zeitlupe. Super-Hot. Super-Hot. Unendlich-Munni. Ja, wir sind ja in der Traumwelt. Eigentlich theoretisch kann ich mir jetzt einfach vorstellen, ich hab unendlich-Munni und ich hab unendlich-Munni. Eigentum von Atlas Corp. Oh, guck mal, das ist diese Traumbrille bestimmt, die er gerade eigentlich in der echten Welt trägt. Neurotransmitter-Extractor. Ja, die trägt er bestimmt gerade in Wirklichkeit. Und irgendwelche Ärzte durchsuchen seine Träume. Deshalb hat er gerade so diese Ärzte gesehen, die an dem Tisch stehen. Dieser Leitfaden dient dazu, schnell auf Informationen zum Ausgleich von Neurotransmitter-Spiegeln während der Produktions- und Extraktionsphase zuzugreifen. Neuro-Neutralisatoren-Stateralin-Traum-Status-Gleichgewicht-Neutromie. Digga, sprich doch normales Deutsch. Zerstörung unzulässiger Produkte. Hinweis, jegliche Spuren nachfolgender Substanzen müssen den leitenden Technikern angemeldet werden. Ich-Bewusstsein. Divinitini-Nini. Traumatis- Digga, fuck mich nicht ab. Ich liess keine Scheiße mehr. Hier. Nachdem ich jetzt in so einer Falle hier out of bounds geschickt wurde, lese ich hier mir nichts mehr durch. Hey, Nyoko. Was ist das? Wieso ist da ein random Licht? Eine Taschenlampe oder so liegt da auf dem Boden. Junge, jetzt wo wir Gamma hochgedreht haben, sieht das Spiel ja fürchterlich hässlich aus. Oder? Ich meine, das war davor jetzt kein super hübsches Spiel, ne? Aber jetzt sieht das so aus, als hätte ich irgendwie so einen Filter draufgelegt, dass alles so übergesättigt komisch aussieht. Oh. Okay, schon mal Spoiler. Sieht aus wie Elden Ring, nein. Beleidige nicht, Elden Ring. Könnte dich dein alter Herr jetzt nur sehen. Ich hab uns Musik angemacht. Ich hab gedacht, die, die Stimme sagt erst mal IER. Ich denk mir, hä, was jährt er mich an? Und dann steht da unten IERN. Yeah. War hier schon die ganze Zeit ein riesiger Kopf? Hab ich gar nicht gesehen. Da komm ich halt her, ne? Da bin ich rausgeklettert. Der Takedown. Ja, das ist die Todesanimation. Die töten dich bei Kontakt. Naja, was heißt bei Kontakt? Bei einem Meter Abstand. Töten die dich. Dann wird irgendwie so eine Katzchen getriggert, dass man stirbt. Komma. Okay, ich glaub, das ist nicht der Weg. Nein, das war nicht der richtige Weg. Ja, vorhin musste ich auch in ein Loch reinspringen. Yeah. Ich musste auch in ein Loch reinspringen. Ich darf es schon wieder. Ja. So sieht's dem IERNs Kopf aus. Kommst du denn her? Ey, ihr müsst gleich zusammenfassen, was er gesagt hat. Ich hör ihm nicht zu und ich lese auch nicht, weil ich gerade voll das actiongeladene Game spielen muss. Ich hab nur verstanden, yeah. Ich will gar nicht wissen, wie das Man-Maus sieht. Also in meinem Kopf ist einfach ein Burger King. Interessant. Mit One Piece Shirt, ja. Aber nicht der Sanjo der Raffi-Burger. Sondern schön ein Big King XXL oder ein Chili Cheese. Jetzt hab ich Lust auf Burger King. Oh. 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 Kommst ja. Ist auch so unfair, ne? Wieso machen die so, so leckere Plant-Based Burger? Was soll das? Was soll das? Können die nicht irgendwie scheiße schmecken oder so? Nicht über BK reden, ich kämpfe seit Wochen dagegen an, da schon wieder hinzugehen. Bleibt stark! Ich glaube, ich muss irgendwas machen, aber ich habe ihm nicht zugehört, Leute. Wie er auch einfach komplett stehen bleibt. Er wehrt dich nicht mal. Er stellt sich einfach nur so ganz gerade hin. Nein. Nein! Ich crafe seit Wochen nach Burger King. Ja, das ist gefährlich. Sobald man das einmal gegessen hat, dann ist erstmal die ersten so die ein, zwei Wochen danach ist erstmal so ultra wie auf Drogen. Und man will die ganze Zeit mehr. Es ist wirklich einfach nur Drogen. Okay, Chad, jetzt müsst ihr zuhören, was er sagt. Damit ihr mir sagt, wo ich hin soll. Du sollst auf meinen Schoß dich setzen. Okay. Das wäre nicht hilfreich, ich weiß von den Shirts. Das macht es mir aber nicht leichter. Du kannst ja mit jemandem dahin gehen. Und er nimmt das Essen und du nimmst das Shirt. Das Ding ist, er sieht so aus, als könnte ich nicht aimen. Aber immer wenn man mit dem Cursor auf die drauf geht, dann ist er so ein bisschen magnetisch auf die Brust. Und ich will die ganze Zeit auf den Kopf schießen, aber das Ding ist auch magnetisch auf die Brust. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, wieso das immer auf die Brust geht, der Auto-Aign. Und das stört mich dann immer beim Zielen. Doch, ich kann ein bisschen aimen. I guess ich muss einfach nur lange überleben. Hier gibt es kein Ziel, kein Rätsel. Wer weiß, vielleicht bin ich auch gerade wieder out of bounds. Man weiß ja nie. So ist, glaube ich, auf seinen Schoß. Aber er ist nicht hier. Wo ist denn sein Schoß? Die Credits Minigames. Ich glaube, wir sind noch nicht bei den Credits. Daddy muss ein ernstes Wort mit dir reden, meinte er gerade. So was ist das also. War ich wieder ein ungezogener Junge? Ich habe nur Glück, dass mein BK nicht liefert und 45 Minuten Fußweg dorthin ist. Sonst wäre ich so oft da. Ja, das ist das Geile. In der neuen Wohnung will der Burger King hier 4 Euro haben für die Lieferung. Und das macht mich wütend. Und dann bestelle ich da erst recht nicht. Das Problem ist aber, seitdem wir hier wieder zusammen wohnen, haben wir halt ein Auto. Und der Weg zu Burger King mit dem Auto ist seit 5 Minuten. Aber es ist halt schon mal eine Hürde. Wie weit ist er weg? Nicht weit. Aber ja, in meiner alten Wohnung, da war halt Lieferung kostenlos. Wie weit es der Mac ist, keine Ahnung. Mac ist es scheiße. Chat, was muss ich machen? Mac ist halt nur teure Veggie-Burger. Ja, die haben irgendwie nur einen Plant-Based Burger. Und dann schmeckt er richtig räudig. Ist irgendwie so klein. Kostet gefühlt irgendwie ein Vermögen. Und dann schmeckt er auch noch scheiße. Was soll ich da? Ja, auf die grünen Stellen habe ich auch schon geschossen. Die gehen nicht kaputt. Aber vielleicht muss ich in die Astralwelt reisen. Und die Pommes bei Macke schmecken auch scheiße. Also ja, was soll ich da? Toter Laden an der Stelle. Oh, falsche Tastin. Nein. Vielleicht muss ich irgendwo hinfliegen? Vielleicht muss ich die Astral berühren. Vielleicht muss ich die Astral berühren. Das ist wirklich so. Es ist halt wirklich so. Ich kann die nicht anschießen. Ich muss die wirklich Astral berühren. Ist das kacke. Ist das kacke. Ich würde jemanden Astral berühren. So. Und jetzt irgendwo noch ein drittes. Wo ist das dritte? Hier über mir, ne? Achso, man wird automatisch rausgeworfen, wenn Gegner kommen. Okay. 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 Hey, cooles Game. Was machen wir eigentlich? Äh, Dinge in seinem Verstand klären. Seinen Verstand auflösen. Also er hatte wohl irgendwie eine schwere Kindheit mit seinem Vater, weil sein Vater ihn gezwungen hatte, die ganze Zeit Schach zu spielen. Und irgendwie war er die ganze Zeit unartig und dann musste er ja mal auf Papas Schoß oder so. Äh, irgendwie hat er eine Frau vergessen, die er wohl besonders mag und die ist irgendwie tot. Und jetzt finden wir hier einen kaputten Baseballschläger. Vielleicht hat er seinen Vater umgebracht mit dem Baseballschläger. Ist schon bald zu Ende. Ich denke, wir sind noch sehr weit davon entfernt, das Spiel zu beenden. Boah, das ist jetzt voll krass von der Perspektive. Ich bin out of bounds. Ich bin out of bounds, oder? Ne. Klingt nach Bullshit. Bist du kein Fan von, äh, coolem Storytelling? Oh, Chat! Ich bin hier! Seht ihr das? Erkennt ihr meine Paint-Zeichnung? Fast. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht bei meiner Paint-Zeichnung. Aber ich bin da, wo ich vorhin out of bounds war. Da! Rote Pille, blaue Pille. Roter Fleck, blauer Fleck. Wenn da jetzt in Dio-Kojiwa-Game stehen würde, würde jeder ausrasten. True. Let me go! You were my house. Who are you? Ah, nein, nicht die Augen! It's time to open. Sean! 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 Story continues in Death Stranding. Boah, ich habe so Bock auf Death Stranding 2, ne? So Bock, ne? Genau, Schalke. Ole, ole! Schalke, 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 Schalke! Ich freue mich auch, wenn Hideo Kojima nach einer halben Stunde über sein Spiel reden kann. Das wird, jede Minute davon wird Genuss. Was ist da unten, Chad? Mein Film geht gerade kaputt. Soll das so? Ist das ein Bug? Aus Kojima-Post geht hervor, dass man Death Stranding 2 sich so kaputt arbeiten kann, dass man bei der Liefertouren einpennt. Stark. Peak Gaming, ja? Ich freue mich auf die Liefertouren. Boah, ich habe, Chad, ich habe ja heute die Adventstürchen für diese Woche vorbereitet, ne? Und ich habe ein Spiel gefunden, was irgendwie so ultra cool aussah, so irgendwie so ein Retro-Game, ähm, äh, was so deutsche Dialoge hat und so, und so, ähm, coole Animationen hat, so richtig weirre Animationen hat und so. Und wohl irgendwie auf einem Comic basiert und so, aber gleichzeitig irgendwie so den übelsten Trash-Vibe hat. Und dann habe ich eine Seite gefunden, wo ich das runterladen konnte, hab's runtergeladen, hab gestartet. Und wisst ihr, was die erste Cutscene ist? Wie eine nackte Frau auf einem Tisch liegt und dann ist ein dicker, fetter Zoom auf ihre nackten Titten. Wie bitte? Ja, es war, es ist ein Spiel zu einem Comic wohl, basierend auf einem Comic. Ähm. Ähm. Ich habe vergessen, wen der Comic hieß. Und, ähm, ich habe danach gegoogelt. Und wenn man danach googelt, dann sieht man nur so nackte Frauen. Der Comic ist wohl so ein Erwachsenen-Comic. Der Comic heißt Druna. Und da geht's wohl darum, dass man irgendwie, ähm, äh, im Kopf von der Frau unterwegs ist mit so einem VR-Gerät, ein Sci-Fi-Setting so. Und dann habe ich danach gegoogelt und irgendwie kommt nur so Porn-Comics. Markus? Markus? Ja, ich habe Videos auf YouTube zu dem Spiel angeschaut. Und die war halt so leicht bekleidet. Aber ansonsten halt nichts gewesen sonst. So, ich wollte mir nicht zu viel spoilern, habe durch so ein Video durchgeklickt und die war halt so leicht bekleidet und das war's. Und dann starte ich dieses Spiel und dann gibt es direkt einen Zoom auf ihre nackten Titten. Oh, Mann. Hättest du das mal gestreamt? Nein, ich hätte das nicht streamen können. Äh, okay, ich glaube, jetzt beginnt das Abenteuer, Chat. Jetzt verlassen wir endlich unsere Villa. Keine scheiß Traumwelt gedönst. Jetzt ziehen wir los und kämpfen gegen die Bösen. Nie gönnst du... Ich habe euch genug mit Lemuria gegönnt. Ich gönne euch genug mit Trash-TV. Aber wer sind die Bösen? Äh, I guess diejenigen, die ihn damals festgenommen haben und in seinem Kopf rumgespielt haben? Wo ist denn mein Rucksack? Ich soll ja mein Gepäck irgendwie mitnehmen. Nimm dein Gepäck auf. Ja, wo ist mein Gepäck? Also es gibt ja irgendwie so Böse in diesem Spiel, die so Experimente an Menschen machen, obwohl das nicht erlaubt ist. Um damit irgendwelche super Menschen zu erschaffen oder so. Und ich denke mal, das sind die Bösen, die sich nicht an die Regeln halten. Vielleicht unten im Keller mein Gepäck? Aber Lemuria geht oder was? Ja, bei Lemuria... Erstens war nicht die erste Cutscene in den ersten paar Sekunden direkt ein fetter Zoom auf nackte, große Titten. Und zweitens startet die Mission. Konnte man das in Lemuria ausblenden? Scheiße, jetzt wird es ein Survival-Game. Ja, schade, dass ich vorher irgendwie drei, vier Magazine weggeballert habe am Schießstand. Und wir wissen nicht, was wir gegen uns sind. Aber wir sind aus der Optionen. Und aus der Zeit. Ich kann nicht mehr so leben. Wenn ich meine Möglichkeiten nutzen muss, dann ist es so. Ich brauche Antworten. Und heute werde ich sie bekommen. Cinema. Die Frau am Anfang von Lemuria hatte ein durchsicherliches Top an. Äh, nee, da haben einfach nur die Nippel durchgedrückt. Das war's. Dass du da die ganze Zeit irgendwelche nackten Brüste siehst, das ist einfach nur, weil du pervers bist. Und dir da irgendwas vorstellst. Du bist das Problem, so. Das VOD kam durch, ja. Also ich musste was zensieren, klar. Aber ja. Wie er in diese Ecke da reindriftet, in diesen engen Gang. Was ist diese Zeitlupe? Warum so harte Worte? Tja, irgendeiner muss es dir ja sagen. Der Weg nach oben! 7, 9, 8, 9. Okay. So. Endlich vernünftiges Game hier. Nicht mehr diese komische Traumscheiße. Ich mag dieses Xbox-Geräusch immer. Plopp! Der ist ready für ein Vorstellungsgespräch bei der Bank. Ja, das sollte jeder denken. Er hat dich perfekt reingelegt. Ich glaube, ich muss etwas finden, um es zu öffnen. Digga, du bist ein männlicher Mann. Mach das mit deinen Händen und deinen Armen. Reiß das Ding da raus. Okay, so geht das nicht. Habe ich da irgendwie Werkzeug übersehen? Liegt irgendwo Werkzeug rum? Dass er auch da parkt, ne? Fahr doch wenigstens weit davor. Wenn jetzt jemand Neues reinkommt, um die Ecke kommt, dann sieht er ihn gar nicht. Er fährt direkt hinten rein, ne? Manche Leute wollen auch Stress haben, ey. Okay, ich bin wieder stuck. Kann sein, dass ich wieder out of bounds bin. Vielleicht darf ich hier gar nicht hin, wo ich hier bin. Weil irgendwie geht es wieder nicht weiter. Ich muss durch den nassen Fleck. Nee. Das geht nicht. Das ist halt nicht astral, ne? Das gibt es nicht, ne? Und Obama in der Haus. Was geht ab, Mann? Dankeschön für fünf Monate. Ich bin wieder zurück. Was habe ich verpasst? Also ich würde ja gerne dir sagen, boah, du hast richtig krasse Cutscene verpasst. Boah, ich habe gerade richtig krass gegamed und so. Du hast so viel insane Kram verpasst. Aber es ist auch natürlich irgendwo irgendwie schön, ne? Weil dann kriegt bei dir keine FOMO. Aber du hast absolut nichts verpasst. Mir wurde heute auch gesagt, dass ich ein männlicher Mann bin. Ich kann die schweren Umzugskartons schleppen. Und hast du es geschafft? Hast du deinen Mann bewiesen? Endlich Anti-FOMO-Streams. Ja, einfach immer ganz langweilige, beschissene Spiele spielen. Da hat man auch keine FOMO. Aber wie geht es hier weiter? Finde einen anderen Weg zum Parkhaus. Kann ich irgendwie in die Lüftung rein oder so? Kann ich irgendwie astral das Ding hacken? Also, das Ding ist, vielleicht habe ich wirklich wieder irgendwie einen Bug. Man weiß es nicht. Und das hasse ich bei Spielen. Wenn du nie die sicher bist, wenn du stuck bist und du weißt nicht, ob du gerade stuck bist, weil du etwas nicht checkst oder weil du stuck bist, weil etwas am Bangen ist. Hasse sowas. Jetzt stehe ich hier, weiß nicht wohin. Und denk mir, ich habe einen Bug. Und denk mir, ich habe einen Bug. Ich weiß nicht, ob ich out of bounds bin. Da ist was! Jetzt habe ich drei Schüsse verschwendet. Das ist jetzt die ganze Zeit mit Markus am Telefon. Schlechter Empfang zu Markus. Fuck. Markus war supposed to guide me through this. I'm on my own now. This is not going well. Jetzt kommt eine geile Stealth-Mission. Ich habe Kontrolle der Kameras. Ich sollte sie disablen. Oder sie wissen, dass ich hier bin. Boah, das wäre jetzt geil, wenn ich sie astral disablen könnte. Scheiße, hat nicht geklappt. Doch! Ich habe die Astral zerstört! Okay, crazy game. Ich bin Fan. Ich bin wieder Fan. Das Game hat mich wieder. King Keks. Kekka, danke schön für neun Monate. Vielen, vielen Dank. Äh, Dioscura hat heute die Hotelsicherheit übernommen. Scheint, als wollten sie keine Risiken eingehen. Der ganze Parkplatz ist abgeriegelt und das Hotel ist nur minimal besetzt. Wichtige Information. All right, all right, gotcha. Astrale Zerstörung war das genau. Statt, team, check it. Jo, ist einfach Hitman. Der blaue Hitman. Spieler 2 bei Hitman. Ich sollte ihn ruhig rausnehmen, oder er kann Hilfe für Hilfe. Wer weiß, wie viele von ihnen hier drin sind. Oh, ich hätte einen Schleicherangriff machen können. Lese ich gerade. Schade. Aber ich denke mal, wir werden gleich schon einige davon machen können. Ich will die Animation sehen. Batz. Oder von hinten in die Glatze reinboxen. Batz. Das ist ja auch geil. Kann ich seine Munition einsammeln? Oh, danke. Wie sieht das denn aus? Ah, das Messer dabei! Okay. Nützlich, um Türen zu öffnen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Zugang zu allen Bereichen gewähren. Okay. Das habe ich geiles vom Game verpasst. Astralreisen. Da ist die Frau schon wieder. Okay. Ich wollte eigentlich auf die Frau schießen. Das ist jetzt irgendwie so eine Superdroge. Ah, der ist Spieler 1. Hitman. Der hat die rote Krawatte. Der hat sich das gespritzt. Der hat jetzt diese Superkräfte. Ja. Der hat jetzt so eine krasse Vorausahnung. Der hat jetzt das Haki oder so. Oh, shit. Oh, shit. Let's go. Come on, man. Boah. Boah. Junge, ich habe den ja komplett gelöscht. Ich habe ihn einfach in die Astralwelt geschickt, aber nur seinen Kopf. Womit putschen die sich denn auf? Amplitomien? Davon habe ich noch nie gehört. Medizinisch? Oder vielleicht zur Leistungssteigerung? Was immer es sein mag. Legal sieht das nicht aus. Vielleicht sollte ich mal probieren. Ja, Abfahrt. Alles, was die sich reindonnern können, kann ich mir auch reindonnern. Ja, ich kann mir Adrenalin spritzen. Stellt deine Gesundheit wieder her. Es hält dich bei Gefahr. Ah, okay. Ist auch eine Heilung einfach, ne? Die Junge, der hat jetzt komplett auseinandergenommen. Ja, leg dich nicht mit mir an. So. Du hast die Out of Bounds geschlagen. Nein. Astrale Ebene, okay? Hier gibt es keine Out of Bounds, sondern Astrale Ebene. Okay, diesmal sind es ein paar mehr. Ich habe mein Bestes gegeben, okay? Okay. Ich spiele mit Gamepad, okay? Ey, das war doch ein Treffer. Okay, ich probiere was aus. Hat das was gebracht? Ich habe ihn astral gefickt oder so. Aber die Patrone. Hol den wieder raus. So, Matrix, Alter. Bam, bam. Jetzt kommen noch Dämonen. Ach, scheiße. Was war das denn? Boop. Ist doch wieder hier. Ich werde dich aufreißen. Ich werde dich aufreißen. Ich werde dich aufreißen. Äh, das sind ja... Ich komme aus der Cutscene raus und die haben mich gesehen. Hä? Oh, die Brille. Ich habe die Brille aus dem Gesicht gehauen. Junge, ich wollte diesmal stealthen, okay? Okay, das war ein krasser Headshot. Ich wollte diesmal stealthen, aber ich kann auch nichts, wenn das Spiel mir das nicht erlaubt. Diesmal kommen keine Dämonen. Vielleicht kommen Dämonen nur, wenn ich... Ähm, zu viel meine Astralkraft benutze, oder so. Was ist mit Kegi passiert? Wo kommen diese Shots her? Wie, wo kommen die her? Die waren schon immer da. Das ist halt, wie immer, wie immer ihr mit mir umgeht. Wenn einmal etwas schief geht, oder so, dann heißt es, es ist immer so. Genau so, jetzt habe ich irgendwo einmal daneben geschossen, oder so. Jetzt heißt es immer, oh, Kegi hat keinen Aim. Dabei spiele ich ganz in Ordnung. So. Piep, 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 piep. Ja, was piept hier? Ach, lol. Demot gibt es schon wegen einem Grund, ja, weil Dashkin ein Mobber ist. Okay. Okay. Maybe there's a working elevator to sign. Okay. So, jetzt steilfe ich. All right, all right, gotcha. Good chat. Scheiße, da kommt noch einer. Ich wollte den jetzt auseinandernehmen. Wie fühlt sich das wohl an, astral auseinandergenommen zu werden? Keine Ahnung. Kriegt man dann so kurz Kopfschmerzen, hat man dann irgendwelche Visionen? Aber ist das so, wie wenn es plötzlich so im Ohr juckt? Und man sich dann komplett verkrampft? Oder was passiert mit ihm? Ich muss nicht direkt so gemein sein, okay? Okay. Jetzt wollte wir wieder normales Gameplay haben, jetzt fühle ich das Game. Scheiße, die kommen. Der hat Drogen genommen. Nicht in mein Lieblingsgesicht. Ich habe eine neue Waffe bekommen, eine Usi. Sind das diese, diese, diese japanischen Sexspielzeuge, von denen immer alle reden? Geht es da lang? Ja? Okay. Was ist das für ein Mord, Alter? Er will mir die Hand schütteln. Besten 3000 Euro meines Lebens. Kennt ihr dieses eine Video von Tomatolix, wo er sich so eine Sexpuppe kauft? Die irgendwie so, 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 so lebensecht ist. Lebensecht groß. Hier rein, okay. Wo man sich so auch so individuell so ein Gesicht dort designen lassen kann. Quasi seine perfekte Puppe. Gibt es das auf YouTube oder muss ich dafür, nee, ist ganz normal YouTube. Oh. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie viele Leute, die das Video gesehen haben, haben sich danach, nach diesem Video, so eine Puppe bestellt? Und haben wir hier welche? Für Agenten, die Anzeichen einer Übersteigerung oder bekannte Nebenwirkungen aufweisen. Folgen Sie bitte den empfohlenen Richtlinien zur Behandlung, Übersteigerung und... Was auch immer, Digga. Juckt. Jo, Dankeschön für die Bits, Akira. Die auch schöne Tage. Sind halt schweineteuer so, ne? Ja? Investition halt, ne? Er hat da doch keine gekauft, oder? Doch! Der hat sie doch dann bei irgendeinem Influencer-Event, äh... Ich glaube, das war so dieses, dieses letztes Jahr, dieses Weihnachtsevent von Monte. Da hat er das doch, glaube ich, beim Wichteln jemandem geschenkt. I guess, er hat sie nicht gekauft. I guess, er hat sie umsonst bekommen, weil er ja Werbung dafür eigentlich gemacht hat. Wobei, ich weiß gar nicht, ob er in dem Video überhaupt den Namen dieses Ladens erwähnt hatte. Weil in dem Video ging es ja nicht darum, Werbung zu machen, sondern primär... ...derüber zu reden, dass es solche geilen Puppen gibt. Geilen Puppen vor allem, sorry. Leute, ich habe nicht so eine Puppe, okay? Ich brauche so eine nicht. Ich habe eine blühende Fantasie, okay? Ich brauche keine Puppen. Nach Holzkern-Product-Placement kommen Sexpuppen, ja. Ich finde so eine Puppe viel zu seltsam, würde mir sowas nicht holen. Ich stelle mir das voll ätzend vor, das Ding sauber zu machen. Das Ding ist ja voll riesig. Gar kein Bock. Musst du dann mit dem Ding duschen gehen danach, oder was? Wer querfen, neu kaufen! Was ist eine Lulu-Puppe? Mein Problem mit solchen Puppen, wo lagere ich die, ohne dass man denkt, ich verstecke eine Leiche? Ja, kriegst du tagtäglich Besuch, oder was? Und das Bett? Als ob du tagtäglich in den Besuch kommst und die ganze Zeit irgendwo verstecken musst, oder so. Ja, I guess man packt die in den Schrank oder man packt die, wie gesagt, unter das Bett oder so. Die kommt ja in so einem großen Karton, die kommt in so einem Sarg. Junge, das ist ja super weird eigentlich. Oh, ich habe jetzt auch so einen Laserpointer. Aber ohne Laserpointer. Leiche ehrlich leichter zu erklären. Ne, also was gibt es da zu erklären? Als ob das so schlimm wäre. Hey, ich habe 6000 Euro für eine Sexpuppe ausgegeben. Ist das so schlimm? Nein, aber ich will die auch nicht random auf dem Sofa sitzen haben. So erschrecke ich mich. Selbstständig. Du kannst ja mit ihr so ein Leben führen einfach. Dann sie ganz normal kleiden und dann mit ihr so ein Leben führen. Morgens frühstückst du mit ihr zusammen und dann gibt es Sex. Dann gehst du arbeiten an einem PC, Homeoffice und dann gibt es Sex. Danach gehst du mittags dir was zu essen machen, schiebst dir eine Pizza in den Ofen rein und währenddessen gibt es Sex. Und so ein Kram, ne? Hey Katzen-Diemann. Das wäre traurig. Traurig ist es ja nur, wenn du es nur machst, weil es bei dir nicht anders funktioniert. Dann wäre es vielleicht traurig. Aber wenn du das halt machst und weil es halt dein Kink ist, I mean, why not, ne? Also wieso kommen wieder Dämonen, die one-hitten mich? No, no! Vorher ihr Einverständnis einholen. Ja, ihr Einverständnis bekommst du ja, wenn du sie kaufst. Ich finde es total in Ordnung, sich teure ein Spielzeug zu kaufen, wenn man hierfür das Geld hat. Ansonsten auch alles passt. Aber 6.000 für eine Puppe ist schon viel, muss man ordentlich flüssig sein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach nur so eine Zahl gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die sind. Ich habe nur mal gehört. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich an das Video nicht von Tomatrix erinnern, ob da überhaupt Preise genannt wurden. Ich habe keine Ahnung. Gibt es da nicht sogar jemanden, der Beziehungen mit mehreren Puppen führt? Ich glaube, da habe ich mal was Galileo gesehen. Ich meine, why not? Wenn es dein Leben nicht irgendwie beeinflusst, dich irgendwie kopfmäßig nicht beeinflusst. I don't know. Viel Spaß, I guess. Okay, pass auf, Chat. Ich stunne den einen und den anderen erschieße ich. Zack. Wieso geht... Mein Gott! Das Ding geht automatisch halt auf sein Gesicht, äh, auf seine Brust. Wieso ich da aimen? Das geht automatisch auf seine Brust. Jetzt kommt die wieder. Von hinten. Also komplett custom würde ich das schon fast fühlen. Aber das, dass die halt nur leblos da liegen, ist halt voll abgehört irgendwie. Bomben. Wenn die eine extra Saugfunktion hat, pay ich sogar 8000. Früher, Mama, darf ich Galileo schauen? Da lernt man so viel. Galileo, dieser Mann hat ein richtiges Leben mit 5, 6 Puppen. 6 einfach Puppen. Jetzt denke ich an deine Danganronpa, zwei Sayori-Vergötterer, der sein ganzes Haus mit ihr gedeckt hat. What the fuck? Ich mein, why not, ne? Hey, Taylor, es geht ab. 6, 5 Puppen, genau. Ich fühle das Aussehen von Sexpuppen auch nicht. Also die perfekten reglosen Porzellangesichter und das ist kein Porzellan. Und makellose Puppenkörper ist einfach scary. Ja, natürlich, wenn du so ein bisschen so einen komischen, es gibt ja so Leute, die haben so Angst so für Puppen, I guess, dann bist du nicht die Zielgruppe. Du bist generell nicht wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, wenn du nicht scheiß stinkenreich bist. Kein normaler Mensch kauft sich eine Puppe für 8000 Euro. Einfach leasen, wie ein Auto. Digga, wieso sehen die mich direkt? So, ich gehe jetzt in die Ecke, bevor die Dämonen wieder spawnen. Scheiße, die Ecke ist nicht gut. Ich weiß halt nicht, ob die random kommen. Ob die kommen, weil ich irgendwie was Bestimmtes gemacht habe. Äh. Ich habe ihn gerade dreimal in sein Gesicht geschossen. Wir können mir jetzt nicht was von AIM erzählen. Das ist einfach unsterblich. Okay, ich muss da einmal zur Seite gehen. Diese Wände hier sind wohl höher, als sie aussehen. Okay, diesmal kamen keine Dämonen. Du hast die Wahl, entweder 4000 Euro für den PC oder Sexpuppe. Boah, jetzt wo du es so sagst, also nicht, dass ich jetzt mich für die Puppe entscheiden würde oder in Betracht ziehen würde. Aber ich meine, jetzt wo du es so sagst, ich meine, Leute kaufen sich 4000, geben 4000 Euro aus für einen PC, damit sie Videospiele spielen können. Wo ist es denn dann weird und fragwürdig, wenn man sich dann für 4000 Euro was anderes kauft, was einem Spaß macht? Oder? Würde jetzt nicht 4K für Gruden ausgeben. Naja, wieso nicht, wenn es dir Spaß macht? Wie viel Munition hat die? Kann er nicht einfach die Munition da reinlegen? Wahrscheinlich sind es zwei verschiedene Waffen, wie es aussieht. Andere Leute kaufen Autos. Ich kaufe mir Sexpuppen, ja. Mein Auto hat 1500 gekostet. Finde das astronomische Preise. Ja, ich meine, wir sind vielleicht auch nicht die Zielgruppe dafür. Ich meine, es geht ja darum, Leute, die sich einfach mal so... einfach mal so, sich sowas Teures kaufen können. Leute, die halt jährlich für 3000 Euro in Urlaub fliegen oder so. All inclusive, Digga. Ich werde reload. Ich werde reload. Und dann sitzt du da ewig. Ich kenne mir eine Spritze. Bam. Geheilt. So. Masturbation als Hobby, genau. Hä, why not? Okay. 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 für 4000 mache ich mir lieber meine eigene sexpuppe ja aber das machst du ja also das bezogen jetzt auf das tomatolix video das machst du ja du gibst ihnen geld und sagst was du für eine haben willst du design sie dir quasi halt okay ich sag von schwarzer raum wie seid ihr eigentlich zu diesem thema gekommen ich glaube froscher oder so der ding was von schweine ficken geredet du miese ja aber er habe ich halt recht ich schon freuen dass dasselbe raum nochmal leute ich habe 30 euro für dieses spiel ausgegeben und wir unterhalten uns gerade ob es sich lohnt eine 4000 euro puppe zu holen lieber eine 4000 euro puppe als das hier ich probiere es wieder mit der dreht sich nicht um wie soll ich sterben hättest du eigentlich interesse afraid of monsters zu spielen ich habe keine ahnung was das ist das video die kommt auf youtube ja nein 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 falsche taste ich habe beide getroffen dämonen kommen ich bin tot okay alle geplatzt ich habe keine munition mehr wieso kam der finisher nicht das ist ein aufruf an unsere youtube zuschauer uns von ihren sexpuppen erlebnissen zu erzählen okay chat ohne jetzt das gerät zu nennen ohne das jetzt gerät zu nennen oder ob das eine puppe ist ob das was anderes ist was ist das teuerste spielzeuggerät was auch immer also wie ist wie viel kostet das teuerste spielzeuggerät was ihr euch jemals gekauft habt nur die zahl nur den preis nicht was es ist einfach nur den preis 2k ja ok frosch hat eine fucking puppe zu hause ich habe jetzt hier haben wir zusammen gekauft 120 in einem stück also ein gerät irgendwie keine ahnung du hast jetzt irgendwie ein mastrobatus oder eine flash lamp oder eine flasher wie heißen die lamp flash ich habe ich kann nicht reden ihr wisst schon was ich meine so ein gerät flashlight genau so ein gerät 800 zibota megapixel mann mal drei 2000 euro bin konservativ 2800 sicherlich junge du bist doch so ein via fan hast du dir so ein ding gekauft was so mit via funktioniert sind die so teuer ich habe mir eine webindex gekauft 1080 euro beste sex spielzeug ich hätte gern laufband aber bin zu fett für dich ist ein laufband ein sex spielzeug was machst du mit dem laufband das ist doch voll normal das ist doch voll normal das ist doch voll normal ja ich glaube das ist doch voll normal das ist doch voll am lieb nicht das wir sind und haben einen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das könntet ihr gar nicht sehen. Das könntet ihr gar nicht sehen. Es geht alles durch seinen Kopf durch. Schon wieder. Was ist dieses Game? Ich klebe. Digga, hat der eine Sniper-Rifle oder was ist da hinten los? Wo ist der eine Sniper-Rifle oder was ist da? Okay, der Name ist so scheiße, der Name ist so scheiße, man. Oh, kann ich das mitnehmen? Oh, kann ich das mitnehmen? Oh, kann ich das mitnehmen? Da rein soll ich? Okay. Amen. Checkt ihr, Bob, wie schwer das ist. Jetzt kommt wieder so ein astrales Rätsel, oder was? Ich bin tot. Er ist einfach umgefallen. Und Yami, Dankeschön für 59 Monate. Ich kann den Auto eben nicht ausmachen, Klugscheißer. Woran bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Woran bin ich gestorben? Hä? Woran bin ich gestorben? Junge, ist das Ding da einfach durch das Rohr gefahren? Ey, das... Habt ihr das Spiel selbst gespielt? Als ob denen das nicht aufgefallen ist beim Machen dieses Spiels? Dass sie diesen Raum hier designt haben. Als ob dir das nicht aufgefallen ist. Äh, ja... Heilige Scheiße war das laut! Der Kicker, Dankeschön für 41 Monate. Also... Ah, ich checke! Hey, wieso kippt der denn um? Der ist doch gar kein Blitz! Jetzt... Also, ich dachte jetzt, ich mache... Ich schalte alle Schalter um, dass sie quasi gestellt sind auf hochfahren. So, aber dass sie ja keinen Strom haben, weil hier die Stromleitung getrennt ist, fahren die nicht nach oben. Also stelle ich mich hier da drauf, dann gehe ich in die Astralreise und schubse die Box halt da dran. Aber komischerweise, sobald ich hier einen Hebel betätige, ist das auf einmal eine Deadzone. Vielleicht muss ich schubsen und dann rennen. Nein, hat sich geklappt. Kann ich das überhaupt schubsen? Ich glaube, ich kann das gar nicht schubsen. Oh doch, hat sich bewegt! Jetzt schnell! Vor allem das hier tut nicht weh, das zu berühren, ne? Das geht! Äh, das hast du schon mal gefragt, Lego. Ich habe dir gesagt, ja! Kann das jemand Lego in den Chat schreiben? Kann das ihm jemand in den Chat schreiben? Ich glaube, der guckt ohne Ton. So, nochmal. Schlaf! Ich check das Rätsel nicht. Wird ich wieder aus auf Bounce? Ich heiße Noah. Okay, YouTube. Ich check das Rätsel nicht. Es war irgendwie so obvious vom Gedanken her, wie man das hier machen muss. Aber irgendwie doch nicht. Okay, man kann das mit Astral. Mal. Aber wieso darf ich nicht da drauf treten? Hey, jetzt darf ich da drauf treten! Aber... Aber wenn ich das mit der Hand mache... Hey, jetzt darf ich überall drauf... Hä? Hä? Wieso darf ich jetzt überall da drauf treten? Digga, was ist dieses Game? Haha! Okay! So geht's auf jeden Fall! Habt ihr das Spiel selber gespielt überhaupt? Ich frag für einen Freund! So, jetzt habe ich hier so eine coole Brücke gebaut. Und jetzt ist es hier offen. Okay, nice. Da ist eine Schlange. Die Schlange hat mich getötet. Fuck! Da war eine giftige Schlange. Die hat mich gebissen. Darf ich das Rätsel nochmal machen? Weil das fand ich so spaßig und interessant. Okay. Nur Lemuria und dieses Pinguin Soulslike waren Banger bisher. Was soll das denn heißen, hä? Alle Türchen waren bisher Banger auf ihre Art und Weise, okay? Das ist Hater. Und jetzt muss ich die Box wieder unten wegkicken, ne? Was war Türchen Nummer 5? Türchen 5 war auch lustig. Auch wenn es kein richtiges Spiel war. Ich kann nicht mehr. Wieso stirbt der denn da unten? Da ist doch gar kein Strom mehr. Das Ding fährt einfach runter und der kippt tot um. Das ergibt hier alles gar keinen Sinn. Ich denk mal, die Idee war, wenn die halt im Wasser sind und Strom läuft, dann stirbst du. Oder so. Deshalb musst du vorher die Hebel betätigen, dann drauf treten und dann Strom machen. Dann fahren die hoch. Oder so. Ach, ich check doch auch nicht, Leute. Keine Ahnung, wieso man hier die ganze Zeit stirbt. Es ergibt vorne und hinten einfach keinen Sinn. So, dann laufe ich halt erst rüber. So. Dann schieße ich jetzt das Scheißding da unten weg. Jetzt kann ich hier durchlaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, tschau Parasitäre, Freunde. Okay, jetzt haben wir nicht mal mehr Audio. Cool. Musik bricht mittendrin ein. Nice. Geiles Game. 30 Euro. Ich hätte lieber in meinen Sexpuppen-Spartopf das reinlegen sollen, die 30 Euro. Äh, die Türchen sind noch nicht durchgeplant. Nur diese Woche. Das ist schon wieder der Raum mit dem Stuhl. still um Stuhl und Tisch. Vielen Dank für Ihr Interesse am Past-Cure-Programm. Bevor wir Ihre Bewerbung weiter bearbeiten, beantworten Sie bitte einige letzte Fragen, um Ihre Einigung zur Teilnahme an den klinischen Studien besser einschätzen zu können. Sind Sie in der Lage, sich im Detail an Ihre Träume zu erinnern? Haben Sie öfter als dreimal pro Woche ausgedehnte und ausführliche Träume? Litten Sie schon einmal unter einer psychologischen oder neurologischen Störung? Wurden Sie jemals hypnotherapeutisch behandelt? Hatten Sie Phasen, in denen Sie regelmäßig von Zeitreisen oder vom Fliegen geträumt haben? Sind Sie jemals geschlafgewandelt? Haben Sie jemals... Jetzt darüber nachdenken, Chat. Habt Ihr jemals geträumt vom Zeitreisen? Kann ein Mensch vom Zeitreisen träumen? Boah, ich habe auch oft geträumt, dass ich wieder zur Schule gehe, dass ich wieder in meiner alten Ausbildungsstätte bin, dass ich wieder bei meinen Eltern wohne. Das ist ja quasi wie Zeitreise, oder? Eggfried Rice. Schaue ich mir mal an, ja. Also jetzt so aktiv, dass man träumt, oh, ich bin ein Zeitreisender und ich reise jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das hatte ich nicht, aber ja, schon so, dass man sich so versetzt fühlt in die Vergangenheit wieder. Und quasi da irgendwie so ein Ausschnitt von einem Alltag von damals so kurz lebt. In einem Traum. Das ist ja quasi wie Zeitreise, ne? Ah, Fick. Schül, Schültrauma. Boah, vielleicht ist das ja sogar, vielleicht ist das sogar eine Art von Zeitreise. Wir denken uns Menschen, das sind nur Träume, aber das ist eine echte Zeitreise. Und man beeinflusst sich selbst im Traum. Hey, der ploppt einfach nochmal auf. Der ist geplatzt und ploppt nochmal unten im Boden neu auf. Schon wieder. Okay, vielleicht spawnen die unendlich, ich muss irgendwas machen. Ein Rätsel. Weil ich glaube, die kommen unendlich. Bitte bin, äh, bitte bin ich nicht der Einzige, der zur Schule geht. Wenn du noch zur Schule gehst, dann sollst du den Stream schnell ausmachen. Du bist zu jung für diesen Stream. Ich petz das deiner Mama. Oh, doch, ich werde richtig petzen. Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr. Was für eine petze bist du? Ja, und dann heißt es wieder am Ende, äh, Kegi wegen Kegi verdummt die Kindheit, äh, wegen Kegi, ähm, guckt sich die Kindheit irgendwelche komischen Dinge an und der macht die Kindheit kaputt oder so. Ja, ja, genau. Und denken dann alle über Sexpuppen, so. Oh, ich kann sprinten. Da steht ein riesiger Riese. Ernsthaft? Du kennst meine Mutter nicht? Doch, kenne ich. Ich war gestern Abend bei ihr. Einfach Comedy-Gott. Oh, ich kann in die Puppe rein. Was ein Siegwaschbruch. Ja, ich habe keine Munition, ich kann mich nicht, äh, wehren. Ähm. Aber ich kann vielleicht noch schauen, bevor ich sterbe, ob es hier irgendwie Hinweise gibt auf dem Rätsel. Ich weiß nicht, ob die ein Hinweis sind oder so, vielleicht muss ich dir... Ach so, natürlich, das sind doch die riesigen Kugeln, Leute. Äh, scheiße. Äh. Du redest hier mit Lego YouTube. Mein Freund, da wäre ich besser vorsichtig. Lego Neo YouTube, okay? So. Was genau bringt mir das jetzt, hier eingesperrt zu sein? Was soll ich jetzt tun? Was ist das eigentlich für ein Fiebertraum? Kannst du nicht mehr boxen? Die Viecher darf man nicht boxen. Die one-hitten dich. Sogar durch Wände! Ich warte, bis du selbst drauf kommst. Oha, du kennst das Spiel? Es gibt jemanden, der kennt das Spiel? Geh! Oh, oh, oh. Ist er grad durch den Käfig einfach gelaufen? Ich muss in jedem Käfig einen von denen einsperren. Ich muss in jedem Käfig davon einen einsperren. Nein, kenn ich nicht, aber will dich erst rätseln lassen. Aber woher weißt du denn, was schon die Lösung ist? Bist du so crazy? Was sagst du, Bazooko, mach ich es richtig? Ich habe es wahrgenommen, du hast es mir rüber geschickt. Morphogenetisches Feld und so. Ich habe es. Ist angekommen. Ich verstehe, warum die Entwickler sich entschuldigt haben. Okay, Bosskampf, Leute. Ähm, erst ziemlich schnell. Ich muss glaube ich einfach nur weglaufen. Ich muss die Käfige neu machen. Ich dachte, ich muss ihn vielleicht anschießen, um ihn zu stunnen oder so. Das hat mich so geflasht, dass ich irgendeine Glocke aufbekommen habe. Du gehst jetzt nicht aufs Klo, du musst dieses Spektakel anschauen. Ich brenne. Kegi, Snacks, Montana, Black, wieso? Was habe ich getan? Meine Freundin ist nicht minderjährig. Das wird jetzt knapp. Erst läuft drüber. Jetzt muss ich das erst öffnen. Hä? Hä? Das hat gezählt? Der eine hat gezählt, wo niemand drin ist? Oder muss ich die gar nicht einsperren? Also ich muss einfach nur... Einfach alle nur hochfahren. Yo, ciao, Angel. Okay, renn. Ich mach Zeitlupe und renn. Okay, man muss wirklich einfach nur rennen. Aber man muss in diesem Spiel die ganze Zeit immer irgendwelche Löcher runterfahren. Er fällt wahrscheinlich immer weiter und weiter in die Traumebenen. So Dream Drop Distance mäßig. Na? Chat. Ist das ein Source-Geräusch? Hört mal zu. Das ist ein Source-Geräusch, oder? Haben die straight-up geklaut? Denk ich mir die ganze Zeit schon, woher ich das kenne. Ja, so Counter-Strike Gary's Mod geklaut. Oder ist das ein Free-to-Use-Sound? Vielleicht. Junge, es sind... Es ist immer noch das Parkhaus. Es ist Free, glaub ich, von Source. Okay. Ich mein, es ist ein geiles Geräusch, ne? Wow, Shotgun! Die gehört mir. Wie viele Parkhäuser haben? Ich glaub, das ganze Spiel findet nur im Parkhaus statt. Parkhaus und Traumebene. Woher wissen die, dass ich schon hier bin? Ich hab mich gar nicht gezeigt. Äh, uah, du sollst nicht klettern! Ich wollte nicht klettern, ich wollte schießen! Parkhäuser aber auch geil, vor allem wenn sie leer sind. Dann erst recht. Hat er dich noch gehört auf dem Weg zum Bad, bevor die Verbindung zu meinem Kopfhörer abgebrochen ist? Hast gerade den epischen Bosskampf verpasst auf Toilette? So, wo ist der Boss? Da ist der Boss. Komplett weggeschallert, Junge. Boah, Imagine, und das Spiel gibt's ja noch auf Hard, ne? Und, wenn man das durch hat, dann kriegt man noch den Albtraum-Modus. Boah, wer tut sich das an? Ich frag mich, ob jemals ein Mensch dieses Spiel auf Albtraum durchgespielt hat. Du, direkt am Anschluss, ne? Du, direkt am Anschluss? Ne. Spritze! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hey, was? Kein Kopf! War das grad ein AI-Voice, Alter? Ich fang an das zu runnen und mach nen Weltrekord wie Dashkin mit Gollum. Willst du unser nächster Dashker werden? Ich hab mal nachgeschaut. Es gibt eine Person, die es auf normal und easy gespeedrunnt hat. Also sogar gespeedrunnt. Da komm ich nicht dran. Da kannst du eben, sie mögen. Okay, ich hol die UC raus, Chat. Brrr! Dashkin zu werden bedeutet, Porn-Spiele zu empfehlen. Ich muss sie mal drauf ansprechen. Ich hab immer noch nicht drauf angesprochen. Du kannst diesen Stream uploaden, dann bist du definitiv zweiter Platz. Ne, so funktioniert das nicht. Ich hab keinen Timer am Lauf. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Setz dich doch hin, Arschloch! Ich will einen Reload. Reload ihn. Wo ist er? Ich ziehe ihn aus. Ich kann ihn nicht sehen, wie du... Ich kann den boligern. Junge. Der hat gerade geswitcht... ...zwischen den Zielen. Auto-Aimer hat geswitcht, zwischen den zweien. Fuck, ich kann ihn raus. Fuck, ich kann den Reload. Fuck, das ist ja. Ich nehm dich raus. Ich kann ihn sehen, wie er bewegt, wie ich... Sind die Stimmscheiße. Sind die Stimmscheiße. Da ist noch irgendwo einer. Da muss doch der Shotgun-Typ kommen. Oder war das der Typ hier am Anfang direkt? Ne, ne? Der Boss muss doch mit der Shotgun kommen. Ich hasse es, dass man die Waffen nicht mehr wechselt. Okay, jetzt so Max Payne-mäßig. Nur halt ohne den coolen Sprung von Max Payne, ne? Aber die Bullet-Time halt, ne? Wie der dann ohne Cover steht! Das sind ja alles scheiße. Und Greyscrawl, Dankeschön, für 30 Monate, Mann. Ich hätte die Shotgun holen sollen, ne? Ich find's so dumm. Außerdem hast du keinen Speed genommen. Oh! Deshalb hat Dashke mit Stream aufgehört. Weil der ist auf Entzug. Der nimmt keinen Speed mehr. Nee, in dem Spiel kannst du keine Boobs-Schwerkraft einstellen. Es gibt ja auch gar keine Boobs. Es wird diese Woche auf jeden Fall im anderen Türchen sehr viel Boobs geben. Aber nicht im heutigen Türchen. Okay, was ist das? Die haben nicht mal Pistolen in der Hand. Hä? Oh, jetzt haben die Pistolen in der Hand. Die haben in der Katzin vergessen, die Pistolen denen zu geben. Hä, da ist grad ne Matrix-Szene. Das ist ne Matrix-Szene, oder? Das ist ne Matrix-Szene, oder? Das ist ne Matrix-Szene, oder? Oh, die alle so in den Fahrstuhl reinschießen, und dann ist da niemand? Und der ist eigentlich oben? Und der ist eigentlich oben? Hörst du mich? Ian? Ian? Ian, sind Sie da? Markus? Die Verbindung hat gebrochen. Ich musste einen anderen Weg finden, durch das Ventilationssystem. Guten Job, Herr Bond. Wie ist deine Klosterphobie? Oh, sie riecht und klingelt. Oh, deshalb muss er auch immer durch so enge Gänge gehen, weil wir sind ja in seinem Kopf. Und wenn er klaustrophobisch ist, deshalb schickt sein Albtraum immer durch Schächter durch, ne? Voll deep eigentlich das Game. Sein Name ist Dr. Fletcher. What? Do... Do you know him? Will he recognize you? I'm... Not sure. I have to get a visual. So tell me some more about Fletcher. I have to get a visual, sagt man das echt so im Englisch. I have to get a visual. I have to get a visual. Why did he get the boot? Und clear. Looks like personal misconduct. Yo, raytracing. Hochsicherheitszone. Vorsicht vor Kameras und Feinden. Wirst du entdeckt, schlägt die Mission fehl. Jetzt kommt Stealth. Digga, was für Uludag. Was redest du da? Geh Hausaufgaben machen oder so. Hier runter. Da ist ein Computer in der Rezeption. Vielleicht kann ich sein Zimmernummer von dort finden. Ich bin auf der Klasse. Remember Snake, das ist die Selbstmission. Der sitzt da einfach am PC? Der ist nicht mal gebeugt oder so. Er versteckt sich nicht mal. Der sitzt da einfach ganz normal. Als würde er hier arbeiten. Ist das Dr. Fletcher? Ja. Ja. Das ist Fletcher. Das ist Fletcher. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Ja. Ja. Ich bin auf der Klasse. Ian. Was ist falsch? Nein. Ich dachte, dass ich ihn von irgendwoher weiß. Das bedeutet, dass wir auf der richtige Weg sind. Du folgst ihn? Ja. Ja. Moment, Chef. Wir sind ja gar nicht im Traum. Das ist doch eigentlich die Wirklichkeit. Ich rede die ganze Zeit davon, dass wir in der Traumwelt sind. Aber True, wir fallen die ganze Zeit durch Löcher durch. Das muss auch ein Traum eigentlich sein. Wie schon gesagt, die Theorie, die ich am Anfang hatte, dass der eigentlich im Krieg eine Verletzung bekommen hat. Und seitdem liegt er eigentlich im Koma. Ich muss mir das von oben anschauen. Okay. Also da stehen zwei fest. Die gehen gar nicht. Ich wurde gesehen. Was ist das für eine UI gerade? Ach so. Ich dachte, der Countdown läuft. Bis dahin muss ich versteckt sein oder so. Ja, ihr Gäste haben mich von oben, äh, von unten gesehen. Jetzt machst du mich wunderschön. Hier ist ein Koma. Du hast mich als ein Mann. Du hast mich als ein Mann. Du hast mich jetzt. Eine Sekunde noch. Okay, wenn man innerhalb des Countdowns alle schafft zu töten, die dich gesehen haben, dann ist alles okay. Das heißt theoretisch, wenn man gut aimen kann und so, einfach alle wegballern, ne? Ich muss auch auf Kameras achten. Ich muss auch auf Kameras achten. So. Messer reingedämmen raus, Digga. So ein geiles Game, man. So ein geiles Game. Kameras? Zack! Hä? Was hat er gemacht? Er hat ihm in seinen Hoden aufgeschlitzt oder so. Er hat keine Kameras. Es wurde gesagt, hier sind auch Kameras. Ich weiß nicht, wie weit er kommt. Ob er jetzt die Leiche sieht und dann mir der Arsch auf Glatteis geht. Sagt man das so? Ja, ne? Aber ich finde es cool, dass sie mehrere Animationen gemacht haben, ja? Nicht nur eine. Nee, kein Dingo Pictures Film. Ich bin bereit. Letztes Jahr war der Adventskalender ja ein bisschen anders. Weil letztes Jahr hatte ich ja noch einen festen Plan gehabt, was ich streame. Da hatte ich ja sowas gehabt wie, an dem Tag kommt Reaction, an dem Tag kommt Roguelikes, an dem Tag kommen irgendwelche Souls oder Challenges oder so. Und dann habe ich auch dementsprechend Adventskalender daran angepasst. Aber dadurch, dass wir nicht mehr sowas haben, sondern jeder Tag einfach bunt ist, ist der Adventskalender jetzt auch bunt. Okay, nice. Scheiße. Hat er mich gesehen? Was macht er da? Scheiße. Wie reagiert jetzt die KI drauf? Er sitzt. Er steht. Okay, sind die irgendwie alle alarmiert jetzt? Ich könnte mal hochfliegen. Ich finde es so super, dass die alle dieselbe Stimme haben. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Also, beruhigen die sich irgendwann? Bleiben die jetzt immer aggro? Ich weiß es nicht. Nehmen die jetzt einfach nur eine neue Route an, die sie jetzt ablaufen? Und an die muss ich mich jetzt anpassen? Okay, die scheinen wieder zu stehen. Aber ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll, ohne gesehen zu werden. Ja, die stehen da drei. Und wenn ich hier rauskomme, wird mich immer einer sehen. Vor allem, dass der eine sich jetzt gedreht hat. Vorhin hat der Rechte halt auch in die Halle reingeschaut und nicht hier rüber. Und nur der in der Mitte ist gelaufen. Und jetzt steht der Rechte und guckt hier hin. Ich bin froh, dass heute mal ein Türchen funktioniert. Gestern hat das Türchen auch funktioniert. Einfach rumschießen. Ja, aber dann schlagen die Alarm und dann muss ich innerhalb von zwölf Sekunden alle töten. Und ich weiß nicht, wie viele noch leben. Wenn es halt wirklich nur die drei sind, dann würde ich die in zwölf Sekunden schaffen. Bam, bam, bam. Jeder Schuss eine Sekunde. Bam. Aber wenn es halt mehr sind. Jetzt läuft da auf einmal der eine da hinten wieder. Ja, aber der hier nicht. Das ist jetzt irgendwie ein Bug, glaube ich. Das ist ein Buggy-Bug. Das ist Buggy der Clown, Digga. Junge, ich bin einfach Comedy-Gott. Der sollte sich eigentlich hier umdrehen, weil jetzt ist das ja unschaffbar. Die Situation. Die meisten Türchen haben funktioniert, to be fair. Ja. So wie dieser Adventskalender. Also da sind drei und da hinten ist halt einer. Wenn das nur vier sind, was glaubt ihr, schaffe ich das innerhalb von zwölf Sekunden, alle vier zu töten? Sonst habe ich keine Chance mehr. Wenn ich hier lang gehe, wird halt mich der Typ da hinten sehen, der hier in den Raum reinguckt. Komme ich von hinten, wird der Typ mich sehen, der hier in den Raum reinschaut, ne? Egal was ich mache, ich bin halt verloren. Das ist kein Treffer gewesen. Das ist kein Treffer. Er rennt weg! Die rennen alle weg! Ja, was soll ich machen? Ich dachte, die kommen jetzt alle zu mir. Zwei sind einfach komplett weggerannt. Oh mein Gott! Okay, jetzt habe ich aber, wenn ich jetzt nicht die wieder vorher triggere, habe ich keinen Bug mehr. Ohne Bug geht das dann. Bitte auch rennen. Ja, die wissen, dass in zwölf Sekunden mein Game Over Screen kommt. Und dann überleben sie das. Wie hast du den ersten Headshot verfehlt? Also, ich habe auf den Kopf gezielt. Ich habe geschossen. Er hat eine Reaktion gemacht. Aber es hat irgendwie kein Damage gemacht. Also kein Headshot Damage. Wieso fällt es dir überhaupt in 15 Sekunden? Äh, weil die dann Alarm rufen. Die Mission ist halt verkackt, wenn, ähm, der Alarm kommt oder so. Und, I guess, dann rennt Dr. Fletcher weg. Und wir müssen Dr. Fletcher finden. Ja, vielleicht hätte ich den einen Astral schubsen können. Hätte ich vielleicht versuchen können, ja. Aber die reagieren da auch super weird drauf. Wahrscheinlich würden die das als, äh, Alarm ansehen oder so, mich dann angreifen. Äh, oh, ich dachte, der kommt hier hin. Ganz schön hell hier gerade. Hab ich aber auch Gamma komplett aufgedreht. So. Ähm. Äh, hier laufen zwei hin und her. Ne? Ich habe ja einen getötet und der andere hat dann die Leiche gesehen. Die laufen aber auch so langsam. Naja, das ist halt chilliger Job, ne? Der eine läuft links rum, der andere läuft rechts rum. Wie mache ich das? Ich kann die Leiche da nicht wegbewegen. Vielleicht, wenn die hier liegt, sieht er die nicht. oder wenn die wenn er sie sieht dann komme ich hier von hinten und steche ihn ab ich glaube der sieht die nicht die bank versteckt ihn das ist ein gutes game das ist ein gutes stealth game das street ist nicht so einfach nur das wird sobald in seinem radius egal wo eine leiche liegt dass er darauf getriggert ist sondern die arbeit möglich mit sichtfeld und die bank wird gezählt als sicht unterbrechung scheiße hat die leiche gesehen ein ein noch das ist hier auf die ecke und 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 die maktas die mache ich das die mache ich das liefert dann mal mache ich das wenn du das büro des geschäftsführers danke für den hinweis Ich schmier das mal, Bruder. Als ob der mich nicht gesehen hat. Hoshinosaurer. Dankeschön für sechs Monate. Willkommen im Silver Squad. Das ist auch so scheiße eigentlich designt für ein Stealth-Game, ne? Du hast literally nur einen Weg. Normalerweise sind so Stealth-Games ja so, dass du so mehrere Möglichkeiten hast, an die Sache ranzugehen, mehrere Lösungen, mehrere Wege, wie du die gehst. Hier ist straight up eigentlich nur ein Weg möglich. Die sollte ihm vorher in die Kniekehle getreten, ihn aber dann nicht nach unten gezogen, sondern dann trotzdem mit dem Stehen gewirkt. Komische Animation. Jo, tschau, Kitt. Tja, wie mache ich das jetzt? Und ich kann, also sobald mich einer sieht, sehen komischerweise alle mich. Probier mal astrale Reise. Oder wenn er hier hinkommt, die Leiche checkt, dann mache ich astrale Reise und stun ihn. Stun ihn und knüppel ihn dann nieder. Vorsprungknopf. Warte, bitte. Jetzt lauf doch. So, und gleich kommt der Typ hier rüber und die stun ihn. Das Spiel ist nicht gebannt in Deutschland. Also ich habe es mit meinem deutschen PSN-Account gekauft. Kannst du dabei? Das ist es. Ja, in Steam ist es wahrscheinlich wegen den neuen Regelungen. Auf Xbox und Playstation kannst du das ganze Mal kaufen. Steam hat dann neue Regelungen, dass Spiele, die irgendwie, glaube ich, ab 16 sind, schon ab 16 sind, dass die Entwickler so ein Formular ausfüllen müssen. Wenn sie es nicht machen, dann kannst du es bei uns nicht mehr kaufen. Und dann gibt es halt Spiele, wo sich der Entwickler halt nicht mehr viel juckt und dementsprechend den Scheiß auch nicht ausfüllt oder sich dafür gar nicht interessiert, dass ein Spiel in Deutschland oder so kommt. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, es ist in Deutschland nicht gebannt. So, kann ich jetzt einfach hier gehen? Muss ich die gar nicht töten? Okay, ich bin aus der Lobby. Oh, ich dachte, ich muss jetzt in die Staffelabendung. Es ist auch auf Twitch nicht, es ist nirgendswo gebannt. Das Spiel ist halt... Das Spiel ist halt damals ein übelster Flop gewesen. Die Medien haben es komplett auseinandergerissen, sodass der Entwickler sich sogar entschuldigen musste für dieses Spiel. Ich glaube, die wollen damit heutzutage absolut nichts mehr zu tun haben mit diesem Spiel. Und wenn die dann eine Benachrichtigung bekommen, hey, das Spiel gibt es nicht mehr auf Steam, die denken, sich juckt. Unser Spiel wird einmal im Jahr verkauft und dieses eine Mal wird dann auch noch direkt refundet. Das juckt uns nicht. Hab halt noch nie von diesem Spiel gehört. Ja, weil es halt komplett irrelevant ist. Ich bin mir ziemlich sicher, du kennst tausend andere Spiele nicht. Wieso hat der Kill jetzt nicht funktioniert? Es kommen täglich hunderte von Videospielen raus. Ich denke mal, du wirst viele davon nicht kennen. So wie auch dieses. Es war halt ein kleines Indie-Game. 2018. Wieso hat jetzt mein Takedown nicht funktioniert? Hier ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Eine Kamera ist hier. Leute, ich bin in meiner Kampfanimation. Ja, dieser Weckerton, das ist eine Kamera. Und jetzt der zweite Part des Stealthens sitzt jetzt mit Kamera. Ich muss die mit meinem Telekinese ausschalten. Das hören die. Das bekommen die mit. Scheiße, das hören die. Wer hat die Kamera kaputt gemacht, Mann? So, da ist noch eine Kamera. Gibt es was Geiles in den Toiletten? Aber Verbandszeug. Irgendjemand hört mich. Scheiße. Wieso? Wieso werden alle alarmiert? Ich check's nicht. Was ist das? Er hat nicht mal seine Hand ans Ohr gehalten, um irgendwie durchzugeben, dass er jetzt hier am Start ist. Und die kommen einfach alle instant. Die haben alle nur ein Auge. Wenn einer mich sieht, sieht mich alle. Sehen mich alle. Die haben mal so ein Hive Mind. Die verständigen sich über die Astraläden. Ach, scheiße. Du hast recht. Okay, der hat kurz zur Seite geglischt und mich dabei gesehen. Kann alle gleichzeitig kommen. Ich nehm's mit euch allen auf. I fuck you up. Oh, shit. Die Kameras machen so einen Weckerton, weil er schläft ja. Das ist doch alles nur ein Traum. Hey, das ist voll smart. Gotti. 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 Okay, da wir ja wissen, dass der eine hier gleich hingelaufen kommt und sich die Leiche anschaut, werde ich ihn gleich von hier aus holen. So, der Hohnenschnitzer. Der geile Hohnenschnitzer. Kamera. Ich höre eine Kamera. Da. Hä? Daneben astral gereist. Der hat ein Schutzschild. Boah, das wäre... Das wäre assi, wenn die Kameras auch nur so kurz ausfallen würden, wenn man sie astral beschädigt. Aber die bleiben halt wirklich komplett vielmals tot. Einfach tot. Boah, das ist grad viel zu spannend, Mann. Es ist mir scheißegal, ob ich Game Over gehe. Ich nehme euch alle mit. Worum geht's in einem Game? Um Freundschaft. Oh, falsche Taste. Es geht um einen Typen, der einen Unfall hatte in Syrien und dann wurde er gekibnappt und dann wurden an ihm Experimente... und dann geht der Wecker los. An dem wurden Experimente durchgezogen. Und seitdem hat er irgendwelche komischen Albträume und hat alles vergessen, was irgendwie passiert ist. Und jetzt bekämpft er die Leute, die diese Techniken benutzen, womit man Menschen irgendwie Gehirnwäsche machen kann. Der Mensch hatte die ganze Zeit einen Bart, ja? Also Matrix nur anders. Ja, es ist ja keine digitale Welt, sondern er ist halt gerade in seiner Traumwelt. Es ist eher so Inception. Hey, JC, was geht ab? So sieht Aufwachen bei mir auch aus, Not Gonna Live, stark. Ja, Deutsch Inception. Gemacht vom deutschen David Cage. Jetzt kommt er nicht! Scheiße, da ist jemand auf dem Boden, Mann! Was ist hier passiert? Verdammt! Raphael! Steh auf, Mann! Raphael! Mein Hodensack! Hier ist eine Kamera. So, der hat mich irgendwie ganz doof gesehen. Bei dem, wenn ich einfach geduldig bin, glaube ich, kann ich den einfach von hinten ranholen, oder? Glaube ich. Er kommt, glaube ich, nach rechts gar nicht rum. Er läuft, glaube ich, immer nur links rum. Kann das sein? Hey, wir müssen kurz schauen. Stealth, muss man geduldig spielen. Geduld ist meine Schwäche bei Videospielen, aber, so ist das halt manchmal bei Videospielen, ne? Da muss man auch mal gegen sich selbst spielen und nicht nur gegen das Spielen. Okay, er kommt auch auf die rechte Seite. So wird ein Metal Gear Solid Delta wird dann werden. Dicker, da wird ein Metal Gear Solid Delta, wird einfach alles niedergemäht. Ich weiß, ob ich das delfe, Alter. Ich komme nicht bis zur Kamera. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt versuche, ihn zu holen, dass die Kamera mich sieht. Läuft jetzt hier rein, dann bleibt er kurz stehen, dreht sich um und dann könnte ich ihn holen. Aber die Kamera, die ist genau gerade in diesem Raum hier gerichtet. Die wird mich erwischen. Laufen Sie, ja, gibt nicht. Zeitlupe und wieder verstecken. Boah, ich bin so ein krasser Astralreisender. Wie einfach davor steht, man. Ich lieb's. Er geht hier rein. Und dann hole ich ihn gleich. Und dann hole ich ihn gleich. Ich habe mal als Kind im Krankenhaus gestorft. Das war geil. Kommt hier noch einer? Oh, als ob da einer steht. Ja, okay. Als ob da einer steht. Ist das scheiße. Ich lag im Krankenhaus für irgendwie eineinhalb Wochen oder zwei Wochen lag ich im Krankenhaus. Und lag in einem Zimmer mit einem Typen. Und wir haben aus Joke im Krankenhaus dann mit unseren Verletzungen gestorft. Mit Krückstöcken. Weil wir das Zimmer nicht verlassen durften. Wie geht's dir so? Mir geht's wundervoll. Ich hasse dieses Spiel. Vor allem hasse ich, dass ich dafür 30 Euro ausgegeben habe. Ja. Die besten 30 Euro, die ich jemals ausgegeben habe. Natürlich. Warum durfte ich euer Zimmer nicht verlassen? Ja, wir durften halt nicht so viel gehen. Ich hatte halt so eine Verletzung am Becken. Durfte halt nicht gehen. Musste halt ja genesen. Und der hatte so eine ähnliche Verletzung an seinem Schienbein gehabt. Und durfte halt nicht gehen, weil wir uns genesen mussten. Und wir hatten halt keinen Bock, den ganzen Tag nur im Bett zu liegen. Vor allem, weil wir auch nicht den ganzen Tag Fernseher gucken durften. Wir hatten einen Fernseher, aber wir durften den nur eine bestimmte Zeit am Tag benutzen. Das war dann halt arschlangweilig, ne? Und dann haben wir uns so Pistolen aus Lego gebaut. Und so getan, als wären wir Geheimagenten. Und haben uns dann im ganzen Krankenhaus von Etage zu Etage durchgearbeitet. Verletzt beim Beckenstoß ausführen. Und Spongebot den verletzt, ne? Ich bin ausgerutscht bei nassem Boden. Und dann bin ich halt mit der Seite auf so ein Dingens draufgefallen. Also da war mal so ein Busch. Und die haben halt den Busch abgesägt. Und dann guckte halt nur so ein Holzstück aus dem Boden raus. Und ich bin halt mit dem Becken genau draufgeknallt. Und dann hatte ich irgendwie so einen Riss im Becken gehabt. So einen kleinen Riss halt. Und da lief dann irgendwie Flüssigkeit irgendwo hin, wo sie nicht hin sollte. Das hat irgendwie dazu geführt, dass ich meine Beine nicht gespürt habe. Und wisst ihr, was hier für ein krasser Macher ich war? Ich bin den ganzen Tag noch in der Schule geblieben. So. Das ist in der ersten Pause passiert. Und ich bin den ganzen Tag noch in der Schule gewesen. Ja, ich bin ein Macher. Und dann bin ich erst nach Hause. Okay, ich muss auch natürlich sagen, meine Lehrerin hat gesagt, das ist nicht schlimm, kannst du noch weitermachen. Ich habe gesagt, aber Frau Kunze, Frau Kunze, Autschi, Autschi. Und die so, ja, ja. Ja, aber Frau Kunze, ja, ist doch okay, Viktor. Okay, wer hat es gehört? Lehrer sind dumm. Die war tatsächlich eine echte, sehr, sehr gute Lehrerin. Da hat sie vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung getroffen. Aber ansonsten war sie echt eine gute Lehrerin. Kommst du jetzt? Boah, ich hätte den easy abknallen können, äh, abstechen können. Ich dachte halt, er ist da nur so eine Sekunde und dann kommt er jetzt wieder zurück. Aber jetzt kämmt er da einfach. Und jetzt ist es schon wahrscheinlich zu spät. Junge, der ist da wirklich irgendwie hängen geblieben. Okay. Das erinnert mich an eine Story vom The Keggy-Video, wo du aufgeschnittenen Beinen im Krankenhaus warst. Ja, wahrscheinlich ist es das gewesen, ja. Ich war nur einmal mitten am aufgeschnittenen Beinen im Krankenhaus. Und ansonsten habe ich mich nie verletzt, weil ich immer nur zu Hause sitze und Videospieler spiele. Ich habe keine coolen, oh, ich habe mir meinen Arm fünfmal gebrochen an derselben Stelle, Geschichte. Ich habe nur solche Geschichten wie, boah, ich habe Street Fighter so viel gespielt, dass mir damals an meinem Daumen eine Blase geplatzt ist und ich nicht mehr Spiele spielen konnte für eine Woche. Irgendwo war hier doch noch ein Typ, oder? Ja, ich habe, das war Street Fighter X Alpha oder so auf der PS1. Und da habe ich, das habe ich so viel gegamed, dass ich eine Blase auf meinem Finger hatte und habe aber dann nicht aufgehört und habe weitergemacht. Dann ist die Blase halt geplatzt und dann hatte ich halt so einen wunden Daumen gehabt, wo so eine Kruste gewachsen ist. Und während jetzt konnte ich halt keine Spiele mehr spielen. Wahrscheinlich an seinem Computer. Du denkst so, Sherlock? Ja, Frau Hudson. Okay, ich scheine hier richtig zu sein. Kruste hat noch geholfen, länger ist, Street Fighter zu spielen. Ja, das Ding ist, ich habe dann halt nicht mit dem Daumen gespielt. Also hier, ich hatte halt hier diese Blase, die dann aufgeplatzt ist, sondern ich habe dann einfach hier mit diesem Knochen gespielt. Keiner nimmt mir meine Videospiele, auch nicht eine dumme Verletzung. Wer war dein Main? El Fuerte oder wieso? Ich habe gar keinen Main gehabt, aber es gab in Street Fighter, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, gab es so einen Modus. Ich bin stecken geblieben, cool. Ich bin im Tisch stecken geblieben. Ich muss das neu starten. Wow, ich darf jetzt nochmal stecken, oder? Es gab in Ex-Alpha damals so einen Modus, wo du mit jedem Charakter... Oh, ich bin frei, nice. Mit jedem Charakter so eine lange Liste an Kombos hattest. Und die musstest du alle einmal machen. Er ist durch die Tür durchgegangen. Oin. Oin. Ich habe keine Ahnung mehr von den Kombos. Ich weiß nur, dass die teilweise sehr lang waren. Und das mit jedem Charakter. Und ich habe da Tage und Nächte verbracht. Okay, soll ich jetzt irgendwie was mit ihm machen hier? Hä? Wieso tun denn die Handgelenke von FF14 weh? Dringe in den Verstand ein. Ich habe doch Quicktime-Event. Ich verkackte. Da stand X drücken. Ich habe X gedrückt. Ich bin drin. Chat, wir sind im Mainframe. Ich bin toll. Dankeschön für siebenfünfzig Monate. Lass dein Gehirn platzen. Wie bei The Boys. Lass platzen. Lass platzen. Er hat die geplatzt. Da kam so ein Blutstrahl aus seinem Kopf raus. Ich brauche trotzdem Fletchers Rune-Key, aber wenn ich in der Garten-Pine war, sah ich Fletcher. Er hatte ein Briefcase voll von Pilden. Nicht nur Blut, viele Farben. Yellow, red, blut. Das muss sein, was Fletcher verkauft. Was sollst du machen? According zu seiner Verhandlung, sie werden dich in Superman. Chat, wann hättet ihr in dem Spiel aufgehört? Welcher Punkt wäre in dem Spiel gewesen, wo ihr gesagt hättet, Nee, ich refund es. In den ersten 30 Minuten ist doch nichts Schlimmes passiert. Wo der Bug kam mit dem Darkroom. Das war echt scheiße, Mann. Ich hätte es nicht mal gekauft. Ja, aber gehen ja davon aus, du hast es gekauft. Okay, ich muss sie jetzt bestellen. Kommt der jetzt hier hin? Nee. Okay, ich habe die Schlüssel für Fletcher's Rune. Hahaha. Jetzt bist du mir schrecklich. Okay, gut, ich habe dich. Hey, Junge. Was ne geile Reaktion, Alter Erstmal überm Boden Wave daschen, Alter Er ist einfach Star Fox Aus Super Smash Ross Melee Show me your move Scheiße Setz dich doch hin Hei, ja, caramba Ich hasse es, dass alle getriggert immer werden Was ist das für ein dummes System Ey, da haben nur noch zwei gefehlt, Mann Das war voll gut Hei, ja Ich liebe Fox Also ich denke mal, den in Grau kann ich auf jeden Fall machen Ja, diese dummen 12, 11 Sekunden, das ist so dumm Es würde Sinn ergeben, dass du in dieser Zeit nur die töten musst, die dich erwischt haben Da würde es halt ja Sinn ergeben, so, ne Aber, dass einfach alle, le, 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 kommen Das ist crazy Vor allem, auch wenn die sich nur so ne Nur ne halbe Sekunde gesehen haben Boom Alle sind getriggert Der ganze Laden ist auf einmal unterwegs Ach, als ob der sich umdreht Ah, als ob der sich umdreht Junge, wie viel tankt er Ey, chill Ja, da steht Manche, ich bin kurz vorm Ende Manche, wir haben gleich großes Finale Scheiße, die hab ich gehört Wieso sind da Blumen Die Dämonen kommen Ey, mal ein bisschen Abwechslung Mal ein anderer Tod Das fühlt sich alles so gleich an Ich kann's dir nicht sagen Ja, es fühlt sich irgendwie an, als würde es jeden Moment passieren Aber es fühlt sich auch so an, als würde es niemals passieren Ja, vielleicht haben wir Glück und vielleicht kommt noch ein Parkhaus Warum kamen die jetzt? Die kommen irgendwie random Ich check auch nicht genau, wann die kommen Okay, welche Tür ist es jetzt? Manager? Fletcher heißt bestimmt Manager, oder? Manager Oh, hier komm ich her Markus, kannst du mir irgendwie sagen, wo ich hin muss? Markus? Wir haben irgendwie andere Schilder, die mir irgendwie sagen Hier geht's Richtung Büro Da ist irgendein Schild Um die Ecke schauen Da ist niemand Wo ist denn der Typ mit dem roten Anzug? Was steht da geschrieben? Da ist auch nur Manager in die Richtung geschrieben Wo geht's zu Dr. Fletcher? Also ich glaube, ich komme nicht drum herum, als hier alle loszuwerden Restroom Guck mal, wie die da stehen Zigarettenpause, oder was? Den hole ich mir Den hole ich mir Wieso kommt da einer? Der merkt das nicht, oder? Ich habe auch Angst, dass gleich irgendwo eine Kamera ist, oder so Der kommt hier hin, oder was? Da kommt er nicht Okay, ich glaube, ich kann ihn jetzt holen Ja, der sieht voll genervt aus Ich glaube, der hat einen richtigen Scheißtakt heute gehabt Und ich mache jetzt ihm seinen Scheißtakt noch beschissener Dreh dich nicht um Der Plupser geht herum Wer sich umdreht, oder lacht? Kriegt keiner auf? Popo geklatscht Geh doch raus aus dem Astralmodus Boah, okay Da ist Staffroom hinten Pass, wer hat mich gesehen? Er hat die Leiche gesehen Ja, hier kam ich ja ursprünglich her, oder? Nein, 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 nein Mich hat keiner gesehen, oder? Frohen 9.12. allerseits Hier steppt ja noch die Luzi Was geht ab? Spiel kann nur gut sein Ja, ist schon recht nice Ich mag Stealth Games Voll gerne Digga, die sind da zu dritt Ich weiß nicht, ob es da hinten im Staffroom ist Ich werde sowas von erwischt hier, wenn ich hier hinlaufe Der bleibt da hinten einfach stehen, ne? Der im schwarzen Anzug bleibt stehen Blaue Krawatte bleibt hier stehen Wo bleibt die gelbe Krawatte stehen? Gelbe Krawatte drückt sich am blauen Krawatte durch Und die rote Krawatte läuft nur hier entlang Gelbe Krawatte bleibt kurz stehen Und geht dann auch wieder zurück Okay, blaue Krawatte und gelbe Krawatte laufen immer hier hin Das ist ja super scheiße, dass die hier hinlaufen Dass die beide zur ähnlichen Zeit hier sind Das macht es echt schwer Oder ich versuche die blaue Krawatte Vielleicht von der Seite zu holen Diki Vielen Dank, Diki Für fünf Subs, Mann Vielen, vielen Dank Dankeschön Ich habe heute mein Ergebnis für meine Masterarbeit bekommen Ich habe eine 1,3 geschrieben Okay, crazy Einfach Einstein im Chat Ja, Glückwunsch, Mann Okay, vielleicht muss ich die gar nicht töten Und ich gehe einfach geradeaus durch Safe ist es da hinten Ich war nur da hinten, glaube ich, noch nicht Lauf doch jetzt Die blaue Krawatte hat mich gesehen Boah, die Dämonen kommen Ich hätte es vielleicht geschafft Aber die Dämonen kamen Boah, die Dämonen kamen Was ist das für ein Scheißspiel? Das ist eine sehr wichtige Frage. Boah, ich muss eigentlich den Roten töten. Ich muss nicht nur seinen Schlüssel nehmen, ich muss ihn direkt umbringen. DG. Wieso kommen die Affen? Das ist ja voll random. Das ist irgendwie diese Mr. Andersons aus Matrix, ne? Äh, die Agent Smiths, Mr. Andersons war da gut. So, ich hab die Dämonen weggemacht. Ich hab die Pille gegessen. Durch die Pille... ...gehen die wieder weg. Einer noch, einer noch. Wo ist der? Gelbe Krawatte, gelbe Krawatte. Wo ist der? Wo ist der? Einer noch, einer noch. Wo ist der? Der hat sich einfach versteckt. Der hat sich einfach versteckt. Das wär so ein easy game. Chat, ich knall die jetzt alle ab. Die zwei stech ich ab. Und dann renne ich einfach durch. Okay. Oder schaff ich es durchzukommen? Okay, ich schaff's vielleicht. Ich schaff's. Ohne gesehen zu werden. Aber jetzt kommt von der Seite gleich auch einer. Wenn er die Leiche... Die haben die Leiche gesehen. Was ein Timing. Mann, wieso krieg ich die langsame Animation? Gib mir doch nicht die langsame Animation. Okay, das war jetzt bisher ein besserer Try. Ach, das sind zwei rote. Da ist noch eine rote Krawatte. Ah, okay. Ich dachte, das ist nur eine rote Krawatte. Okay, dann machen wir dasselbe wie vorhin. Ich geh ganz hinten durch. Und wenn die alle hier runter gehen, schleiche ich mit Zeitlupe durch. Oh, die sind diesmal ab. Die haben jetzt echt ein beschissenes Timing diesmal, ne? Ich hab ihn! So! Jetzt haben wir hier komplett Ruhe. Oh, das wäre nicht mehr die richtige Tür gewesen. Okay, ähm... Ja, Fahrstuhl. Ist irgendwo noch eine Kamera? Da war gerade kurz... Da war kurz gerade so ein Symbol für... Dass mich jemand gesehen hat. Ah, nee. Das ist meine Ausdauerleiste. Lol. Hä? 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 Da ist die ganze Stadt. Hä? Ich geh lieber zurück. Ich trau mich nicht weiterzulaufen. Nicht, dass da gleich kein Boden ist oder so. Ja, ich war kurz out of bounds. Die haben vergessen... Die haben vergessen, hier eine solide Wand zu setzen. Da ist keine Absperrung. Da kannst du einfach durch. In das Gebiet vorher. Welches nicht mehr geladen ist. Die haben es einfach vergessen. Die Durvi-Durvis, Mann. Oh. Oh. Hier war ich noch nicht. Spiel abgestürzt. PlayStation brennt. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Jetzt Endboss-Finale. Da ist der Bösewicht. Der immer so böse guckt. Das Spiel ist kein Dreck. Du musst... ...einfach mal dich auf das Spiel einlassen. Der Fahrstuhl sah aus wie eine... ...hier... ...wie die wo immer... ...die Gummizelle. Das sah aus wie eine Gummizelle. Das ist alles nur ein Traum. Oh. Bloody. True, das könnte sein Vater sein. Ich hab noch am Anfang gesagt, der sieht irgendwie voll ihm ähnlich. Ich hab noch sogar gesagt, ist das derselbe Charakter, nur mit Glatze? Und wenn wir ihr die ganze Zeit hier so seine Träume erforschen und der irgendwie so ein traumatisches Erlebnis mit seinem Vater hatte, das ist wirklich sein Vater. Der Endgegner ist sein Vater. Mehr Stealth? Boah, mehr Stealth, ey. Ich freu mich. I mean, Stealth ist immer noch besser als diese komische Astral-Scheiße, die wir da hatten. In dieser Horror-Welt. Das ist ja hundertmal geiler. Das ist irgendwie... ...irgendwie... ...kein der Spannend. Scheiße. Wieso kommt die rote Krawatte hier so weit nach vorne? Scheiße. Ich wurde gesehen. Oh, ich darf hier alles töten. Ich darf hier alles töten. Ich bin nicht mehr im Stealth. Ah, ah, ah! Chill. Ich bin nicht mehr im Stealth. So. Ja, was macht ihr jetzt, wenn ich mich wehren kann? Macht ihr gar nichts mehr? Ich finde das so scheiße, dass es einfach zwei verschiedene Pistolen gibt. Wieso gibt es zwei verschiedene Pistolen? Gib mir doch die ganze Zeit Munition für eine Pistole. Das ist einfach dieselbe Scheiß-Waffe. Zweimal. In verschiedenen Ausgaben. Oder gleich das Asset-Pack und das kriegt gleich noch eine Meta-Ebene. Nee, 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 nee. Nee, das ist safe, der Vater. Das muss der Vater sein. Lass mich kurz nachladen. Ich finde es super, wie er da stand und so den hier gemacht hatte. Steht da jemand? Kann das sein? Ah, ob da einer steht? Obwohl ich halt zwei Meter vor ihm wegstehe. Ran! Bah! Der Kick, Alter. Junge, den habe ich komplett aus der Astral-Ebene rausgeworfen. Der ist gerade wieder aufgewacht. Und ist wieder in seinem normalen, trostlosen Leben. Tristlos? Trostlos? Trostlos? Tristlos? Trist voll. Trostlos? Ach, Digga, keine Ahnung mehr. Bin ich ein... Bin ich ein Germanistik-Student oder was? So, weg mit der Scheiße. Ich spiele mich immer ein bisschen schneller. Die Mondschein-Sonate. Das ist bestimmt auch irgendwie ein Teil seiner Kindheit oder so. Morgards? Was sind denn Morgards? Die haben den Namen? Jetzt machst du mich angreif. Jetzt machst du mich angreif. Okay. Der will mich abfucken. Reload ihn. Harry. Falscher... Ich habe falsche Tasse gedrückt zum Heilen. Französische Subway-Werbung. Alter, jetzt habe ich Bock auf Subway. Ich habe generell Bock zu fressen. Ich will mich mit irgendwas vollstopfen, Alter. Verdammt. Mehr Guards. Ach, mehr Guards. Ich habe Morgards verstanden. Was für fucking Morgards. Okay, ich versuch mal was Neues. Reload ihn. Wir müssen die Kaffee. Für den Reload. Okay, bei der Taktik muss man halt wissen, wo man hinlaufen muss, ne? Damit die funktioniert. Subway besser Fastfood-Laden, wenn die Leute dort gönnen. Inwiefern, wenn die dort gönnen. Kriegst du noch einen Keks geschenkt, oder was? Digga, ich war zuerst. Digga, ich drücke doch Sprint-Taste. Sprinte doch. Ja, ich glaube, meine Spread bringt es nichts. Weil ich glaube, man muss die alle töten. Oder? Oder? Lol. Gut, ich habe halt Heilung jetzt verschwendet, ne? Ich weiß nicht, ob sich das so gelohnt hat. Gleich kommt ein End-Boss und ich habe keine... Ja, okay. Jetzt kommen ja richtig viele Gegner. Now you're making me angry. Du bist ja immer noch in der Stealth-Passage. Nein, das ist keine Stealth-Passage mehr. Ich darf hier wieder töten. Das ist jetzt die Action-Passage. Jetzt kommen hier super viele Gegner. Der lebt immer noch! Digga, wie lange hat der gelebt? Das war ein schöner Schuss. Das war ein schöner Schuss. Wie er sich geduckt hat. Einfach den Dodge. Wie lange geht dieses Trauerspiel eigentlich schon? Viel zu lange. Wahrscheinlich hätte jeder vernünftige Mensch das Spiel schon längst aufgehört. Aber ich bin jetzt irgendwie viel zu intuit. Ich muss herausfinden, was passiert. Was ist das für ein Scheiß-Sound? Was sind das für komische Geräusche? Sechs Stunden-Nap. Das ist kein Nap-Poppy. Das ist normales Schlafen. Jedes Stress-Spiel, was funktionieren, muss ausgereizt werden. Die funktionieren alle. Wieso ist meine Linse eigentlich gerade dreckig? Oh, Munition und Heilung. Jetzt kommt Bosskampf. Kannst du etwas hören? Nein. Keiner in den drin, glaube ich. Dann komm in den drin. Hier. Als ob er nicht nach rechts guckt. Was ist das? Achso. Ian? 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 Der hat das in seinem peripheren Blick gesehen. Es ist Fletcher. Er hat getötet. Die Augen sind weg. Oh, schweiß, schweiß, schweiß. Geh weg von da jetzt. Schau deinen Weg raus. Nein, ich bin nicht weg. Mit Fletcher gone. Der Nexus ist der letzte Link, wir haben. Hast du den Briefkasten? Nein. Oh, es ist ein Schwerpunkt hier. Minus das Alter seiner Frau mal das Alter seiner Tochter. Eine Streichholzschachtel aus dem Hotel. R-E-G-E. R-E-G-E in Bukarest. Stellung Trauma-Statustechniker Abteilung Extraktionslabor 19, Freigabe Level 5. Versuch 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, soll ich das Spiel einschätzen? Kann man hier gar nichts eintippen. Sobald man den Code hat, dann macht er das automatisch. Glaube ich. Oh Gott. Was ist das? Da ist ein Schwerpunkt. Full of pictures. They are all pictures of children. Fuck. This must be the... Bauarbeiter haben das Internetkabel hier zerschnitten. Nothing, nothing. Ach, du Scheiße. Why the pictures? Is this guy for real? Did someone else put them there? Aber ich gues, sowas hier wird ja schnell repariert, oder? Ah, das ist ja fürchterlich. Hallo. Hallo, hübsche. Fletcher war ganz schön umtriebig. Er bleibt nie länger als ein paar Wochen an einem Ort. Und er reist unter verschiedenen Namen. Smart. Junge, wenn der Code jetzt einfach hier irgendwo dumm rumliegt. Eigentum von Atlas Corp. Dieser Abschnitt behandelt alle wichtigen Verfahren für Trauma-Statustechniker und führt gleichzeitig in Phase 1 der Immersion der Patienten in das Past Cure. Boah, Title Drop. Kapitlerschaffung einer realistischen Hintergrundgeschichte. Aufbau des Haussicherheitssystems. Kommunikationsaufbau Teil 1 der Telefonanruf. Kommunikationsaufbau Teil 2. Visuelle Hinweise. Überwachung der Trauma-Statusaktivität und Akzeptanz der Patienten. Einführung grundlegender Fähigkeiten. Vorbereitung auf langfristige Immersions-Narrative. Diese ganze Scheiße von wegen, dass es irgendeine Organisation gibt, die Leute so brainwashed und so ein Kram. Das ist bestimmt sein Narrativ, was ihm in seinem Kopf gesetzt wurde von irgendjemandem. Oder so eine Scheiße. Der Meister hat keinen Plan, wie lange das dauert. Aber heute seit 14 Uhr oder so nichts mehr. Crazy. Das ist ganz schön ätzend. Was machst du jetzt so ohne Internet? Hast du das den ganzen Tag so ohne Internet gemacht? Führender Neurologe gewinnt den begehrten Crowley-Preis für Fortschritt in der Neurowissenschaft und Psychologie. Als Leiter eines Teams von Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen hat Snyder mit seiner Arbeit zur Entdeckung mehrerer Neurotransmitter beigetragen. Wenngleich viele in seinem Fachgebiet seine Forschung als bahnbrechend bezeichnet haben, haben die Ergebnisse gleichzeitig Fragen aufgeworfen. Wie sich die Substanzen eigentlich genau verhalten. Wozu sie eingesetzt werden können, sollte so eine Extraktionsmethode tatsächlich entwickelt werden. Ja, irgendwie, Chad, eigentlich ist er der Böse. Irgendwie hat er eine Scheiße gebaut, irgendwie seine Frau umgebracht oder so. Wir hatten ja diesen komischen blutigen Schläger gesehen und es geht die ganze Zeit um irgendeine Frau, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Und der hat irgendwie sich von diesem Neurowissenschafts-Bullshit ein neues Narrativ in sein Gehirn einpflanzen lassen. Und sein Gehirn wehrt sich jetzt irgendwie und will ihn an diese Dinge erinnern. Digga, wieso kann ich das nicht aufheben? Das hat doch gerade geleuchtet. Ballatro den ganzen Tag gezockt? Nice. Ich frage mich, ob sowas für jemand in 10 Jahren mal das Spiel ist. Es funktioniert ja, halt so die Gaming-Erinnerung aus der Jugend safe. Ja, okay, vielleicht nicht bei dem Spiel. Da, es leuchtet. Aber der Prompt ist verschwunden für Dreieckdrücken. Es gibt immer, egal wie schlecht ein Spiel ist, es gibt immer irgendjemand, der das irgendwie liebt, weil er es in seiner Kindheit gespielt hat oder so. Kurz nochmal da, weil ich es auch noch spielen möchte. Wie ist dein bisheriges Fazit? Worth it? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe irgendwas aus ihm rausgeholt. Ernsthaft? Der Code ist einfach an der Leiche? Eine schwarze Pille aus einem blauen Origami-Vogel. Der Code ist wirklich einfach nur an der Leiche? Der Code ist einfach nur ein normaler Typ, der zu Hause... Irgendwie so eine Frau geschlagen hat oder so. Der Nummer auf dem blauen Pille. Vielleicht ist das der Code. Äh, 4, 5, 9, 1, 2? Oder was war das? 4, 5, 9, 1, 2? 4, 5, 9, 1, 2? War doch richtig, oder? Suche einen anderen Save. Ah, okay. Okay. Du bist ein richtiger Globarex. Was geht ab, Mann? Dankeschön für den Rate. Hallo. Grüßt euch. Ihr kommt zu Peak Gaming. Was denn? Ian, bist du da? Nicht die Blackpille, es ist sehr gefährlich. Hörst du mich? Ja, nicht schau. Ich habe nicht planen, zu. Das ist das Spielzeug von seinem Kind oder so. Die Blackpille wird dich literalmente töten. Was ist es? Oysen? Äh, wir spielen gerade ein wundervolles Spiel, wo es darum geht, dass wir in seinem Traum unterwegs sind. So, Inception. Habt ihr Inception gesehen, dann kennt ihr das Spiel. Oh. Ja. Wenn ihr es in Suizid genommen habt. Entstanden. Ich bin in 1301 jetzt. Ich weiß, warum ihr den Film noch nicht gesehen habt. Es ist ein örtes Schiff hier. Mit nichts, aber ein Teddy in der Seite. Hat irgendwas geschrieben? L.I.V. 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 Oh. Der O-Name vielleicht. Oder die Teddys? Schneid den Teddy auf. Der muss den Teddy aufschneiden. Dicker, das ist ein fucking Safe. Und da ist einfach nur ein Teddy eingesperrt? In dem Teddy sind bestimmt irgendwie Drogen oder so. Der muss den Teddy da rausholen. Und aufschneiden. L.I.V. Ach okay, es wird auch gesagt schon. Ich wollte gerade selbst nachdenken. Und für den anderen Safe-Code? Für den anderen Safe oder was? Das sind alles Verschwörungstheorien. Angeblich geheime Versuchslabore. Gedankenkontrollprogramme und mögliche Verbindungen zu die CIA. Das übliche eben. In manchen der Artikel geht es jedoch um die Autoren. Scheinbar verschwindet jeder, der über diese Geschichte schreibt. Okay. Ja und L.I.V. ist auch nicht die römische Zahlen, sondern das ist ihm wie seine Tochter oder so. Die heißt Livery. Und das ist ihr Spitzname gewesen. Wieso sollte Jumeniki im Adventskalender sein? Jumeniki ist doch kein Trash-Game. Äh, 54? Oh, ich habe eins gedrückt. Achso, ich soll den kompletten... Wow. Ich habe jetzt einfach schon direkt 54 eingegeben. Mann! Hä? Verdammt, es funktioniert nicht. Ist da noch ein anderes Schmutzplatz irgendwo? Vielleicht in 1303. Die kleine Lebrige, Livery. Ja? Sie ist halt geboren mit einer sehr großen Leber. Und deshalb haben die Eltern sie Livery genannt. Ähm. Soll ich einfach gehen oder was? Komischer Name, Livery. Ja. Kennst du jemanden mit einer überaus großen, gigantischen Leber? Markus? Das ist ein gängiger, gängiger Name für Leute. Mit einer riesigen, gigantischen Leber. Was ist das? Fuck you! Das ist ein großer Fuck you. Verdammt. Abort Mission. Nein, Markus. Ich bin nicht hier die leute Hände. Genau das, Pascal. Das Mädchen auf dem Fahrrad. Was man irgendwie nicht spielen kann ohne Guide. Weil es zu... ...nicht kuriert, zu... ...zu... 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 ...Wir gehen in das Hirn des toten Mannes rein? Zu... ...wie heißt das? Zu... ...nicht kuriert, man... ...abstrakt? ...abstrakt? Rein in sein Gehirn, Chat. Wir gehen in ein totes Gehirn rein. Kryptisch! Das war das Wort, was ich gesucht habe. Okay, Alien. Oh, das? ... ... Das war's für heute. Ist es wohl gefährlich, in das Gehirn von toten Menschen reinzugehen? Ja, das war das Kinderzimmer von Livery. Wer war das Silent Hill Krankenhaus? Der Teufel. Hm. Gedankeninvasion von Fletcher. Ein Labor, ein Wassertank und eine Kinderzeichnung des Teufels. 666, ist das der Code? Ian, können Sie mich hören? Sind Sie okay? Oh Gott. Ja. Es ist eine Art Lippe. Ich konnte die Kinder schreien. Ich sah die Nummer. Und raus! Ist das wirklich 666? 666? Die Kinder schreien. Ich habe eine Kiste. Ich habe einen Kiste. Was ist da drin? Es sind die Pille. Viele von ihnen. Jäle, grün, rand. Aber keine Blut. Da sind jetzt alle eingesteckt. Alle? Ich habe nur eine blaue Pille noch. Ich imagine dein Scheiß-Code für deinen super geheimen Save. Wieso stand der eine gerade mit rücken zu mir? Ich treffe nichts. Es fliegt einfach alles durch und durch. Ja komm, tötet mich. Tötet mich doch jetzt. Ach, weißt du was? Dein Scheiß-Code für deinen super geheimen Save mit den super geheimen Pillen, die niemand haben darf, ist einfach 666. Das ist geil, ey. Einfach geil. Ja, irgendwie hat er alles an den Gegnern vorbeigesprayt. Keine Ahnung, Mann. Pistole ist stärker. Da hinten, ey. Ist ja gedodget. Ich gebe mein Bestes, okay? Es ist nicht einfach zu aimen. Mit Gamepad und mit einem Spiel, wo die automatisch auf die Brust zielen. Es ist nicht so einfach. Digga, die treffen mich hier. Die treffen mich hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab keine Munition mehr. Danke, dass du kommst. Spielt er mit Bratpfanne oder mit der Switch-Controller? Genau. Durchlächert, Alter! Den kann man jetzt als Nudelsieb benutzen, Bitch! Diese Scheiß-Content-Strike-Geräusche. Ich find's aber auch super, wenn die immer in Deckung gehen, wie sie trotzdem alle ihre Köpfe rausgucken lassen. Voll nett von denen eigentlich. Die Musik. Das ist wie bei Inception mit der Musik-Chat. Die Musik war doch auch ein Hinweis für die Traumwelten, dass die wissen, dass die jetzt den Traum auflösen müssen. Gleich kommt Leonardo DiCaprio und wird vor unseren Augen von einem Bären gefressen. Ja, wär geil, wenn man nicht aus dem Fetzer kicken könnte. Das wär schon cool, ja. Spiel abgestürzt. Scheiße. Wir müssen von vorne spielen. Was sind diese leeren Gänge hier die ganze Zeit? Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte und ich unbedingt jetzt Gegner haben möchte, aber... Wir schauen irgendwie gerade... Äh, ein bisschen unnötig. Hätten mich auch einfach direkt zum Ziel gehen lassen können. Okay. Zimmerservice. Wenn ich einfach wieder in die Garage kommen kann, dann bin ich hier. Es ist Zeit. Ich mag die Lichteffekte. Ich spiele auf PS5. Das ist cineastisch. Das ist ne... Das ist, ähm... Das ist, ähm... Filmerisch ne Darstellung... Als ob die ihnen in Ruhe lassen! Das ist, ähm... Verletzt. Mark ist wieder rausgezogen. Warum stehen sie da nur da? Lögerisch heißt, das. Die Frau von meinen Träumen? Sie ist echt. Und sie ist hier. Sie hat mich nicht erkannt. Ah, ich brauche eine PS5 Pro. Okay, scheiße. Hallo, Ian. Hey, nicht so nach, bitte. Abstand. Was zur Scheiße? Sie spricht mit mir? Nicht reagieren. Echt, wie du mich nicht hören kannst. Ich kann sie nicht wissen, dass ich dir helfe. Wer? Just listen. Du bist jetzt in viel Gefahr. Aber es ist noch Zeit, um davon rauszukommen. Ich werde auf dem nächsten Fluss verlassen. Du musst mit mir kommen. Das bin ich, ich habe Angst. Jaaa. Er wird abgestochen, lol. Bad ending. Dass er in diesen Fahrstuhl mit diesen zwei Leuten einsteigt und nicht bereit dafür ist, genau dass das passiert. So ein Idiot! CINEMA Okay, ich nehme es zurück, Spiel ist doch geil. Ja, Entwickler hätten sich... Oh, Parkhaus wieder, oh mein Gott, freu ich mich. Ich liebe Parkhäuser. Jetzt wieder im fucking Parkhaus bin. Scheiße, was, welches ist mein Auto? Die sind alle rot. Jetzt muss man so ein Spiel spielen irgendwie. Du kriegst so fünf Hinweise auf dein Auto und musst jetzt aus diesen Autos dein richtiges finden. Hear me? Ian? Ian, are you there? I'm hurt. Badly. Die haben seine Leber getroffen. Ein weiteres Hinweis auf seine Tochter, Livery. Die haben ihm die Leber gestochen. I'll get you out of there. I promise you, I'm coming to... Ian, Ian, it's okay, I'm here. Ian! Der kann nie wieder Alkohol trinken. Aber, dass seine Tochter ja so eine große Leber hat, kann sie ihm was spenden. Wie kamen die so schnell hinterher? Ja, während die sich im Fahrstuhl geprügelt haben, ist sie halt die Treppe runtergelaufen, ne? Verdammt. Am ich tot? Das ist hell. Die hat diesen Trick gemacht, dass sie so am Geländerstange so runtergerutscht ist. Ein Flaschleiter. Der hat sie draufgesetzt. Joggenhaft, John. Nee, die Frau ist eine tote Ehefrau. Es ist zu weit weg. Ich brauche etwas, um es zu helfen. Deliverie! Deliverie! Das sind du und du und ich. Deliverie! Bängersong. Millie wegen Milz. Ah, Millie ist auch stark. Da ist der Baseballschläger! Baseballschläger eines Kindes. Am Ende sind Buchstaben SW eingraviert. SW. Ein Kindes Baseballball. Das wird es tun. Wir hatten am Anfang in der Traumsequenz einen kaputten Baseballschläger mit Blut gesehen. War es mein mal? Alles kommt zusammen. Alles kommt zusammen. Das ist wie es fühlt, das ist 2-5-Gam. Oder was stand da? Sie hat dich in diese Masse getrunken. Sie hat dich zu essen. Aber ich werde dich wieder stärker machen. Das ist, das ist, wo du mich gerät. Sie will never find you here. SW. Swollen liver. Liveries abnormal große Leber. Oh, shit. Das ergibt alles so krass Sinn, ey. Der renommierte Wissenschaftler und Neurobiologe Gottlieb Snyder ist aufgrund der Verwicklung in die neuesten Kontroversen und angeblich von den Regierungen finanzierten Bewusststeinskontrollprogramme aus den USA geflohen. Vor einigen Jahren wurde Snyder nach seiner Entdeckung von 4 neuen Neurotransmittern auch Traumsaft genannt. Quasi über Nacht berühmt. Snyder leitet ein Institut in Devil's Eye, Florida, zur Behandlung seltener Schlaf sowie neurologischer Störungen. Das Institut wurde geschlossen, nachdem Gerüchte über grassierenden Kindesmissbrauch, Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen Ethikrichtlinien zu versuchen, an Menschen aufgenommen waren. Eine von Snyders zwei Söhnen starb, während er bei ihm im Institut lebte. Die Umstände des Todes sind jedoch nicht eindeutig geklärt. Sein anderer jugendlicher Sohn verbleibt gemeinsam mit anderen aus der Inrichtung gerettet, Kinder... Oh, chat. Er ist der Sohn von Snyder. Er ist in dieser Einrichtung aufgewachsen. Und er war nie in Syrien oder so und hat dort diese Gedanken-Scheiße in sein Gehirn bekommen. Das war sein eigener Vater damals. Stabiler Schläger. Stabiler Holzschläger. Nee, nicht Dan Schneider. Das ist jemand anderes. Der hat auch ein paar fragwürdige Dinge gemacht, aber ich glaube nicht, dass der Experimente gemacht hatte an Gehirnen. Brich aus der Zelle aus. Oh, danke. Danke für den Tipp. Das schon wieder? Das Schachbrett von seinem Vater. Das Ort fühlt sich... ...familier. Familiar? Ich war hier vorhin. Ich sag's, er war im Knast, chat. Er hat seine Frau umgebracht. Er hat seine fucking Frau umgebracht. Er hat seine verdammte Fuckfrau getötet. Er hat die verdammte Scheißfrau... ...sch... ...verdammt nochmal ermordet. Aber meine Fähigkeiten habe ich noch, ne? Okay, die Fähigkeiten habe ich noch. Jetzt kommt so eine Horror-Part, Alter. After Dark. Oh nein, sie hat sagt nicht, ich muss mich jetzt bei diesen Dämonen vorbei... ...Snydern. Snyder. Äh, schleichen. Und jedes Mal, wenn die mich sehen, bin ich One-Hit. Ich habe keine Waffe, ich kann mich nicht mehr wehren. Wie lange geht das Spiel eigentlich noch? Müssen wir nicht langsam durch sein? Ich bin schon 23 Uhr. Ich mache den hohen Ton. Tut ein bisschen weh. Natürlich kommen die jetzt. Natürlich kommen die jetzt. Oh nein, sie sind hier. Ja. Ich habe keine Waffe. Ich muss sich bemerkbar sein. Ich will nicht mehr in hier mehr gehen. Also man muss aber eins sagen, Chat, so scheiße das Game auch ist. Schon wieder Schachbrett? Die haben sich schon Mühe gegeben. Das kann man nicht... Also die haben auf jeden Fall versucht, etwas zu machen. Ich sehe die Vision. Ich sehe die Vision. Vielleicht kann ich die Zeldor von da abbrechen. Vielleicht können meine Abhängigkeiten helfen. Nur waren die vielleicht nicht... Hatten die vielleicht nicht unbedingt das Know-how oder hatten nicht unbedingt das nötige Talent. Aber ich sehe die Vision. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Ich komme da halt nicht rein. Ich finde es geil. Ich habe schon Schlechteres gespielt. Ich auch. Auf jeden Fall. Benutze deine Fähigkeiten. Oh! Danke für den Tipp. Der Tipp war wirklich gut. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier eigentlich super Fähigkeiten habe. Ich bin doch ein Ultra-Freak. Die sind halt so oft so irrelevant, diese Fähigkeiten, dass ich die manchmal vergesse. Livery, ich komme. Mein Leberwand, Junge. Livery, ich komme. Ich komme und werde deine Leber wieder streicheln, so wie früher. Das sind irgendwie seine... Oh, Chad, er ist eigentlich noch ein Kind. Er ist eigentlich noch ein Kind und stellt sich irgendwie so vor, dass er so ein Soldat ist oder so. Sind da ganz viele abgeschnittene Köpfe? Voll normal das Kind, was das gezeichnet hat. Würde ich mir keine Gedanken machen. Was ist da drin? Noch mehr blaue Pillen? Die blauen Pillen sind sehr wichtig. Mit den blauen Pillen können wir diese Dämonen vertreiben. Bip, bup, 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 666, mach 666. Ich muss es wieder online bekommen. Lass uns sehen, wo diese Kabel gehen. Ja, neun... Einfach wahrscheinlich umgedreht, ne? Und irgendwie das neunte Buch, der neunte Vers, äh, die neunte Seite im neunten Buch, das neunte Vers ist irgendwie sowas wie Gott ist geil oder so. Und deshalb ist es 999. Äh, sehr geehrter Herr Thompson, Es ist schon wieder passiert. Jemand hat meinen Schlüssel zum Elektronikraum gestohlen. Das ist langsam nicht mehr lustig. Grrrr. Wahrscheinlich hat ihn dieses Mistvieh aus der Küche. Bitte stellen Sie sicher, dass dies nicht wieder geschieht. Mit freundlichen Grüßen der Hausmeister. Okay, wir müssen die Küche ergessen. Keine Ahnung, wo die Küche ist. Wir gehen auf die Jagd. Da hinten ist nicht aufgegangen, ne? Ich hab hier gar keinen Joke geklaut, okay? Ich bin ein Individuum. In der Küche gibt's Leberkekse, das klingt maximal ekelhaft. Leberkekse. Wahrscheinlich muss ich gleich wieder irgendwo meine Fähigkeiten benutzen. Und hier leuchtet es auch rot. Ist auch hier wichtig. Ach, Kitchen. Hier. Oh, ich hab schon gesehen, das sind ganz viele, äh, ganz viele Objekte, wo man stealfen kann. Not gonna lie, schon bisschen irgendwie hot. Ich hab's gewonnen. Kann ich nicht einfach meine Pille fressen und da hab ich meine Ruhe? Hab's gewonnen. Wo ist denn die Keks von dem Wort Keks abgeleitet ist? Ist das so? Ach, der Scheißer kommt hierhin. Doch nicht. Aber es gibt irgendwo Sinn, ja. Ein großer Cake, ein kleiner Cake. Und wenn du ganz viele kleine Cake hast, dann ist das ja Keks. Ja. So. Boah, wie ein geiles Rätsel. Ich liebe Rätsel. Ich muss die Yellow Cable reinkommen. Ich muss die Yellow Cable reinkommen. Um... Ich habe ein System, okay? Ich verfolge ein System. So lasst mich kochen. Habt ihr schon kurz gezweifelt, ne? Ich habe soeben einen Sonnenblumenkern in eine Kerze gesteckt und mir dabei den Daumen leicht verbrannt. Fazit, Sonnenblumenkerne brennen, gut aufpassen. Wieso machst du Sonnenblumenkerne in eine Kerze? Was war dein Plan? Wolltest du geröstete Sonnenblumenkerne haben? Dachtest du, das funktioniert so? Ich brauche den Code. Ach was! Du brauchst einen Code. Der Präzioner wird dir helfen, was Präzioner ist. Okay, da ist jemand drin, da ist jemand drin, der ist jemand drin. Ein Dämon. Ein Albtraumjäger. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich dachte, ich bin dabei nichts stark. Okay, Rätsel. Hier wurden wir eingesperrt, aber nur drei von ihnen sind schuldig. Hilf uns dabei, den Unschuldigen freizulassen. Und er wird dich entlohnen. Doch Achtung, wenn du das falsche Urteil fällst, lassen die anderen drei ihre eigenen Gerechtigkeit walten. Vielleicht helfen die folgende Aussagen. Ah, nein. Chat. Chat, aufwachen. Ich weiß, ihr liegt schon alle im Bett, morgen Montag. Aber ich brauche euch. Okay, aufwachen. A ist kein Dieb. Er hat so viele Menschen umgebracht wie B und C zusammen. Okay, also SA ein ziemlich krasser Mörder. Aber B und C sind auch Mörder. Also ist D gut. Scheiße, morgen ist Dienstag. B hat nicht mehr Menschen umgebracht als C. Aber C hat mehr gestohlen als B. B hat nicht mehr umgebracht als C. Aber C hat mehr... Okay. Okay. C ist kein Mörder. Okay. C ist also nur ein Dieb. D hat mindestens zwei Menschen umgebracht. Aber B ist ein Dieb. Ist das so einfach, dass ich jetzt einfach sagen kann, ja, C hat niemanden umgebracht und das war's? Ist das so einfach? Das ist doch jetzt nicht das Rätsel, oder? Das ist doch jetzt nicht die Lösung, oder? Okay, so ein von diesen Leuten kennt den Weg raus. So, der Weg, um rauszukommen, ist in einer dieser Chambler. Ich frage mich, was passiert, wenn ich den falschen. Und jetzt muss ich auch noch das machen. Okay, ich könnte weiter schlafen. Oh, shit. Not good. Not good. Chat, C ist es nicht. Chat, C ist es nicht. Chat, C ist es nicht. A hat niemanden umgebracht, weil B und C niemanden umgebracht haben. Aber da steht doch, B hat... Achso, da steht nicht mehr. Achso, ja gut, dann ja. B hat nicht mehr Menschen umgebracht als C. Und C ist ja kein Mörder. Das heißt, wenn er genauso viel umgebracht hat wie C, ist er auch kein Mörder. Aber C hat mehr gestohlen als B. Das heißt, C ist ein Dieb. Und B ist auch ein Dieb, laut der letzten Aussage. Und D hat Menschen umgebracht. Das heißt, wenn A genauso viel Menschen umgebracht hat wie B und C zusammen, hat A niemanden umgebracht. Und er ist auch kein Dieb. Also ist es A. Ja. Ich habe falsch gelesen. Ich habe irgendwie gelesen, dass B mehr umgebracht hat als C. Ich wundere, was passiert, wenn ich den falschen einen öffne öffne. Smart. Smarto. Gruseliges Lachen, nein. Ich habe voll Angst. Ich habe es, aber an der falschen Stelle. Be Superior, wasichest Knie ist. Let me out. Let me out. Let me out. Bist, bist. Let me out. Bist, let me out. Bist. Bist, let me out. Let me out. Nein, falsch. Da ist doch niemand drin. Da hätte ich nicht einfach vorher reinschauen können. Das ist die einzige Zelle, wo niemand drin ist. Hä? Hätte ich einfach reinschauen können? 25179 Ich hätte... Genau. Es ist Zeit, um hier rauszukommen. Weird. Maybe despawned, ja. Hä? Was war das? 2... 2... 5... 179? Okay. Xbox Achievement. Okay, da ist Lava im Gefängnis. Interessantes Gefängnis. Bimori! Dankeschön für acht Monate. Vielen Dank. 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 4... 4... 5... 5... 6... Oder bin ich lost? Dann gibt es doch nur eine Kombination. Hallo, da unten ist sogar aufgezeichnet. Ich habe gerade erst jetzt gecheckt, unten am Monitor war einfach die Lösung. Da war so ein Post-it, so ein gelbes, da war einfach die Lösung. Hä? Hä? Zu spät gerallt. Äh, und wo war das jetzt? Wo sind die Dinger? Die Brüder sind da immer noch gefangen. Ah, hier, maybe. Also, atmosphärisch finde ich das Gefängnis eigentlich ganz nett. Ist gar nicht mal so bad, ne? Da wurden die irgendwie alle gekokelt oder so. Gefängnisssauna. Er hatte auch, ähm, in einer Stelle so eine kleine Vision gehabt von jemandem, der aus so einem, ähm, so einer Einäscherung, so eine Leiche, der rausgefahren ist. Vielleicht hat er in einem Gefängnis gearbeitet, hat dort so Leute eingeäschert und das hat ihn so kaputt gemacht, dass er zu Hause immer dann wütend war und seine Frau geschlagen hat und sie umgebracht hat. Da ist der Totenkopf. 666, der Totenkopf, der Teufel. Der Teufel. Das sieht nicht aus, als ob es Teil der Präsentation ist. Schon wieder ein Schachbrett. Ein Brief der CIA oder einer höheren Instanz. In ihm steht, dass die Gelder gekürzt wurden, nachdem die geheime Einrichtung unterhalb des Gefängnisses bekannt wurde. Oh. Oder nachdem aufgeflogen ist, dass der eine Typ da an Kindern und Studenten und so geforscht hatte, hat er dann vielleicht im Geheimen an Gefängnisinsassen geforscht. Subjekt unmächtig, zeigt Anzeichen von Schlaflosigkeit, Psychose, Schizophrenie und womöglich dissoziativer Identitätsstörung. Er hat offenbar einen imaginären Freund namens Amos geschaffen, der ihm sowohl in visuellen als auch akustischen Halluzinationen erscheint. Es ist momentan unklar, ob er damit den Verlust eines Geschwisterteils bewältigt oder ob es eine Nebenwirkung der Medikation ist. Und Delivery und ihre Tränen waren Lebertran. Ich glaube, du bist da an was dran. Ich erinnere mich, dass Vater sie auf einem Schreibtisch stehen hatte. Der Denker, sagt er immer. Es war eine Krieg, die auf dem Armkrieg. Die Kreaturen auf der Erde, die Kreaturen auf dem Meer. Da sind schon wieder diese Nudeln. Und die Kiste haben wir auch gesehen. Als wir in dem... Moment, sind wir gerade... Wieso sind wir gerade in dem Kopf von Dr. Fletcher drin? Wir waren doch mal in der Leiche, diese toten Typen. Waren wir doch in seinem Gehirn für einen kurzen Moment drin. Und das sind alles Bilder, die wir dort gesehen haben. Den Satan, diese Kiste mit dem Spielzeug. Zug. Dissoziative Intensstörung ist so eine wilde Krankheit. Wieso kennst du jemanden, der sowas hat? Oder hast du dich mal da irgendwie schlau gelesen? Es waren ja zwei Brüder, wo einer gestorben ist. Vielleicht sind das die. Also er und sein Bruder, sein Bruder ist gestorben. Und das Mädchen, was auch da war, ist die Frau, die hier rum brennt. Nur aus YouTube. Okay. Ich habe alle fünf Sekunden eine neue Theorie. Eine andere Behandlung. Was ist hier los? Ah, letztendlich ein Powergenerator, lass uns die Lichter zurückkommen. Spielt Evil wohl für einen Knast? Oder wieso? Vermutlich wegen den Farbgebungen und wegen seinem Klamotten. Der Typ war ja auch, glaube ich, immer so mit einem weißen Hemd, schwarze Hose. Dieser Abschnitt behandelt standardmäßige Techniken und Arbeitsprozesse während der Immersionsnarrative. Das Immersionsnarrativ ist für das Erreichen von Neurotransmitter-Produktionszielen entscheidend. Eine bewährte Verfahrensweise ist während dieser Phase unverzichtbar. Aufbau von Szenarien für die Australreise, Aufbau von Szenarien für die Zeitempfindungen, Deckungsplatzierung für Kampfszenarien, Regulierung von Verstärkungswellen, Aufrechterhaltung von Immersions- und Traumstatusintegrität, Direktes Eingreifen und Notfallverfahren. Finde einen Weg raus. Hey, Bobo, was habt ihr gehabt? Willkommen auf Twitch. Ich hab noch nie Evil Befinden gespielt. Eigentlich auch geiles Game, oder? Sah immer auf jeden Fall cool aus. Ne, ich komm hier nicht durch. Was für Freitag? Ich weiß nicht. Ich glaub, es ist ein recht langes Spiel. Kann man, glaub ich, nicht am Stück durchspielen. Und Spiele, die halt immer mehr als ein Stream laufen, sind immer ein bisschen schwierig. Oh, shit. Oh, shit. Ai, ich wusste es gesehen. Oh, von hinten. Lol, tot. Ich werd's nicht zu Weihnachtszeit nachholen. Äh, wo wurde gespeichert? Wahrscheinlich, nachdem ich den Generator... Ja. Okay, vorsichtig. How long to beat sagt 15,5 Stunden. Ne, ist wie zu lang. Hab zur Zeit immer Spätschicht und wenn ich die letzten Tage nach Hause kam, war Stream schon aus. Ja, momentan recht kurze Streams, weil wir haben momentan Adventskalender. Streams. Jeden Tag, aber dafür etwas kürzer. Heute Ausnahme. Weil das Game einfach so geil ist. Hey, die Pillen fressen bringt ja gar nichts. Die Kerle sehen ein bisschen aus wie Schachbrettmuster. Oh, der hat Angst vorm Schachspielen, ne, wegen seinem Vater. Ich glaub im Traum sind die Pillen nicht effektiv. Ja, aber ich hab die jetzt mehrmals hier gedroppt bekommen. So in Kästen und so. Ich dachte deshalb, die sind wichtig, dass wenn ich erwischt werde, dass ich mich wehren kann. Aber irgendwie funktionieren die doch nicht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was ist denn da hinten los? Okay. Oh cool. Oh. Oh gut. Oh. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Kommt die hier hin? Mehr wie viel später in der realen Welt. Ja, aber wäre ja voll komisch. Eigentlich. Dass ich das genau hier bekomme. Da hätten die mir das auch in der realen Welt geben können. I guess. I guess. Ja, irgendwo habe ich jetzt eine Tür geöffnet. Absolut keine Ahnung wo. Oh, da hinten. Ich sehe es. Okay. Zum Glück können die nicht kriechen. Ja, wir sind wirklich in dieser Anlage, wo an Kindern auch unter anderem experimentiert wurde. Und er kann sich an das alles erinnern, weil das ist ja wahrscheinlich alles sein Traum. Er kann sich an alle das erinnern, weil er wirklich ein Teil hiervon war. Vaters Liebling. Mondlichtsonate. Und hier hat er das immer gespielt. Deshalb hören wir auch den Song immer in seinem Traum. Und wieder das Schachbett. Und wieder das Schachbett. umgehen und dann wieder die Türen umschalten. Oder so. Oder auch nicht. Das ist alles hier gerade ungeil. Wieder der Lava-Raum, Junge. Scheiße. Ich kann auch in... Nein, steh auf. Ich kann hier auch in diesem Gefängnis nicht sprinten. Die haben mir einfach das Sprinten genommen. Oh, jetzt kann ich hier rein. Fuck. Fuck. Ich dachte, die Vaters sind schlecht. Scheißegal, wer hier gewischt hat, wann er gewischt hat. Ich renne, so viel ich will. Und wenn ich hinfalle, dann ist das halt mein Problem. So. Äh... Ich laufe einfach. Es passiert einfach. Okay. Hey, irgendwo hat sich jetzt was geschlossen. Cool, denke ich. War richtig. Du läufst safe auch mit Straßen schon durch gewischte Ställe. Ja, ja, aber ich tue so, als würde ich dann versuchen, so wenig Dreck wie möglich zu machen. Ich laufe dann so auf Zehenspitzen ganz vorsichtig, mache große Schritte. Äh, Kollege? Ich muss ausmanövrieren diesen Mann. Vielleicht kann ich ihn in. Ich soll ihn ausmanövrieren? Wie soll ich den irgendwo einsperren? Ich check nicht mal das Gebäude hier. Kann ich den nicht einfach weglocken? Das mache ich auch, wenn die Flurreinigung hier ist. Ja, das ist irgendwie so ein menschlicher Instinkt in uns allen drin. Immer wenn wir irgendwo entlang gehen müssen, wo so frisch gewischt wurde, dann laufen wir immer so komisch. Das machen irgendwie alle Menschen. Oh, hier komme ich her. Ich denke mal, ähm, diese Tür habe ich gerade geschlossen. Oh mein Gott. Ich habe mich erschreckt. Lol. Ich habe Fähigkeiten. True. Ich weiß noch nicht, wie, wofür ich sie benutzen soll. Also ich denke mal, ich muss ihn... Wo ist der Schalter nochmal? Ich muss den Schalter kurz nochmal finden. Und wieder blaue Pillen. Wo war nochmal der Schalter? Also er muss hier rein. Und dann sperre ich die Tür hier ab. Äh. Ach stimmt, der Knopf war hier. So, genau. Und da muss ich ihn jetzt reinlotsen. Moin, Meister. Moin, Meister. Äh, Bock? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine kürzere, äh, längere Strecke laufen soll. Ab ihn. So. Für Testzweck eingesperrt. Das war richtig close. Oder diese kurzen, angedeuteten Sprints, die man macht, wenn einer einem die Tür auffällt. Genau. Das sind so... So Dinge in uns, die machen wir einfach. Das ist irgendwie so... Keine Ahnung. Instinkte. Okay, aber ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ach. Nicht? Okay. Also, es leuchtet da auch so. Als wäre es so eine Markierung. Dass ich merken soll, okay, da muss ich hin. Muss ich wieder da rüberfliegen? Ach so, Leute. Ich muss da rein. Astralflug, ja. So ein bisschen. Wo ist das Loch? Ich habe als Astralreisender keine Taschenlampe. Digga, ich sehe das Loch nicht. Ich bin Astralreisender. Da fehlt ein Fenster, glaube ich. Ach, das ist ein anderes Gebäude. Ich dachte, das ist dasselbe wie beim letzten Mal. Aber das ist ein anderer Raum. Deshalb ist da oben auch kein Loch. Ich checke. Hier ist einfach die Tür offen. Ich checke. Okay. Aber hier sieht auch alles gleich aus. Ah, ich bin hier endlich angekommen. Die Brücke, die ich hier gebaut habe. Oh, jetzt muss ich noch mal ändern. Da unten ist schon wieder der Hinweis. Der Hinweis. Die Lösung. Ja, ich muss nach oben rechts. Okay, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Wie lange ist dieses Game? Ich glaube, ich bin fast fertig. Wir sind kurz vor dem großen Plot-Twist. Oh, sorry. Oh, sorry. Scheiße. Scheiße. Wie kriege ich den weg? Also ich will so, 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 so wie auf dem Bild. Und dann muss der kommen. Also muss der Kleine eigentlich weg. Wie war der Astralflug? Ja, hier geht es um einen Typen, der astral reisen kann. Ich kann die ganze Zeit so pie dispeln. Ich kann die ganze Zeit so piepipiou machen. Ich hoffe, sie ist okay. Mein Böse kann sie ja nicht sein. Sie hat uns ja geholfen. Oder vielleicht hat sie uns geholfen, tiefer in den Traum zu kommen, weil sie uns hier eigentlich gefangen haben möchte. Ich bin schon wieder hier beim Lavabecken. Digga, geh doch. Die haben zwei Lavabecken im Knast. Ja, ist mir scheißegal, ich renne einfach. Der Stealth hier im Gefängnis ist so weird. Du kannst einfach immer wegrennen. Also ist gut, mag ich. Hasse sowas, wenn Stealth bedeutet, dass du gesehen wirst, direkt Game Over ist. Aber ja, dadurch kannst du jetzt einfach theoretisch den Stealth überall skippen. Fucking Lavabecken. Ja, die machen hier das hier Lava-Farm wie Minecraft. Das tropft dann über so einen Stalagniten in den Eimer. Das wird knapp. Diese Todesanimation, das ist halt immer so dumm, ne? Wenn die wenigstens irgendwie mehr Impact hatte, aber allein schon die Geräusche, immer dieses... Und das war's. Kann ich die eigentlich mit meiner Astralreise irgendwie stunnen? Maybe? Probier mal. Er ist weg. Maybe kann man die stunnen. Und rennen! Immerhin ist es nicht so schlecht wie Gollum. Ja, Gollum war aber auch echt besonders scheiße. Be careful, ihn. Das ist immer noch... Flasht mich immer noch. Wie, wie sehr konnte man da reinscheißen? Schon allein... Dass sie damals gesagt haben, wir machen einen Gollum-Stealth-Jump'n'Run. Also allein schon da hätten die doch eigentlich damals schon sagen sollen... Nee, Leute. Stopp! Das ist unbegreiflich. Er dreht sich so schnell um. Bin ich hier safe? Oh, als ob! Ich bin stecken geblieben! In der Wand! Ich glaub, ich muss den stunnen. Der ist viel zu schnell. Ich muss versuchen, den zu stunnen. Nicht wieder runter. Es gibt mehr von ihnen hier. Sei vorsichtig, Ian. Lass mich dich nicht sehen. Haben wollen oder sich gar nicht dafür interessieren. Und der Plan war halt wahrscheinlich etwas Neues zu machen. Aber die sind halt mit neuen Sachen nicht vertraut. Okay, ich probiere mal zu stunnen. Geht nicht. Ich muss wohl einfach schnell sein. Nein, nein! Oh nein, nicht wieder runter. Es gibt mehr von ihnen hier. Das ist eine coole Präsentation. Die Deponia Games waren Fire. Ja, aber das ist auch, glaube ich, noch eine Zeit sogar, wo... Ist das nicht so, dass da bei Detelik so ein Typ war, der irgendwie für viele Sachen bekannt ist? Ähm, was Story angeht und so. Der aber schon nach Deponia gar nicht mehr dabei war. Da war doch irgend so ein bekannter Typ bei denen. Poki, genau. Irgendwie so. Ich glaube, der war so ein bisschen auch die Seele von Detelik. Und der war ja schon die letzten Jahre eh gar nicht mehr dabei bei Detelik. Die ganzen bekannten Sachen, die man von Detelik kennt, die man liebt, die waren ja aus seiner Feder geschrieben. Der hat das mitgegründet. Ja, ja. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll. Vielleicht einfach aufstehen und rennen? Nicht schleichen? Hey, ich check die Stelle nicht. Ich kann mit Astral ihn nicht... Ähm... Mit der Astralreise kann ich ihn nicht stunnen? Nein. Nicht wieder runter. Es gibt mehr von ihnen hier unten. Sei vorsichtig. Er lässt dich nicht sehen. Poki ist Kojima, aber für deutsche Point & Click, genau. Vielleicht Taschenlampe ausmachen. Okay, diesmal hat's geklappt. Diesmal hat's geklappt. Boah, ich hab keinen Bock das nochmal zu machen. Läuft der im Kreis oder... Gefängnisausbruch. Jetzt beginnt Akt 2. Nee, langsam geht's weg. Und dann kann das Finale beginnen. Da ist sein Stuhl im Gefängnis, wo er immer saß. Deshalb kennt er sich hier aus. Deshalb kennt er sich hier aus. Deshalb kommt ihm das alles vertraut vor. Das ist der Stuhl, wo an ihm experimentiert wurde. Oh, Chat, wisst ihr was der Plot ist am Ende? Die haben versucht, im Gefängnis den Straftätern, die damit zu therapieren und sie zu guten, besseren Menschen zu machen, indem man den neueren Narrativ ins Gehirn pflanzt. Und der hat seine Frau oder so umgebracht. Und die haben ihm versucht, das Narrativ in seinen Kopf zu setzen, dass er eigentlich ein Soldat ist. Ey, hier sind keiner hot, ich sag's wie es ist. Jetzt Credits. Credits. Zehn von Zehn. Ja, das war die typische Animation, wo die ihn immer grabben und auf seinen Fuß treten. Nur jetzt herangesoomt und in detaillierter. Jetzt ist er schon wieder in einem anderen Haus. In einer anderen Wohnung. Oh, oder sie hat ihn hier hingebracht, als er abgestochen wurde. Hat sie ihn hier hingebracht. Und der hat gerade einfach nur was anderes geträumt. Das ist wahrscheinlich, ne? Ja, der hält sich am Bauch. Was ist das für ein Fernseher? Wieso ist der so 4 zu 3 komisch? Ach, das ist gar kein Fernseher, lol. Endspiel. Chat, das Kapitel heißt Endspiel. Boah, dieses scheiß Vibrieren macht es aus, schnell. Macht das scheiß Vibrieren aus, schnell. Die schwarze Pille ist die gefährliche Pille. Die schwarze Pille ist die gefährliche Pille. Digga, jetzt geh doch ran! Das ist eigentlich seine Tochter. Sie ist livery. Ich hab nicht auf ihre Leber geachtet, ob die geschwollen ist. Hallo? Danke Gott, du bist hier. Ich versuchte dir 50 Mal auf jeden Fall. Ich wurde schlecht verletzt. Woher hat sie mich geholfen? Eine Frau. Eine ziemlich schade Frau. Eine ganz schade Frau. Ich bin ein Schade. Ich bin ein Schade. Ich bin ein Schade. Das ist ein Schade. Wenn sie ihn umbringen wollen würde, weil sie ihn umbringen muss. Wieso hat sie ihn nicht schon längst umgebracht? Ja, wieso bringt sie ihn nach Hause? Sie ist gefährlich. Sie ist ein Monster. Monster! Sie hat den Monster im Body. Guten Morgen, Sonne. Sonne! Ist das sie? Ja. Ich bin nicht der Leidungs-Type. Ich konnte es sagen. Durch die Tür. Durch die Tür. In der Wohnung. Was ist dein Name? Don't tell her that. Ian? Ian? Ian. Was ist yours? Für dieses Job? Es ist Sophia. Do you like cottage cheese, Ian? Yes, Sophia. Was ist dein Job? Infiltrate a criminal cartel looking to buy superdrugs. Okay. Wie about Strawberry Jam? Love it. Why did you turn an infiltration job into a slaughterhouse? The man they employed. Fletcher. He hurts children. I don't like that. Me neither. So. Are you ready to come out? Almost. Have you had strange dreams lately, Sophia? Just the usual stuff. Naked in the supermarket. All my teeth falling out. Wrestling a bear on top of an airplane. Why did you ask? Because I've seen you before. In a very strange dream. Hmm. I like that. So I'm the woman of your dreams. I'm the woman of your dreams. I'm the woman of your dreams. Are you ready, Sophia? I'll be out in a minute. I'm the woman of your dreams. Now, I have no Matthew. No, that's what I graduate. I need yourGod lips. To the white 선생님, his words, oh, get another Emma. I could take too much paper if I did it. Attentäterin ist und sie ihn umbringen muss, denn ja, das würde ja gar keinen Sinn ergeben, dass sie ihn nach Hause hier mit sich bringt, den verarztet und jetzt ihn umbringt. Ich meine, vielleicht ist das genau ihr Ding so. Sie möchte gerne ihre Opfer erst kennenlernen, bevor sie sie umbringt. Und mit denen reden. Sie will den Menschen kennen, den sie umbringt. Sie will nicht einfach nur irgendeine Person umbringen. Da ist mein attraktiver Gentleman-Koller. Mach dich zu Hause. Bagels! Your gun is on the table, if you feel threatened by a poor helpless girl. Poor and helpless. Not yet, but thanks. So what's your endgame, Sophia? Why did you save me? Ever heard the expression my enemy eigentlich müssen die Sex haben, ne? Das ist ein deutsches Werk. Deutsche Filme, Serien fangen immer damit an, dass es Sex gibt. So you want to switch sides? Become a traitor to your cause. I've been thinking about a change for a while. And Dioscura will probably accept the two dead guys as my letter of resignation. Hey, my first, get up. What the hell happened back there in that elevator, Sophia? Das ist ein deutsches Spiel, ja. You were different. Like me. There is something you're not telling me. I don't have a weapon. It's okay, I got it. Just stay down. What can I do with you, Sophia? I don't know, you tell me. Wait. Ian, did you talk on the phone? Yes, why? Why would you do that? Who did you talk to? My brother. Well, that's how to know you're here. Well, that's how to know you're here. Befeuern! 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 Ich habe keine Munition mehr! Und ich kann nicht raus! Wir müssen kommen! Ich denke, das ist alles. Sie kontrollieren. Ich schaue eine Waffe. Okay. Scheiße! Sie sind weg! Wir müssen sie nach ihnen gehen! Warum? Sie haben den Nexus gebrochen. Das ist, was sie für sie kamen. Nein, lass sie gehen. Sie sind nicht wichtig. Warte. War eine schwarze Pille mit ihnen? Ja! Warte! Wie wisst ihr über die schwarze Pille? Es gibt keine Zeit, um es zu erklären. Wir können sie nicht mit dieser Pille gehen, Ian. Was? Boah! Junge! In die Wand! Astral geebnet, Alter! So! Hey, chill, chill! Chill, chill! Ich habe mich gerade geheilt. Aber irgendwie hat die Heilung nichts gebracht. Was habe ich mit dem anderen Typen gemacht? Der ist da runter geflogen! Da liegt der! Ich habe den irgendwie rüber geworfen. Aber irgendwie echt ein geiles Haus, wo die hier wohnen. Echt eine geile Butze! Okay, ich brauche den Bildschirm, Chat. Oh Gott! Wo ist er? Wo ist er? Ich transporte den tot. Okay, blenkdonnex! Junge, nein, der fällt gleich runter. Ich find das so geil, wenn man dann so ins Gesicht schießt und irgendwie die aber trotzdem nicht One-Hit sind. Dann seh ich jetzt so aus, wenn die so ne kleine Schelle gerade kurz bekommen. Oh nein, der fällt gleich runter. Ja. 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 Das sind alles Fahrradcops. Danke schön, wir sind 20 Monate. Und Weihnachten. Darf ich wieder ganz von oben anfangen? Oh geil, ich liebe Videospiele. Ich hab doch gedrückt. Viereck, wie ein Gott, der für Viereck erschaffen wurde. Wieso sind die Uni schon da? Das gilt nicht. Ja, ich wollte was cooles probieren mit Astralenergie. Ich denke, jetzt sind auf einmal alle schon da. Ich kann die nicht töten. Ich brauche Munition. Digger, ich sterb noch. Meine letzte Spritze. Geil. Und wieder. So, ich bin wütend. Hey, keine Heilung. Keine Ahnung, was das wird. Ist aber auch ein bisschen gerade irgendwie gebackt gewesen, dass alle gekommen sind direkt. Und nicht nur die halt, ja, wie sie kommen sollten, nacheinander. Die kamen halt alle jetzt. Sogar die hier unten. Alle kamen. Kann man durchs Fenster glitschen? Aber wieso soll ich durchs Fenster glitschen? Dann muss ich ja neu starten. Wie ist das Spiel bisher? Ist richtig geil. Digga. Digga. Fick dich doch. 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 Wirst du den Kauf empfehlen? Ich würde es dem Sale empfehlen. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Wie die mich rushen, Alter. Okay, neuer Strat. Ich lock die beiden nach oben. Neuer Strat, ich lock die beiden nach oben. Und dann treffe ich den nicht. Dann triggere ich die und renne weg. Und setze mich hier hin. So. Da muss noch einer kommen. Arschlecken. Das war ein guter Anfang. Das war ein guter Anfang. So, jetzt kommt die Tür-Action. Kurz warten. Digga, geht doch in die Hocke. Muss aggressiver sein. Scheiß auf Ain. Einfach auf die Brust schießen. So. Und hier. Jetzt nicht warten, bis der Nahkämpfer ankommt. Sondern einfach reinschießen. Einfach reinschießen. Nachladen. Nachladen. So. Geht doch in die. Hä, die machen ja voll viel Damage. War ich nicht gerade noch full live? OULD- Eee, diese dumme Astral-Scheiße. Die funktioniert nicht, weil dieses Game scheiße ist. Wer hätte das gedacht? Den hat's komplett weggefetzt. Mein Name ist so kacke. Die sind schon da, die Nächsten. Ey, dass die manchmal früher triggern, ist so arsch. Das meine ich. Die sind halt schon unterwegs. Du hast recht, aber wir glauben an dich. Danke. Okay, ich mach mal Zeitlupe, okay? Ich muss diesen komischen Schützen da wegmachen. Der macht ultra viel Damage. Ich hab doch die Waffe gewechselt. Scheiße. Die Pimmel kommen. Ich bin One-Shot, wenn der mich hinten trifft. Ey, wieso müssen Spiele eigentlich immer so schlecht enden? Digga, stirb doch einfach. Ich hab keine Munition. Was soll ich machen? Schnell hier looten. Ich wollte cool und aggressiv spielen. Hat nicht funktioniert. Ich muss aimen. Ich bin gezwungen, einfach zu aimen. Die zwingen mich, dass ich aime. Also die Wand hinter ihm hab ich getroffen. Ich kann nicht unendlich Zeitlupe machen. Ich bin ein und ich bin ein und ich bin ein und ich bin ein. Keiner, ob der noch lebt. Da ist noch ein Scharfschütze. Ich dachte, ich habe ihn tot. Junge. Ich habe keine Heilung mehr. Okay, ich glaube, ich habe es. Kurz Pause. Ich habe leider keine Heilung. Ich hoffe, ich finde hier noch gleich Heilung. Ian. Can you hear me? Forget to tell Ian. Just let it go. Get out of there right now. Ich kriege keine Heilung. Die haben mir keine Piu-Piu-Munition gegeben. Keine Uzi. Okay. Okay. Kurz nachladen. Boah, am Ende wird es ja richtig spannend hier, Chad. Da ist eine Heilung. Schniedelwurz hier, genau. Wo ist das geile Haus, wo die eigentlich wohnt? Noch mehr Fahrradhelm-Typen. Ach, da oben ist einer. Ein Scharfschütze. Hinter mir. Er hat mich eingeholt. Er hat mich eingeholt. Oh, schade. Ja, Digga, die können doch nicht Scharfschützen platzieren. Die können doch nicht Scharfschützen platzieren, aber mir kein Scharfschützengewehr geben. Was ist das denn? Dafür hast du einen scharfen Verstand. Ich habe gar nichts. Nichts habe ich. Nichts habe ich. Mal kurz hier Gamma runterdrehen. Sieht fürchterlich aus. Ist einfach nur weiß. Okay, jetzt sind wir noch weiß. Oh, der ist hinter mir. Vielleicht bin ich tot. Ist einer von dem Pimmel, der mich auch rusht, ne? Duck dich doch! Du dummer Knecht. Der kommt einfach von hinten. Das ist der Albtraum. Ich spiel auf Schwierigkeitsgrad. Ich spiel auf Schwierigkeitsgrad. Albtraum. Da schießt da noch jemand? Ja, halt wirklich. Oh mein Gott, da schießt ja wirklich noch jemand. Digga, ich habe kein Leben. Über mir? Was macht denn da oben ein Typ? Es ist halt schon die Musik. Spielt schon die Musik ab für hey, du hast es geschafft. Jetzt kommt wieder ein bisschen Story. Und da steht da von noch einem Typ. Der No-Hit wird tricky, ja. Muss mir da noch eine Strat überlegen. Junge, ist das weiß. Heilung! Und, oh, noch mehr Gegner, oder? Ich muss wieder nach oben? Ich kann ja gar nicht nach unten. Ich kann nichts tun. Er muss schon mal hier sein, irgendwo sein. Ich muss hier sein, irgendwo sein. Ich möchte hier sein, wenn ich mich... Ich muss hier sein, mich. Das ist jetzt ein bisschen unfair, wenn ich unten bin. Dann treffen die mich ja jetzt immer, oder? So fühlt sich das halt so an, unten zu sein. Scheiße. Ich muss die rushen. Ich gönne mir die Spritze. Er muss hier irgendwo sein. Okay, nice. Nicht nachgeladen. Das ist ein Fahrradhelm-Träger. Okay, nice. Naja, wie unfair, dass ich unten sitzen muss, ey. So unfair. Okay, gib mir halt einfach alles. Ich stecke mir gleich dieses Mikrofon ganz tief in meinen Maul und hoffe, dass ich das wieder hinten rausholen kann. Ich war zuerst dran. Mann, wieso darf er schlagen? Ich war erster. Rennt doch nicht weg! Rennt einfach weg. Wie mache ich das jetzt? Renne ich weg? Triggere ich die und trenne weg? Ich bin hier. Was? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Äh, Heilung? Maybe? Irgendwo eine geile Spritze? Komm schon, hier im Kleiderschrank? Spritze? Ich brauche meine Drogen. Ohne meine Drogen funktioniere ich nicht. Wir sind immer noch am Türchen, ja? Hat ein bisschen doch länger gedauert als gedacht und hat mich doch ein bisschen mehr gepackt als gedacht. Es ist so scheiße, aber ich will wissen, wie die Scheiße endet. Ich kann nicht mehr aufhören. Das ist jetzt der Dark Souls 1 Moment, wo die Türen jetzt alle aufklatschen und dann kommen diese Banditen raus, die mich in meinem No-Death-Run getötet haben. Ey, Treppenhaus! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach, da oben! Wo sind die? Leute, ich habe keine Heilung! Ihr könnt mir nicht 20 Gegner spawnen! Ich sehe den nicht mal! Mr. Lutzig! Was geht ab? Danke für den Raid! Ich sehe ihn nicht. Ist er los? Digga, wie? Der hat Wallhack. Der kann mich durch die Wände schießen. Reloading! Da war noch einer. Der lebt ja noch immer! Der lebt noch immer! Junge, ich habe in den ein ganzes Magazin reingepfeffert. Eigentlich müsste er ja komplett ausgestopft sein wie eine fucking Weihnachtsgans, dieser dumme... Guckt euch an wie er mich trifft. Der schießt einfach durch den Boden durch, in mich rein. Rängiren! Hab ich ihn gestunt? Ich hab ihn gestunnt. Junge, dieser Auto-Aim. Der steht ja hinter der Wand. Der steht hier, ne? Der steht hier. Ich will aber nach hier hin zielen, aber der Auto-Aim geht nach hier hin, weil da seine Brust ist. Und ich versuch wieder weg von der Wand und magnetisch wieder zur Wand hin. Ich werd automatisch geheilt? Wenn ich stehe, werd ich geheilt? Wow. Das ist ja einfach COD. Schon die ganze Zeit hab ich gar nicht gecheckt. Erstmal 5 Minuten AFK stehen. Vollheilen. Fahrstuhl ohne Knopf. Stark. Ich hab alles, was ich kann an ihn. Der Konsum wird runter. Ich dachte, deswegen wartest du auf die Gegner. Nee, ich hab Angst, rauszulaufen. Und versuch, sie zu mir zu locken. Boah! Boah! Du streamst ja immer noch und du schläfst ja immer noch nicht. Das erkannt kann ich schon lange. Arschlecken, als ob ich gegen die alte Kämpfe. Noch ein Treppenhaus, Leute. Noch ein Treppenhaus. Ich verstehe es nicht. Was ist so speziell bei der Blackpill? Sophia hat nicht über die anderen. Nur dieser. Einige Dinge ist nicht richtig über alles. Heilung. Speichern. Nice. Boah, drei Heilungen. Chat, Endboss. Ich krieg drei Heilungen. Dreamcatcher. Das ist wieder ein Hinweis. Alles ist nur ein Traum. Ich weiß nicht mal, wen wir da jagen. Der hat einen riesen Scheiß. Ach, das ist der Shotgun-Tür. Der steht ja jetzt auf Entfernung und schießt mit der Shotgun auf mich. LOL. Der hat ja viel zu viel Leben. Und ich habe viel zu wenig End. Aber was ist diese Lebensleiste? Der heißt, der heißt Glitch-Agent, Leute. Das ist ja wirklich Matrix hier. Er moved. Er moved wieder zurück oder so. Digga, der Kampf wird ja ewig gehen. Ich habe den Shotgun. Ich habe den Shotgun weggeworfen. Neu-Wumme. Ja, zum Endkampf kriege ich einfach eine neue Waffe. Der Eben ist so göttlich. Hey, hey, hey. Es ist schwieriger, als es aussieht, okay? Okay. Er trä Countdown. Ich hab keine Waffe. Whoa. Oh, nee. Lieber heilen? Ja, Shotgun-DPS ist strong. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, fuck. Letzte Heilung. Der lebt ja immer noch, der Kleine. Der lebt ja immer noch, der heilt ja immer noch. Keine Zeit, Magus, keine Zeit. Keine Zeit, Magus. Warte, ich überlegte eine Pistole. Schlau, sehr, sehr schlau von ihm. Oh, die Glitche, nein! Als ob die One-Shot-Gegner spawnen. Ist das dumm. Das ist ja so dumm. Hätte ich gecheckt, dass die da sind, hätte ich die mit einer Pille wegschicken können. Aber ich habe nicht mal gecheckt, dass die da sind. Äh, ja, die kommen immer, wenn ich zu viele Astral-Fähigkeiten benutze. Dann kommen die mal. Und ich bin halt da mit einem Slow-Mode reingelaufen. Ich bin halt da mit einem Slow-Mode reingelaufen. Ich bin halt da mit einem Slow-Mode reingelaufen. Egal, das war doch ein Gesicht in seine Nase. Ein Schuss in seine Nase rein. Das Quick-Time-Event kam, weil er mich angegriffen hat im Nahkampf, der Boss. Und dann kam halt das typische Quick-Time-Event. Nahkampf-Ding. Der sieht aus. garmin zürme 5 Schuss Kein Leben, keine Heilung. Habe ich die Heilung vergessen im Anfangsraum? Kann ich nochmal zurück? Ich habe die Heilung vergessen. Ich bin so fett am Leuchten. Du Kekko, ja was soll ich denn machen? Ich hatte kein Leben mehr. Kein Leben, keine Munition. Ich musste zurückkehren. Ey. Mann, das macht mich so fettig, dass ich es eigentlich geschafft habe. Ich habe es eigentlich geschafft, Mann. Wo war das? Ein Treffer gegen die Mauer. Ey, die KI steht auf zum Nachladen. What the fuck? Er steht auf im Ledner. Wieso sind das keine Treffer? Das Game macht mich so fettig, ey. Der Schuss fliegt einfach durch ihn durch. Bullet Drop, genau. Der Schuss fliegt durch ihn durch und trifft hinten die Wand. Aber gut, dass niemand trifft. Weder die noch ich. Ist auch mal ganz nett. Der weg. So, dann renne ich durch. Hol mir die Shotgun. ... ... ... Kommt jemand drunter gelaufen? Oha Gamer freut mich man was hast geholt Ok jetzt ist es zu dunkel ich seh die nicht mehr Jetzt ist es zu dunkel Ok jetzt ist es zu dunkel Digga setz dich doch hin Kurz heilen Spannender Kampf Epic Haben die runter gerannt? Oder wo rennen die gerade hin? Ne die bleiben oben stehen Echt gemeine Spritze da nicht alles daneben nein nicht noch mal das ist auch für eine sekunde gestunnt, Alda das war kein Stun kein Stun ist das alles kacke? ist das alles scheiße? ich habe ihn zweimal angedutscht in der Astralreise aber juckt ihn irgendwie nicht boah Digga, setz dich hin, du Affe mental zu stark, ich glaube auch schon wieder, KI steht auf zum Nachladen ich lieb's schon wieder Wieso kann ich so scheiße? Wieso kacke? Oh mein Gott, steh doch einfach auf. Okay, jetzt aber. Jetzt geh ich mir Mühe, okay? Jetzt geh ich mir richtig Mühe. Ich liebe die KI, wie scheiße die ist. Scheiße, ich hab das genau das gleiche gemacht wie die KI. Ich bin aufgestanden, hab geladen. Ich bin genauso dumm. Ich check das nicht. Hast du, dass kein Treffer war? Stimmt, ich hab die Heilung vergessen. Aber ich kann bestimmt noch mal rein. Digga, stirb doch einfach. Das ist der falsche Weg. Okay, dann machen wir halt No Heal. Dunst hutze. Rudents. Dann bringe mir Schuss. Alles, bleib. Ich kann mir gut anführen. Einfach stehen bleiben, dann werde ich vollgehalten. Kein Problem. Ja, das wird jetzt schwierig. Wie lange muss ich sitzen, damit ich vollgehalten bin? Dauert ein Weilchen, ne? Nein, falsche Move. Wieso ist er auf einmal so weiß? Er rennt. Das Ding ist halt, oben steht gleich ein Scharfschütze. Der Scharfschütze wird mich one-hitten. Ja, hat vorhin auch schon jemand gesagt, zwei Speedruns gibt auf speedrun.com. Nein, oder? Ich weiß, was ich noch nicht zum Beispiel? Ich bin nicht am Scharfschütze. Das ist der Kiste. Ich bin ja. Ich bin ja. Und ich bin ja. Das ist die Scharfschütze. Also ist das. Läuft. Klappt besser als Run mit Heilung. Ja, Pistole ist so auf Fernkampf geiler, aber ja, wenn ich so in die Massen reinrenne, ist halt schon wie Uzi geiler. Ich muss kurz heilen. Wir machen das. Slow and steady. Das war kein Treffer. Ich scheiß mich ein. Die werden wieder nicht gestunnt. Meine Psy-Kräfte funktionieren wieder nicht. Keine Ahnung, Digga. Nein, falsche Taster. Kisto. Barbeiro. Kisto. Barbeiro. Kisto. 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 Cockschuss, Knie-Schuss, Kopfschuss. Okay, Abfahrt, letzter Angriff. Die Waffe. Die Pille lässt dich aufwachen, das ist sie bestimmt. Die Pille lässt dich aus dem Traum aufwachen. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, jetzt gib mir, gib mir Finale und Credits. Ria, ist das du? Ria, ist das du? Ach so, der beschissene Teil von Monschein-Gonade. Oder das ist ein wahres Ich. Das ist ein wahres Ich. Das ist nicht sein Vater. Der hat auch Psy-Kräfte. Das ist der einfach. Die haben ja versucht, er sitzt ja eigentlich im Knast, also das ist meine Theorie, er sitzt eigentlich im Knast und ist eigentlich böse, weil er irgendwas Böses getan hat. Und die versuchen, ihn mit diesem Neurotransmitter-Geräten da... ... 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 Soll ich auf die Steine schießen? Sie denken, dass sie auf deinem Seite ist? Sie benutzt dich wie Markus ist. Was bist du? Was wissen Sie von Markus? Nein, Ian. Was wissen Sie von Markus? Die Vizepräsidentin an dem anderen Seite der Fall, die dir woanders geht und was zu tun. Wie weiß er alles? Markus wird niemals bebetriebe ich! Natürlich, er würde. Nein. Scheiße, das reicht nicht. So kann er sich auf die Steine schießen? Die Unterschiede ist, ich weiß, wie sie benutzen. Sie vielleicht haben deine Erinnerung ausgesucht, aber sie haben nicht meine. Ich weiß, was zu dir passiert in diesen drei Jahren. Ich war das, was zu mir auch passiert. Ich kann dir alles erzählen, ich kann dir lernen. Das ist das, was sie die meisten Angst haben. Ich habe eine Aura. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das fun ist. Und wer? Ich bin gecovert. Ich kann nicht mal parieren. Ich darf nicht mal parieren. Ich bin хозяin. D premium. Das war's. Ist das wirklich der Plan? So episch. Das ist doch nicht der Weg, oder? Das ist doch nicht der Weg, oder? Das ist richtig so falsch an, weil ich so wenig Damage mache. Ich hab den zweiten verkackt. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab irgendwie übersehen, dass da noch ein Schuss ist. Äh, ein Knopf ist. Ich dachte irgendwie, ich muss nur einmal drücken. FIEG. FIEG. Speichern? Checkpoint? Ich bin nicht dein Schuss, E.M. Ich versuchte dir die Chance zu sein, ein Gäste. Ich bin mit mir und wir werden uns nicht verletzt. Aber erstens, du musst du sie weg. Ich werde sie runtergehen, Ian, mit oder ohne dich. Es ist deine Entscheidung. Ich gebe dir eine letzte Chance, um zu tun, was ist richtig. Entschuldigung und nicht sterben. Achso, die hier. Jetzt kommt das wieder. Davor habe ich mega Angst. Ich check nicht, wie ich das richtig ausweiche. Du kannst alles, was du möchtest, aber du kannst nicht von der Wahrheit gehen. Und was Wahrheit ist das? Aber du hast keine Wahl in allem davon. Ich werde das gewinnen, egal was du machst. Aber wir sind in der Kriege. Und in Zeiten der Kriege, musst du große Seiten finden. Der Tod. Er ist derjenige, der den Vater zurückbringt. Aber wie weiß er das? Der alte Mann war wunderschön, Ian. Du solltest ihn hören. Er hat versucht, dir zu erzählen. Und sie ist das Stück, den du auslassen musst. Vielleicht ist es dich, den ich auslassen muss. Du solltest ihn hören. Okay. Gegeben. Rede, Ian. Rede. Rede, Ian. Kommt er wieder nach unten? Ja, der ist immer zwischendurch so'n Bloodborne-Sound, wenn er sich portet. Okay, das ist unfair. Er hat was Neues. Ich nicht. Ich bin der gleiche Kekko. Das ist alles von vorne. Boah. Ich weiß ja nicht. Du wirst es nur schwer für sie machen. Du wirst es nur schwer für sie machen. Du kannst hier gewinnen. Chat glaubt ihr, ich mach das nur schwer für sie? Fuck, ich will nicht. Du solltest ihn die musst. Damn. Jump mal. Hallo Felix bei ihr es. Ich bin der Weg. Ab ihm das nicht. Ich bin dieser Weg. ՝ann. Ich hab nach unten raus in der Schweiz. Boah. Ja. Okay, letzte Phase. Scheiße. Scheiße, ich bin tot. Ey, was soll denn diese dummen Steine? Was soll ich gegen die Steine machen? Scheiße. Hat er es gebracht? Irgendwie nicht, ne? Wir sehen doch schneller. Habe ich Damage gemacht? Ich habe Damage gemacht, oder? Ich habe Damage gemacht, glaube ich. Aber wie? Mit was habe ich Damage gemacht? Mit meiner Druckwelle? Maybe. Nee. Hä, wie habe ich das gemacht? Durch die Lücken? Tatsächlich. Haben wir es? Nein. Das ist sicherlich eine Waste von Zeit, Ian. Du kannst nicht die schweren Entscheidungen machen. Das ist meine Idee. Um sie zu machen. Um sie zu machen. Nein! Ain't love grand? Tigger ist für Liebe. Ich habe sie zweimal gesehen. Er redet von Liebe. Es ist für die Beste, Ian. Aber das Fakt ist immer noch. Du solltest es tun, nicht ich. Nein. Warte. Nein, es ist kein Bad Earning. Sie hat die Hohen Damage verteilt. Sie hat die verteilt. Glaub ich. Geh es jetzt. Es ist der einzige Weg raus. Die Pille. Es ist der einzige Weg, um zu gewinnen. Sophia. Ich wusste es. Die schwarze Pille. Er muss hier sterben. Ich habe dir eine Chance gegeben. Oh shit. Fuck Ian. Fuck Ian. Was hast du getan? Es ist ein Goffboss. Nein, du verstehst nicht. Du brauchst mich, Ian. Du wirst sie nicht ohne mich betrunken. Der hätte schon vor Ewigkeiten diese scheiß schwarze Pille fressen können. Die sind doch voll clean. Das sind ganz frische. Er ist jetzt einer von ihnen. Alter, der Fight Club. Bitte, du wirst nicht wissen, was du machst. Wenn du nicht zu mir hörst, werden wir beide sterben. Nein, nur du. Warum ist der cool? Du machst einen Fehler. Böge mich und wir beide sterben. Enough. Es ist Lice. All of it. Du denkst, ich würde einen Mörderer wie du? Er tötet sein altes Ich. oder so cinematic masterpiece so hat das spiel angefangen im serie nach dem tutorial so much i want to tell you but there is no time to explain you are still in big danger from what there is not much time just head to the door don't be scared of what you see on the other side i'll come back for you i'll get you out of this der baseball schläger wieder ich dachte auch ich kriege ziemlich superkräfte oder so keine ahnung habe auch schon die ganze die psi knöpfe gedrückt weil ich dachte jetzt habe ich irgendwie keine ahnung so ein psi strahl ich habe einfach gar nichts ich war einfach unverwundbar er lässt sein altes ich zurück und schaut nur noch nach vorne ins licht habt ihr das gesehen gänse roten er sah plötzlich aus wie ihn i think he's waking up all right you've had your chance to salvage this one i'm pulling the plug put him back to sleep and reset the dream okay okay i'm putting him under hopefully you won't notice i don't understand what's going on it's the third awakening this month something's not right we need to find out what happened back there er braucht jedes mitglied von von ach so das sind die entwickler viele andere um dieses spiel zu leben zu erwecken und sicherzustellen dass wir alles komplett okay also er versucht eigentlich immer aus diesem traum zu entkommen er versucht immer aus diesem traum zu entkommen wie die schon sagten es schon das dritte mal diesen monat erwacht er versucht immer wieder aus diesem traum zu entkommen aber diese neurotransmitterärzte da die versetzen ihn wieder in schlaf weil die irgendwas herausfinden wollen in ihm durch seine träume oder so wollen irgendwas herausfinden keine ahnung was aber irgendwas vielleicht kommt gleich noch after credits ziehen ich weiß nicht ob das einfach nur ein experiment ist weil sie es irgendwie an ihm anstellen wollen oder ob die irgendwas herausfinden wollen weil das klang so als wollten die irgendwas herausfinden ich habe irgendwie gehofft dass wir ein bisschen mehr mehr Erklärung bekommen brauche das ein scheiß spiel es war irgendwie obwohl das eigentlich 2018 kam und ein ps4 spiel ist hat ja das alles irgendwie ein vibe als wäre es so ein ps3 spiel also jetzt nicht nur so von der optik her sondern auch generell so von von der story von dem gameplay alles hat sich so angefühlt wie so ein wie so ein gammeliges ps3 spiel ich weiß nicht was sie in ihrer entschuldigung sagen aber ja das spiel wurde damals 2018 ziemlich gehasst kann sein dass es damals noch beschissener war als jetzt weil ich denke mal die haben es gepatcht viele probleme wahrscheinlich gepatcht vor allem weil wir ja auch sogar wir haben ja auf youtube als ich nach einem walkthrough gesucht habe weil ich ja in der wand stecken geblieben bin und nicht wusste dass ich in der wand stecken geblieben bin habe ich ein gameplay video gefunden von einer stelle die bei uns gar nicht kam am anfang also es gab wohl anfangs auch noch etwas andere version kann mir gar nicht vorstellen dass es gehasst wurde vielleicht ist das difficulty abhängig meinst du aber das war ja so von der stimmung her wenn es wenigstens nur ein grätsel ein bisschen anders wäre dass jetzt kein labyrinth ist aber es war ja allein schon von der stimmung her bei ihm war alles so hell und nicht so düster bei mir war ja alles so übelst düster mit dem labyrinth und dann dieser fliegende kopf der wurde ja auch komplett raus gelassen ich habe auf normal gespielt jung als ob sie nicht mehr bilder hatten für die credits außer die drei charaktere immer aber ich habe jetzt auch nicht gecheckt wer sophia ist ist das wirklich seine geliebte seine frau die er vermisst oder so oh nein ahmet ivan die man und andreas alle haben das team verlassen nach dem held ja hat sich das gelohnt 30 euro dafür auszugeben und jetzt hier gute sechs stunden zu streamen acht stunden sorry hat sich das gelohnt ich weiß nicht ich 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 ich